So lange bis Jack Wanderland wieder da ist, dann haben wir wieder zwei. Ja, stimmt. Der kommt übrigens morgens zu mir. So lange bis Jack Wanderland wieder da ist, dann haben wir wieder zwei. Ja, stimmt. Der kommt übrigens... Ich bin Profi. Boah, ich bekomm wieder falsche Nachrichten. Ich hab da... Ich hasse das Twitch-Dashboard, das funktioniert einfach nicht. Boah, Twitch hat bei mir letztens das... Crazy Run ist jetzt live auf Twitch. Hallo, Riesu. Crazy Run ist jetzt live. Ich hab keinen Plan, was ich tun muss. Ich bin... Der Titel könnte sogar immer noch hinkommen. Ich ändere den mal wieder. Das ist mein Internet, warum blubber ich schon wieder? So. Boah, ist der Scheiße. Ich glaub, wir haben's, oder? Ich bin jetzt auch ein Moderator. Wuhu. Warst du schon letztes Mal? Bin ich? Krieg ich Geld dafür? Nein. Nein. Okay. Alter, meine Werbung spackt voll ab. Deine Werbung spackt ab? Okay. Der ist grad hängen geblieben bei dem Wort Knorren. Der hat nur Knorren gemacht grad. Okay. Beste Werbung. Der gute Knorren, Rubik's. Der gute Knorren, Rubik's. So, jetzt muss ich ihnen da noch ne gute... Tja. Gut. Da geht er. Ryo... Ryo ist grad irgendwie geflogen. Ja, Ryo hat nur das Wort gut gehört. Da wollte ich nicht mehr bleiben. Ryo ist jetzt fly. Ryo ist jetzt wieder da. Ich werde nur meine Energie holen. Das ist, das ist, das ist bad. Hab ich schon hier. Ja, ich musste mal noch ein bisschen kühlen. Ich hab mein Phone aus Kühlschrank geholt. So. Ich hab eben erst einen gekauft, der war noch nicht... So, Zusammenfassung nochmal von letztem Mal. Sie gingen einkaufen. Sind woanders hin gefahren und sind nochmal einkaufen gegangen. Und sind jetzt auf dem Schiff. Genau. Hat Rabel nicht sogar nen Hund inzwischen gekauft? Ja. Ja, der ist ja in der Villa. Bei... Ja, Dante. Bei der Dante. Ah ja, ich will nur noch kurz erwählen. Ich bin Gregory. Ja, wichtig. Ich weiß nicht mehr mehr, wer ich war. Du bist immer noch du. Ihr habt alle eure richtigen Namen genannt, außer Rabel. Das ist korrekt. Das ist absolut korrekt. Aber ich glaub, alle haben noch Vornamen. Ja. Zum Glück steht mein Name noch unter meinem... Du wüsstest nicht mal mehr, wie du heißt oder nicht? Ich muss erst nachdenken, ja. Ja. Unser Archäologe. Das ist halt schon lange her. Ich muss erst mal meinen Vergangenheit... Demenz-LP. Muss erst mal seinen Namen ausgraben. Ja. Wer bin ich? Wo bin ich? Was tue ich hier eigentlich? Wer seid ihr? Wo bin ich hierher gekommen? Ja genau. Ende. Gut. Ich mach jede PNP-Station. Dann... Dann... Dann machen wir einfach... Demenz im Dusch-Stadium. Dann fangen wir jetzt einfach ohne Nauf an. Also... Letztes Mal habt ihr aufgehört, als der Tag zu Ende war. Der Tag fängt an. Was tut ihr? Wunderbar. Wunderbar. Shit nicht. Hallo Tetsu. Hallo Tetsu. Hallo Tetsu. Tetsu. Hallo Katz-Tetsu. Hallo Katz-Tetsu. Haben wir eigentlich Fenstern zu? Bulls... Bullaugen. Bullseis. Ja. Ja. Dann würde ich mal rausschauen... Dann würde ich mal rausschauen und aus... Mal schauen, wie das Wetter denn so aussieht. Das... Bewölkt, aber ey... Es sieht nicht nach Regen aus. Ich hab... Für die nächsten Training-Session. Kartoffeln aus dem Bullaugen werfen oder was? Nee. Nee. Kletterskills trainieren. Durch das Bullaugen nach dem Ofen klettern. Ja. Du kannst ja auch ein Seil an Fuß binden und schwimmt trainieren gehen. Ja. Du grimmst das Ankerseil. Ja. Ja. Die Kette. Und dann landest du in der Schiffschraube. Ja, Schiffschraube vor allem. Ja, das ist so das andere. Sonst störe ich auf, mach mich fertig und mach mich fertig zum rausgeben. Machst du das. Stelten mach mich auch fertig. Ja. Ich mach mich auch fertig. Fix und fertig. Ich ziehe die Socken verkehrt herum, Mann. Stehst du da ja vorm Spiegel? Boah, du scheiße aus! Was ist du für ein Apfer? Ja. Okay. Okay. Äh. So. Äh. denn trainiert das ausgleich der arzt sie krank wird ist ein bisschen ironisch richtig so ich guck mich erst mal oben um was sehe ich irgendwen und den weiten ozean ja so circa dann stelle ich mich an die reling und mach mir schon mal ne pfeife an pfeife ist tabak noch 22 gut dann tust du das in der zwischenzeit was machen die anderen ich nehm mal an ihr sagt jetzt auch und rauche auch gut ravel äh wisst ihr schon ob es schon der zeit so frühstück bald geben würde ne also du war ja ihr habt doch nicht gefragt wieviel es ist von der ja dann mach ich meine taschen Uhr auf und schau einfach mal nach wie spät es ist so 11 rum 11 ja dann schau ich mal wo sich die anderen rumtreiben es ist kein guter du aktivierst auch noch in den special scale es ist kein guter stream und curry sich nicht verspätet ja ist halt leider so aber die Leute schauen mich einfach mal auf dem schiff rum und schauen mal ob ich jemand anderen finde naja du brauchst nicht lange zu suchen und du findest halt äh etwas weiter oben auf dem schiff also es ist halt effektiv äh ne nicht so ein schiff wie da gezeichnet ist über mir sondern so ist halt segelschiff ne weil das war irgendwie ein denkfehler von mir letztes mal da einfach so ein schiff hin zu malen egal erst mal so ein dampfer erst mal ein dampfer hinmalen aha ein segelschiff ist ein segelschiff so ein schönes schiff ja ein schönes schiff auf jeden fall du siehst äh halt oben da wo das äh steuerrad ist siehst du die drei dudes von gestern äh von gestern stehen ähm kann ich sehen was die grad machen die unterhalten sich gucken ein bisschen aufs Meer ok äh seh ich jemanden von unseren Leuten naja die beiden haben äh die beiden haben Leute die ja doch die beiden haben wir die ja gerade rumstehen woher denn das weiß ich nicht äh ich hab auch keine ahnung wo ich mach so ich erkunde ein bisschen das schiff die erkunde das schiff ok aber dann geh ich zu Sinban alles zu gut Jack Goodman ok morgen Jack guten morgen Herr Goodman haben sie gut geschlafen alles super alles gut zum glück nicht sehkrank geworden da hab ich dir gehört dem 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 Herr Holmes scheinst du wohl nicht so gut zu gehen wo hast denn du das her das frage ich jetzt off topic äh das frage ich jetzt als Spielmeister von wo hast du das ist nicht unsere zimmer eigentlich nebeneinander da könnt ihr einfach nur schlafen naja vielleicht hört er gerade ruhe und dann sage ich einfach keine ahnung vielleicht schafft herrn holmes heute noch nicht gesehen mensch vielleicht schläft er noch mal gucken möglich müssen wir aufstellen immerhin gibt es wahrscheinlich bald frühstück was gar nicht wie spät ist es denn das ist gerade knapp um elf können ja mal gucken gehen wollen wir gucken wir nach unten frühstück bereitsteht ja auf geht's zum frühstück frühstück zum biffet läuft ihr drei jetzt in richtung kombüse und nicht kajüte wie ravel das das letzte mal gesagt hat ja die kajüte da schläft man zum kajak ihr lauft in richtung kombüse und auf dem weg gabelt ihr halt robben auf der gerade ein bisschen im schiff umherirrt und ich weiß wohin soll die schultern genommen umgedreht da lang ja ihr seid ihr in der kombüse und weiter ja steht noch frühstück da oder steht nix da steht nix äh seht ihr da irgendwer der eingestellten also von den köchen oder von den matrosen da na die köhle ihr seht den koch der irgendwas am schnipseln ist was soll ich ihm guten morgen und würde ihn fragen ob das frühstück schon vorbei wäre er guckt dich an sagte ja für frühstück kommst du spät bald ist mittag wow da würde ich ihn gerne fragen ab wann ist denn immer frühstück sechs uhr sagt er dir sechs uhr kann ich auch wenig schlafen guck dir nicht an das ist dann dein problem das stimmt dann sage ich ihm dank für die info man sieht sich beim mittag ich würde auch gerne fragen was es beim mittag gibt dann wiederum was hast du anderes erwartet der schnitzte brot ich weiß schon wie ich diesen service bewerten werde ein von fünf seestern der ist sogar ganz gut gewesen ja gut dann würde ich mich zu gut machen und michael nach frühstück scheint wohl schon aus zu sein so man dann warten wir mal lieber hatte da hast du noch gefragt ob du noch was von frisch übrig hat äh nein nein aber wenn sie fragen möchten der koch steht direkt dort drüben ach wenn es doch eh gleich mittag gibt nachher bald dann können wir auch noch warten sonst haben wir direkt keinen hunger mehr wenn es den guten fisch gibt das stimmt was gab es für frühstück auch fisch und zu warmem auch fisch ich mir stelle ich mir gut vorstellen dass es einfach nur brot gab wahrscheinlich mal etwas leichten dazu das ist halt ein Brötchen da könnt ihr ja gerne nachfragen ne kein lust ja dein Brötchen auch wie ich das gerne hörte jetzt oh man me ja gut 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 ich hatte gerade ich habe gerade das meiste mitbekommen aber ich habe echt nicht die Quintessence mitbekommen du wolltest jetzt noch was zu puttern trotzdem oder nicht ne wir wollten warten ok also wir ja wir warten auf mittagsessen wollt ihr in der zwischenzeit irgendwas machen ich habe gerade das schiff bei müllers hanske ja dann können wir ja noch ein bisschen üben oder üben üben ich hätte gehört ich kletter aus dem Boot auch gut klasse dann hätten sie bloß auf ein paar Partienkarten bis das Frühstück eingestellt wird Robin nein immer gerne Robin wird jetzt mal auf klettern immer gerne was auf klettern habe ich gehört wie soll ich das jetzt wirklich machen nein das klettert er hoch auf meinem Weg fällt er runter und bricht das Knick ja klettert erschwert und beglückswert das wird bald das wird bald schwer bei dir ne mhm gibt es eigentlich unsere Schiffskatze oder so Schiffskatze nein keine Ahnung ja ich weiß was du meinst irgendein Schiffshaus hier na du cool aber Guy namens Polly Polly wird nix irgendwann kommst du halt wieder oben an und siehst ne Möwe auf der Reling sitzen ne ok das funktioniert dann nicht die Möwe fliegt los Tukan Tukan die warte die Wollen wir? Liegen gerne. Das ist eine Möwe-Tukaden-Polze. Wir spielen ein bisschen Karten. Gut. Könnte es auch anders sein auf diesem Touren-Kahn. Also einfach Glück erhöhen? Oder was suchen, was er gesagt hat? Ja, können wir machen, oder? Könnt ihr machen. Ryo spielt er mit, ne? Ryo spielt mit. Ryo spielt mit. Dann könnt ihr alle von mir aus einmal auf Dings werfen. Auf Glück. Auf Glück. Was müssen wir? Ein D100, ne? Ja, ein D100. Ja, ich muss erstmal wieder reinkopfen. So. 28? 28, geschafft. Ja, aber kein Crit. Du musst crippen. Ich hab gute Karten, hallo? Wichtig. Nö. Das ist schon das nächste an einem Crit, aber immer noch keiner. Ja. Aber ich hab die besten Karten. Ja. Gut, wisst ihr was? Wir kürzen das jetzt einfach mal ab, weil ich jetzt nicht unbedingt vorhatte, fünf Stunden auf diesem Schiff zu verbringen. Oh ja, bitte. Ähm. Ja. Irgendwann ist halt wieder Abend. Wir skippen jetzt einfach mal ein paar Tage, von mir aus würfelt ihr jetzt fünfmal auf irgendwelche Werte, die ihr erhöhen wollt. Alles klar. Oh boy, warte, da muss ich mir angucken. Okay. Gehen wir wieder nach der Discord-Liste? Ja. Am besten immer nach der Discord-Liste. Gut, dann bin ich zuerst. Ähm. Was möchte ich? Autofahrt. Ne. Ähm. Discord-Liste? Mhm. Ah, okay. Alphabetisch, Ryu. Okay, dann... Fünf... Vom Handy war das komisch. Also einfach fünfmal würfeln, ne? Fünf dürfen wir aufteilen. Dann mach ich Nahkampfschwert. Äh. Fünf D100. Rollen. Warten. So, warte mal ganz kurz. Äh. Tetsu. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt 14 Tage die ganze Zeit nur frage. Geht ihr jetzt dahin? Geht ihr jetzt dahin? Du rauchst eine? Du machst das? Du machst das? Da kann ich auch skippen, solange bis ich bei dem Scheiß-Event bin. Mhm. Richtig. Na gut, dann wäre ich das jetzt dran, oder? Und das Problem ist nur der Pantheologe. Ja, der Pantheologe. Ja. Der Einkaufologe. Der Ein-Augologe. Der Ekleptologe. Äh. Äh. Gibt's eigentlich irgendwelche Möglichkeiten zum Trainieren auf dem Schiff? Du kannst von mir aus ja... Du kannst eine Mast Klimmzüge machen, wenn du willst. Dann musst du aber erstmal hochklitten. Kannst du Klettern trainieren? Ah, wow. Ich hab grad auf Schwert gewürfelt, ne? Ich hab bei Schwert schon Haken drin. Ja. Ebenfalls. Ähm. Ja, vielleicht einfach mal Toast fragen, ob sie auf dem Schiff eine gute Trainingsmöglichkeit hätten. Mach doch einfach. Wir skippen doch grad nur 5 Minuten. Such den Verb aus, würfel. Ja, ist einfach so. Äh, ich... Ich... Ja, ich werd halt auf Nahkampf. Handgemenge. Mach! Ja, mach das. Frag's, äh... Findest du einen Matrosen, der sich mit dir kloppen will, so? Ne, passt mit mir. Ich will das auch machen. Gut, dann klopp gleich gegenseitig, ja. Dann machen wir Sparring. Dann rolle ich zuerst. 5-9. Nö. Bitte nur ein Klick, Maus. Bitte nur ein Klick. Nö. Gut. Aber... Das hat keiner von euch... Das hat schon misservoll. Ne, hat auch... Hat auch keiner geschirft. Aber... Aber fast. Ey, willst du dich mit mir kloppen? Pokémon in der Nutschel. Nö. Hab ich angesehen. Okay, ich weiß, dass du Pokémon hast. Ja. So. Moms darfst, ich brauche noch was aufsuchen. Ja, ich will erstmal die Würfe aufpacken. Was war das? D20? Oh, nee, jetzt hab ich aufzusehen. D100. Sorry. Welche Würfe? D100 war das, ne? Ja, 5 D100. Ja, 100, ja. Da. Advanziertes Rollen. 7 knapp vorbei. Ja, normal bei mir. Gut, in der Zwischenzeit hat halt keiner von euch was gemacht. Aber ihr habt mitbekommen, dass, äh... Also mittlerweile sind wir, ich sag mal so bei Tag... X vom 14. Was wird das vom 14 sein? Tag 10. Also ihr seid fast schon da. Und das Wetter wird halt weit mal besser, mal schlechter mittlerweile. Äh, jetzt gerade ist halt... Wir steigen wieder ein. Geht Richtung Abend hin. Also... Wird schon so langsam dunkel draußen. Und ist halt... ganzen Tag über schon neblig gewesen. Neblig. Nebel. Wer hat das schon wieder seine Shisha angelassen? Ryo ist schon wieder in Silent Hill. Nebel. Vielleicht kommen die Nebeldoppelgänger. Ich seh's kommen. Ja. Okay, also. Wie viel Uhr haben wir's? Was passiert? Ja, äh... Es ist neblig. Gegen Abend. Es ist gegen Abend. Es ist neblig. Neblig. Okay, gut. Ja, hab ich grad nicht gepeilt. Dass das ne genaue Angabe war. Ihr habt euch halt in der Zwischenzeit... Weil es zwischendurch mal schön... Weil, äh... Meistens schön war. Habt ihr euch in der... Habt ihr den Tisch geschnappt? Habt ihr euch da draußen gestellt? Ein paar Stühle? Sitzt ihr jetzt an Deck und spielt Karten? Bei ner Öl. Okay. Gut, gut, gut. Merken wir, dass das Wetter langsam schlechter wird? Nö, aber... Äh... Ihr könnt mal... Ja doch, ihr könnt mal auf Heuchen würfeln. Oh ja, danke. Nice. Hier. Krasse. Hörsturz incoming. Das... Dass wir sie schon 10.000 mal gewürfelt hab' oder so. 67. Nein. Ich... Ich brauch... 50 und weniger. 50 und weniger. Ich find mein Heuchen gerade gar nicht. Röö, da heißt sogar Heuchen. Ja, da weiß ich's. Ja, da weiß ich's. Ja, da weiß ich's. Heuchen steht unter H. H wie Heuchen. Hm... Moment, Moment. Robin müsste es geschafft haben. Da ist schlecht gestanden. Meine Ohren sind nicht explodiert. Oh, ich hör' nix. Robin hat's gehört. Robin hört wie, äh... Wie's irgendwo... Nicht unbedingt weit weg, aber auch nicht unbedingt nah. So... Was wär' denn das? Also... Auf jeden Fall, du hörst wie irgendwas auftaucht. Irgendwas Großes. Ey Jungs, ich höre wie irgendwas auftaucht. Also du hörst... Aufgetaucht? Wat? Du hörst... Nein, pass auf, wir beschreiben's besser. Du hörst... Etwas sehr stark, äh... Blubbern. Ja, Ryo. Ryo, ich hör' irgendwas sehr stark blubbern. Hallo, hallo, das bin ich. Und now a wild Ryo appears. Ihr seid so blöde manchmal. So, Leon erklärt uns, dass grad irgendwer shishat. Ich... Ich hab' heute nen guten Tag irgendwie. Ey... Vorher doch, vorher doch, vorher. Ich bin eigentlich so richtig fertig. Ja... So, Robin hört das blubbern. Ja. Hallo. Michelle, was hab ich grad gesagt? Sie hören was blubbern? Ja. Ähm... Kannst du ausmachen aus welcher Richtung? Sorry, aus welcher Richtung? Hinter dir also so, ich sag mal Backboard. Hinter mir so Backboard. Backboard ist links. Ja, wollen wir mal gucken gehen? Ja, ich für. Ich guck mal. Ich geh' gucken. Ich geh' auch gucken. Ich geh' mit ihnen. Ja, okay, da komm' ich auch mit. Gruppenzwang. Ja. Merkst du selber, wa? Ja. So, jetzt steht ihr da an der Reling. Und guckt. Ja. Habe ich was? Fernglas dabei? Okay. Nein. Das liegt wahrscheinlich irgendwo unten. Frage. Ja, wirklich, Gruju. Frage. Was passiert eigentlich, wenn... 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 die Zeit stoppt und dann... und dann halt so auf Wasser aufkommt? Dann... das Wasser... bewegt sich dann wieder. Ja. Ja. Und... und wahrscheinlich... Wollt er nicht mehr Wasser? Wollt er schwimmen? Wie viel von dem Wasser? Ja, das ist die Frage. Das ganze Wasser oder nur ein Teil des Wassers? Teil des Wassers. Ich sag' mal so... wie... wie so ein 2x2 Feld um ihn rum oder so. Theoretisch alles, was sich in Bewegung besetzt. Also jedes Atom neben ihn und das Atom, was sich daneben bewegt und so weiter. Und was ist mit Atomen, die sich wieder bewegen können? Und die Atomen berühren, die sich nicht wieder bewegen können? Dann... bewegen die sich natürlich auch. Also quasi der ganze... ganze Ozean bewegt sich wieder. Nein, das habe ich gerade gedacht. Okay. Pass auf. Ist okay. Wenn... 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 wenn die Uhr... drei Jahre lang... einhalten könnte, dann ja. Oder? Sagen wir es einfach so. Er fällt ins Wasser, aktiviert den Skill und dann... so eine Bubble um ihn herum. Ja. Da bewegt sich alles. Ja. Die sich... immer weiter erweitert. Nein. Nur diese Bubble. Ja. Während die Typen diskutieren, gehe ich in mein Zimmer und hole mein Fernglas. Das ist off-topic. Das ist off-topic. Ja. Ich gehe mit und hole auch mein Opernglas. Ich bin gespannt, wie ihr bei dem, wenn ihr was sehen wollt, aber okay. Ah. Ihr seid zurück, habt euer Ferne und Operngläser und... Ihr scha... ja... Ihr haltet ausschau und seht... weiß. Ich möchte mal... Ich möchte mal... eine Patrone... Ich... Ich lehme mich zu... zu Jack Cohen rüber und sag... Ey, ich seh nichts. Oder hab ich irgendetwas anderes? Ich glaub, er ist leblich. Nein. 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 Du siehst es nicht. Ich will es auch probieren, aber ich seh jetzt schon. Wir seh nichts. I'm a Skept man. Absolut. Ich hab's nicht geschafft. Was? I'm a Leck, man. Ja, genau. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Aber ich seh nichts. Das ist vollkommen korrekt. Ich möcht mal eine... Ich möcht mal eine... eine... eine Revolverkugel... beziehungsweise eine Revolverkugel... Ich würde... Achso. Ja. Und die da... in die Richtung werfen, aus der ich das gehört habe. Also du nimmst die aus dem Revolver raus oder aus der Tasche? Nee, nicht aus dem Revolver raus, aus der Tasche. Äh... Also du gehst dir dann... gehst dir nach unten, holst dir eine Patrone... und kommst dir dann nach oben. Nee, ich hab doch die... Ich hab die doch dabei. Oder nicht? Scheiße, du hast meinen Revolver dabei? Ja, ich hab meinen... Okay. Dein Rucksack ist in der... äh... ist in der... Kanüte. Keine Ahnung mehr von, weiß ich nicht. Ich hab hier mein Inventar und... Wir haben gesagt, wir lassen alles immer unten. Nee, wir haben uns... Wir gehen ja nicht über Schiff und sind alle in unsere Waffen gepackt. Forget what I said. Ne, Waffen haben wir schon dabei, aber... Dann müssen wir die holen. Also im Moment haben wir keinerlei Waffen. Nee, dann kann ich auch gleich... Ich hab Waffen bei mir. Halt dich mal. Abgesäckte Schrotflinte. Ich hab auch mein Dolch und mein Gehstockschwert. Jetzt hab ich mal dabei. Man kann hier auch gleich nach irgendwas suchen, was ich da reinwerfen kann. Keine Ahnung, Besteck oder so. Ähm... Ich hab... Ich würd gern auf was würfeln... Ich würd gern auf Orientierung würfeln... Und schauen, ob ich sehe, ob von irgendwo Wellen angeschwappt kommen. Um die Richtung genauer zu beschwimmen. Bestimmen. Das ist mega sneaky, aber das kannst du ruhig probieren. Okay, ich muss... Ich hab auf Orientierung 50. Echt jetzt? Ja. Das funktioniert. Sieben. Geschafft, sieben. Okay. Sieh ich die Wellen. Ja, du siehst auf jeden Fall, wie... Wie aus einer... Wie wirklich... So, ich sag mal aus einer Richtung... Größere Wellen angeschwappt kommen als so aus dem Rest des Wassers. Ja. Die Herren, ich sehe was. Schauen sie sich die Wellen unten an. Hier vorne kommen nicht... Das sind keine ganz normalen Wellen vom Meer. Da vorne kommt erst irgendetwas, was Wellen verursacht. Und zwar in genau der Richtung. Seien die Wellen... Seien die Wellen... Seien die Wellen viel stärker oder ein bisschen stärker. Das kannst du so auf Anhieb nicht sehen. Ja, man sieht nur, dass sie aus einer Richtung halt kommen. Ich sehe was. Was siehst du? Wasser. Ist das die Richtung, aus der ich den Stuff gehört habe? Ja. Gut. Okay, ich nehme jetzt doch eine Kugel aus meinem Revolver und werfe die dahin. Scheiße. Bevor die Kugel ins Wasser wirft, will ich ihm nur sagen, Herr Michel, ich kann doch ein Streichholz anbieten. Ja, das hört man aber nicht. Das hört man aber nicht. Das hört man aber nicht. Und das hat genau den gleichen Impact. Ich glaube ja nicht, oder? Dann können sie auch gerne ihre Kugel werfen. Haben sie irgendeinen anderen Alternativvorschlag? Weil an sich will ich mich von meiner Kugel eigentlich ungern trennen. Aber ich habe auch keine Lust hier rumzustellen. Der einzige Vorschlag, den ich hätte, wäre entweder ein Besteck aus der Küche. Aber was aber Diebstahl wäre im jetzigen Zeitpunkt. Oder eine Kugel. Genauso bei ihm. Ist doch scheiße. Werfen sie doch ruhig die Kugel. Ich könnte ja mal eine Machete werfen, aber nein, das lass ich. Ja, los komm, ich werfe jetzt die dumme Kugel. Ich möchte eine Vermutung anstellen. Die Kugel wird untergehen. Ja. Ich habe so ein leichtes Blups. Ja, genau das. Ich könnte auch einfach in die Richtung schießen. Ja, dann ist... Du kannst doch in die Richtung scheißen. Schießen würde ich jetzt nicht unbedingt... Vielleicht lockt das ja was an. Ja, an sich der Menschen. Die fragen, wieso schießt du? Ja, richtig. Die ganzen Matrosen der Käpt'n, die anderen Leute da, die würden alle fragen, what the fuck. Ja komm, ich lass es sein, ich habe keine Isole. Kein Problem. Warte. Ist scheiße passiert. Ja, ich habe auch immer ein ganz mieses Gefühl. Wollen wir es weiter beobachten oder wollen wir dem Kapitän Bescheid sagen? Wir können dem Kapitän Bescheid sagen. Ey, ich habe jemand Blubbern gehört und da kamen Bälle. Dann würde jemand sagen, ja, da war ein Wal. Da war bestimmt ein Wal oder so. Der sich da einmal seine Flosse gezeigt hat oder so. Könnte sein. Den würde das kaum interessieren. Schmeiß den ja drei random Dudes runter und schau, ob er schreit. Tötze, am Ende schmeißt es ja noch Caleb. Achso, ja stimmt. Stehen die Dudes hier noch irgendwo rum? Die sitzen da immer noch am Tisch und gucken zwar ein bisschen, warum ihr da, äh, warum ihr aufgestanden seid, warum ihr diskutiert, warum der eine Patron ins Wasser werfen wäre, obwohl ihr da mit Karten gespielt habt. Aber, an sich, juckt die das nicht sonderlich? Oh Mann. Alter Handy. Wir können ja, wir können ja ein brennendes Streichholz runterwerfen. Warum macht der jetzt die ganzen Updates? Wir können auch Salz runterwerfen. Mal gucken. Ja, hast du Salz dabei? Wir haben alle Salz dabei. Ja, aber nicht hier und jetzt gerade, wo wir stehen. Achso stimmt, das ist ja ein... Drei Stunden Marsch von hier entfernt. Nein, ich wollte übrigens keinen Salz ins Salzwasser werfen. Doch wolltest du. Habe ich den Wolfspin überhaupt noch? Habe ich den nicht weggeschmissen inzwischen? Hättest du nicht einen neuen gesammelt? Ja, du hattest einen neuen gesammelt, aber... Ja, aber habe ich den neuen nicht weggeschmissen, weil ich den nicht mehr haben wollte? Nee, den hast du noch, aber der ist wahrscheinlich irgendwann mittlerweile weg geworden. Ja eben, habe ich den deswegen nicht weggeschmissen? Nee, deswegen hast du den neuen abgenommen, äh, mitgenommen. Nee, den neuen, den habe ich mitgenommen, weil ich den alten halt auf das Monster werfen wollte. Deswegen habe ich mir einen neuen mitgenommen. Ja gut. Du hast auf jeden Fall einen fähigen Wolfspin. Sag mir einfach, er hat keinen mehr den weggeworfen, fertig. Ja gut. Ja, oder, oder, ich habe ihn noch, dann gehe ich jetzt runter, hol ihn und werfe ihn in die Richtung, wo ich es gehört habe. Hm. Und während, halt, Michael runterläuft, will ich die anderen sagen, also flüsternd. Also, es sind nur Wellen. Was kann denn Schlimmes sein? Es kann doch ganz gut ein Wahr sein. Und wenn ich schon mal da unten bin, dann hole ich mir auch gleich mal so, äh, sechs Schuss von meinem, also, von meinem Vorrat mal Kugeln mit. Also, unsere Waffen tragen wir ja bei uns, ne? Und steckt mir die Nosen. Ja, aber nicht, also, du hast nicht ein komplettes Inventar bei dir, Ryu, ne? Ja, aber meine Waffen habe ich doch bei mir, oder? Die kleinen, nicht die großen. Ja. Was für große? Was hast du denn für Waffen? Revolver, Revolver, Machete, also, zwei Revolver und eine Machete. Dann hast du die Machete wahrscheinlich nicht dabei und eine Revolver nur. Ja. Aber dann hast du meinen Revolver mit der Klinge dann hoffentlich. Ich habe meinen Revolver plus meine Handschuhe und ein Dolch. Ja, ich habe auch ein Dolch und mein Schwert. Ja, wie sehen Sie es im Zimmer? Hm. Ich guck noch mal aufs, aus, aus, aus Wasser und mach mal Verborgenes erkennen aus der Richtung. Tunis. Habe ich das schon gerade eben gemacht? Ich habe nichts erkannt, Junge. 16. Ja, ich habe aber jetzt die geschafft. Das ist halt genau die Richtung. Jetzt, sehe ich was? Du siehst etwas, was aussehen könnte wie Licht. Also, kleine Punkte, es könnte aber irgendwas sein. Es könnte ein Leuchthaus, äh, ein Leuchthaus. Ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm. Ich war gerade bei Lighthouse und hab das auf Deutsch übersetzt. Naja. Ja. Achso. Bin ich inzwischen in meinem Zimmer angekommen? Du bist wahrscheinlich schon wieder zurück. Ja, ja. Du bist wahrscheinlich schon wieder zurück. Ja. Fuckin' Gowuil. Es ist, es ist, es ist, es ist Gowuil. Es ist, es ist jetzt kein Luxusdampfer. Nein, nein. Ich sage, Leute, guckt mal. Seht ihr das? Das ist ein ganz kleines Licht, das ist ein kleines Licht in der Entfernung. Es war genau aus der Richtung, wo die Wellen herkommen. Okay, Geist, dann habe ich, also ich habe mir das so werfen. Soll ich das jetzt in den Werfen holen? Ja. Werfen sie. Ich habe gerade so ein Bauerngefühl. Ich habe gerade so ein Bauerngefühl. Na los, komm, ich werfe jetzt das Glas mit Wolfsband auf die Lichter. Kann ich gerade einiges endlich erasen. Aber ich öffne das Glas vorher. Warum habe ich so ein mieses Gefühl gerade? Für mich würde Richtung Licht gehen würde ich das machen. Ich versuche mir das mal in Matrosen irgendwo. Ich habe gerade so ein Gefühl. Mein Gefühl sagt Anglerfisch. Großer Anglerfisch. Mein Gefühl sagt gerade folgt nicht dem Licht an. Du weißt schon genau, was mit ihm gleich passieren wird. Crazy, sehe ich irgendwo so Matrosen in der Nähe? Nein. Ich will so gern dein Freund sein. Ja erstmal hat Liam jetzt das Glas geworben. Da könntest du eigentlich im Steuerer stehen oder nicht? Da ist eigentlich meistens der Steuermann. Ja. Dann würde ich gerne mal zu ihm hingehen. Ich sag Jack Cohn noch vorher einmal. Weißt du mal auf das Licht da vorne hin? Ja. Das habe ich vor. Okay. Gehe zu ihm hin und sage ihm guten Tag. Und er zeigt halt in die Richtung, wo das Licht her scheint. Ist eine Insel in der Nähe oder eine Stadt, weswegen ein Leuchtturm oder ein anderes Licht her erscheinen könnte? Der Steuermann guckt wo du hin zeigst. Ich weiß nicht was du siehst, aber ich sehe da kein Licht. Kann ich jetzt von da aus sehen wo ich stehe? Ja. Warte mal. Also er schreit manchmal nicht nur ein Auge oder sowas merkliches oder? Was? Aber der Steuermann hat nicht irgendwie nur ein Auge oder? Nein, nein. Er hat nur ein Auge. Sein Sohn hat ihm das Auge rausgestochen. Ich gebe ihm mal ein Fernglas und frage ihn nochmal. Er nimmt dann ein Fernglas und guckt dahin. Du hast recht, da ist ein Licht. Was? Ne, das ist schon mal gut. Ne, das ist schon mal gut. Ne, das ist schon mal gut. Schlechte Sehstärke. Ja. Das wird Zeit. Das finde ich auch. Ja. Also er sieht... Okay. Er sieht das jetzt halt auch. Er sieht das jetzt halt auch. Ja, Rio. Mit dem Steuermann, sag's halt einfach geradeaus, der wird da wahrscheinlich auch einfach einen Stuhl zwischenklemmen oder sowas, wird da weggehen. Ja, gut. Es gab damals ja schon so Steuerradklemmen, damit du einfach nur geradeaus fährst, segelst, whatever. Okay. Ja, auf jeden Fall, er sieht das jetzt auch. Also... Eigentlich... Boah, Domi, Domi, sieht sich jetzt so, sag's aus, aus der Schwarm. Das ist dieses krumsche Alien-Unterwasservieh. Alien-Unterwasservieh. Äh... Okay. Nicht richtig. Egal, äh... Auf jeden Fall... Eigentlich... Sollte hier keine Insel sein. Das sind bestimmt irgendwie die Fluores ziehenden Algen. Also es gibt keine Inselnähe. Jetzt, wo ich das erwähne, der Wellengang aus dieser Richtung, wo das Licht herkommt, scheint auch stärker zu werden. Oder stärker zu sein. Wellengang? Dann kann das nicht mal eine Insel sein. Hehehe. Aber... Was leuchtet und erzeugt Wellen? Das ist halt eine sehr gute Frage. Ein Lüscherchen. Da würde ich fragen, ob es vielleicht eine bessere Idee wäre, so einen bisschen anderen Kurs weg vom Licht zu nehmen. Vielleicht eine... Ob eine gute Idee wäre. Er sagt... Können wir probieren. Großartige Auswahl haben wir halt. Also... Irgendwann wir fahren weiter oder... Also es wird auf jeden Fall nicht sonderlich einen Unterschied machen. Ich schaue nochmal aufs Licht. Erkenne ich... Hat sich was verändert? Wird es größer, wird es kleiner? Nö. Das bleibt so. Du wirst aufs Licht bauen. Bleibt so. Dann würde ich dir mein Fernglas nehmen. Ähm... Und halt aufs Licht schauen. Kann ich erkennen, ob es näher kommt? Nein. Nein. Aber es bewegt sich auch nicht weg. Ne, es bewegt sich... Es scheint einfach da zu bleiben. Dann gehe ich zu den anderen und sage ich ihnen... Also... Der Steuermann meinte, es gäbe keine Insel in der Nähe. Das heißt, es ist schonmal kein Leuchtturm. Achso, ein Leuchtturm. Das ist ja so ein guter Tipp. Wo befinden wir uns gerade? Auf dem Schiff oben, ne? Wo das Steuerrad ist. So, das heißt... Er... Er... Er ist am Steuerrad. Er... Er... Achso, okay. Ihr hängt da immer noch unten. Okay, gut. Er war grad oben, wir hängen noch unten. Was haltet ihr davon, wenn wir mal unsere Waffen holen? Ich hab grad ein... Ganz blödes Gefühl. Na los, ich geh nochmal zurück zur Kajoute und hol jetzt mal die ganze Tasche. Fast. Nur so, zur Sicherheit. Ja, ich... Ich... Nochmal. Ich bleib mal erstmal hier und... Schau mir das an. Ihr könnt ja schon mal runtergehen. Ich will das nicht aus den Augen verlieren. Dann bringt mir das erst recht nichts, wenn ich hier runtergehe. Weil ich hab meine Waffe... Also die einzige wirkliche Waffe, die ich dabei habe... Meine Güte, Mensch. Ihr könnt euch jetzt eure Ausrüstung holen. Währenddessen schieb ich kurz oben Wache. Darum geht's. Du kannst doch hier stehen bleiben. Ja, aber nix davon bringt mir da jetzt was. Dann bleib doch einfach hier. Ja, das mein ich. Das will ich dir doch gerade kommunizieren. Ja. Oh, leide. Holy shit. Vielleicht mehr Sinn macht, wenn du runtergehst statt ich. Gut, dann geh ich halt auch runter und hol meine Waffe. Du bleibst du. Da geh ich mit Herr Kurt Ben und hol mir noch ein paar Magazine. Weil abgesehen Frutfünse bringt das in diesem Fall nicht so viel. Okay. So, während die jetzt weg sind, werfe ich jetzt das dumme Glas mit Wolfsbein endlich in die Richtung und möchte wissen, ob da was passiert. Ich höre einen Platsch. Du hörst Platschen. Okay. Ja, ey. Und auf einmal siehst du da ein schönes Einmachglas rumschwimmen. Ach so, das seh ich. Das siehst du. Hast nicht allzu weit geworfen. Ob das Licht von unter dem Wasser oder von über dem Wasser. Von über dem Wasser. Das hattet ihr bisher nämlich noch nicht gefragt. Ja, ja, kann trotzdem eingrauffisch sein. Es ist halt... Es ist kein Go-Bool. Oh, ja. Tetsuo hat recht. Ich horch unten einmal kurz an dem... an dem... an der Kajüte von dem... von dem... von dem... von dem Herrn Holmes. Der scheint... wieder zu pennen. Nachdem der... paar Tage durchgekotzt hat. Okay. Der hat entweder am Bullauge über der Reling oder am... im Bett gehangen. Okay. Ich möchte mal kurz mein Ohr an den... Schiffsboden halten. Irgendwas... irgendwas... so... am Schiff höre. Wie den Kratzen oder so. irgendwas... Irgendwas dagegen tut. Auf einmal... spürst du... wie sie eine riesige Sense durch Eckopforten halten. Du hörst folgendes Geräusch. Oh Mann. Also da brauchst du jetzt auch nicht auf Horchen zu würfeln. Ähm... Du hörst nischt. Aber das Platschen höre ich immer noch, ja? Ja... Ja... aber halt... so... wenn du... normales Platschen hörst. Als wäre irgendwas... als würde irgendwas... Achso... du meinst das... du meinst das Blubbern. Ne, das hörst du nicht mehr. Das hör ich nicht mehr. Ne. Also... Es war halt einmal... Es war halt einmal da... und dann... war es... weg. Wir sind wieder oben. Ja. Naja... Ich wollte meinen Schnelllader... und nochmal verziehen... für meine Revolver rein. Das ist... gut. Machste. Cool. Ja, ich hol auf jeden Fall meine Machete... und ein bisschen Zusatz Munition. Gut, jetzt... Pass auf... wir kürzen das Ganze ab. Ja, hängt der jetzt... alle wieder oben mit. Ich sag mal... mit dem Shit... mit dem Shit was ihr da habt... so ich sag mal... zwei Magazine... als Reserve... und ein Magazin... Also ich hab schon gesagt... was ich mir noch... in der Waffe... und ich hab mir halt noch... sechs weitere Poolen geholt. Ja, dann hast du halt... ein Magazin dabei. Waren das... fünf oder sechs Poolen pro... Ich weiß das noch nicht mehr... Also waren es sechs... Andere Wäume müssen es sechs sein. Okay, gut. Ich will... Ich will... ich will... blind in die Richtung schießen. Hehehe... Ob man abgesägt... hab ich jetzt wahrscheinlich... dich dabei. Würde ich auch nur so schätzen. Kannst du auch mit dem... wenn du willst. Nein. So... Was können wir jetzt tun? Obwohl... Ich meine... wenn der... Herr Karstow schon seine Machete... draußen hat... Da ist jetzt auch niemand... welch mal eine Abgesägte dabei... Aber... Ich hab's ja halt nur mitgenommen. Fehlfeiler Fälle... Man weiß ja nicht. Dann nehme ich meine Abgesägte auch mit. Aber viel können wir grad nicht machen... außer warten. Ja... Moment... Ich will grad noch kurz was gucken. Ah... Kann ich auf Geschichte würfeln... ob ich zufällig was von Seemonstern... oder so weiß? Müsstest du glaub ich... eher auf Mythos würfeln? Ja... Nee... Mythos ist was komplett anderes. Aber... man könnte die Seemänner fragen. Trotzdem... meine Frage... Kann ich auf Geschichte würfeln? Ob ich eventuell etwas... über sowas weiß? Über Erzählungen... über ein Licht... im Nebel? Weil... Das... klingt nachher etwas... was als Geschichte zählt, oder? Geschichte... Also Geschichte... in dem Fall ist halt nicht... Geschichte... Allein so Gretz... so ne Geschichte ist in dem Fall... halt wirklich... äh... Geschichte... Geschichtswissen... Ja... Historie... Ist ja Historie... wenn's halt Erzählungen über... was weiß ich... was für Viecher gibt... Wann ist eigentlich mehrere... kleinen Lichte... oder... ein größeres Licht? Es ist halt ein Licht... und es war relativ weit weg... also wird's relativ klein gewesen... haben wir an unserem Schicht... äh... an unserem Schiff... an Mast... irgendwelche... äh... Fackeln befestigt... oder Laternen? Nö... 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 Ach... Meine Frage war doch nicht beantwortet... Kann ich jetzt auf Geschichte würfeln... oder nicht? Ich guck... ich guck gerade... ob's irgendeinen besseren Wert dafür gibt... Mhm... Theoretisch halt... Okkultismus... Ja... Also... Geschichte ist für mich alles... was in Büchern steht... oder was man mal... was man irgendwo gelernt hat... oder sonstiges... Naja... Okkultismus ist in dem Fall... wirklich für... so'n Krams zuständig... als Skill... Ja gut... Hm... Deswegen... unser... ähm... unser Hobby-Okkultist... der Pathologe... der hat ja auch... äh... der hat ja auch einen Okkultwert... wer besser ist... als der Geschichtswert... Ja... der hat aber auch grad... die Konzeritis... Das ist sein Problem... Weißt du was die Idee hätte? Ähm... Wir haben ja noch... Buch... mit den ganzen... Nange-Mythologien... Ja... Da würde ich gerne mal... durchblättern... äh... mit Bibliotheksnutzung... und schauen... ob ich irgendwo was... mit... Licht... Nebel... Wasser finde... Blätterst du durch... wennste nischt... Schau... Klackert hier eigentlich immer... Robin... Sorry... Hm... Bis gleich ist jetzt so... Auch wie der Stuff... an dem ich rumspielen kann... Ja... so seh ich einfach... irgendwo von einem Tickchen Stuhl... stell mir... vor die Reling... setz mich hin... in mein Fernglas zu schauen... wach weiter aufs Licht drauf... Und ich würfel trotzdem... auf Okkultismus... ob ich sowas... mal gehört hab... Gut... dann... Go for the crit... Ja... Du hast ein Wert von 5... Hm... Schade... Das ist... Das ist sogar... ziemlich close... Ja... Ne... Du weißt aber von nichts... Warum geht das denn... nicht mit Geschichte... Mann... Was hat er jetzt gewürfelt... mit Okkultismus dort? Ja... Ja... Welcome back dazu... Da hab ich bestimmt gar nichts... oder? Da hab ich bestimmt noch nur 5... Ja... Da ist auch nur 5... Ihr habt alle nur 5... Äh... Weißt du was... Go for it... Komm... Crit Rio... Nein... Ja... Ich frag einfach die anderen... ob ihr was wisst... So... Plopp... Ich weiß nichts... Die wissen alle nichts... Er ist jetzt vielleicht mal Toast auf dem Deck? Ne... Mittlerweile ist er halt ein anderer Steuermann... Weil er... Weil er müde wurde... Da sag ich's zur Ruhe... Er ist mittlerweile ein neuer Steuermann da... Soll ich mal fragen ob er... Irgendwelche... Irgendwelche Seemann-Geschichten... Seemonstern weiß oder sowas? Übernimm Curry... Äh... Würde nichts bringen... Der hat's an dem Tag... Schon was zu essen... Zu Mahlenbrot... Jaja... Schade... Da frag ich meine Gruppe... Soll ich den fragen... Ob er irgendwelche... Geschichten weiß... Ob er ihm auch übers Licht erzählen... Vielleicht hat er bessere Augen... Ich meine... Der Andra hat's ja auch gesehen... Okay... Jetzt kommt's... Der hat noch schlechtere Augen... Der sieht da gar nichts... Der hat so ne richtige... Maulwurstbrille... Hehehe... Ja... Da geh ich einfach zum Steuermann... Und frag ihn... Ob er irgendwelche... Seemanns-Geschichten... Über einem... Licht im Nebel kennt... Weiß ich... Er überlegt kurz... Und... Kommt dann mit... Äh... Mit der Geschichte ums Eck... Dass es... Äh... Dass es angeblich ein Geisterschiff geben soll... Und dies, das... Andern, das... Aber da äh... Werden sowas glaubt... Der spinnt selbst... Ihm werden sowas noch nicht vorgekommen... Also hab ich dir überlegt... Neb ich ein Licht... Was im Nebel ist... Kann neb ich auch ein... Anderes Schiff sein... Ich hab von dir... Das ist bestimmt... Überlebende von einem Schiff... Wir werden... Davy Jones... Äh... Von Davy Jones geentert... Ich hab wohl... Deswegen... Ich hab mal... Mein abgesägter Schrufe deswegen mitgenommen habe... Haben wir ein Reckungsboot... Wir haben ja den... Wir haben ja den Kurs geändert, ne... Um ein bisschen drumrum zu fahren... Eventuell... Aber das Licht bleibt trotzdem da wo es ist... Ja... Das heißt, es folgt uns... Bleibt darauf abstammt... Oder... Oder... Wir bewegen uns keinen Zentimeter vorwärts... Oder es hängt an uns fest... Ne... Es ist ja relativ weit weg... Wieso denn das festhängen? Kommt drauf an, wie lang die Tentaken sind... Zum Geisterschiff, ja... Ja, wenn's doch ein Gobul ist... Dann könnt's doch die... Ein Zwieler sein... So... Ja... Keine Ahnung... Dann... Dann will ich auch ihn... Auf das Licht im Nebel hinweisen... Er sieht... Zum Glück... Also dem musst du deinen... Kräger das nicht geben... Oder... Das ist ein Licht... Das ist ein Licht... Das könnte aber auch ein Leuchtturm sein... Ihr müsst denn... Insel dann nehmen? Oder Land? Eigentlich nicht... Wir haben eine unbekannte Insel entdeckt... Und denen das Licht im Nebel bekannt fuhr... Von irgendeiner Geschichte zum Beispiel... Kennen Sie dieses Licht? Ja, wer heißt Robert? Oh mein Gott... Versuch... Er guckt dich an... Du willst mir jetzt sagen... Dass da hinten ein Geisterschiff schwimmt... Oder was? Nein... Aber ich würde sie fragen... Ob es eine gute Idee wäre... Den Kurs ein bisschen zu ändern... Willst du da hin oder was? Nein... Wir haben den Kurs doch schon mal gerne gehabt... Ja... Vielleicht ist das... Ein kommentanterer Steuermann... Ja... Weil er eines nicht länger kriegt... Er hat das Ruder ein bisschen... Nach rechts zu drehen... Absolut korrekt... Ich guck jetzt echt nach unten... Auf das Schiff... Und schau... Ob das... Ob sich das bewegt... Bewegen wir uns? Nein... Ich geh hoch zu Jack... Nach... Ähm... Die Herren... Mösten Sie mir einmal kurz... Vorne zur Reden... Folgen? Bin der Meinung... Das Schiff... Steht... Und bewegt sich nicht mehr... Steuermann... Kommt ein bisschen blöder... Klemmt aber das Rad fest... Und folgt dir... So... Bin ich doof... Oder... Bewegen wir uns nicht? Da unten... Und unten seht ihr halt... Immer noch... Diese... 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 So ne... Wüstenbogen... Stimmt... Das ist wie ne Boje... Ich will erkennen... Wo... Ich will erkennen... Ob wir vorankommen... Das ist geil... Das ist jetzt echt smart eigentlich... So... Steuermann... Guck da unten... Habt ihr da gerade ein Glas... Das Wasser geworfen... Nein... Vor ungefähr 10 Minuten... Aber das ist immer noch da... Das Glas hat aber kein Segel... Das... 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 Das Wolfsband... Ist das Segel... Also... Also... Wir können sehen... Dass das Schiff sich nicht bewegt... Anscheinend bewegt sich nicht... Wenn ihr die... Wenn ihr das... Das Gelaster vor 10 Minuten... Ins Wasser geworfen habt... Kann ich... Sehen... Ob... Das Segel sich halt ausbreitet... Wegen dem Wind... Also dass wir Wind haben... Es sieht aus... Als würde... Als würdet ihr euch bewegen... Also es würde Wind da sein... Du fühlst auch... Dass Wind da ist... Aber... Ihr bewegt euch nicht... Jetzt wären wir auf Grund gelaufen... Ich glaub mal... Ich glaub... Einer muss mal ausstehen... Äh... Aussteigen... Aussteigen... Ne... Ne... Lass mal... Ich würfel... Noch mal auf Verborgenes erkennen... Aber diesmal... Ich guck wirklich in alle Richtungen... Ich schau mir alles noch mal genau an... Ob ich vielleicht eventuell noch... Irgendwo irgendwas erkenne... Tudis... Zu süßen Scheiß... Ich möchte mal nach oben gucken... Ob oben immer... Irgendwas ist... Ihr seht mich... Wollen wir mal schauen... Ob wir... Ob wir eventuell... Irgendwo hinten dran... Festhängen... Also... Also... Pass auf... Wir kürzen das ab... Ihr lauft aufs Schiff... Irgendwas komplettes Schiff rum... Ihr scheint nirgendwo festzuhängen... Äh... Ich wollte... Ich wollte fragen... Äh... Wie viele begehbare Etagen... Das Schiff hat... Oder wie viele... Wie viele Decks im Prinzip... Mh... 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 Drei... Also... Pass auf... Du hast... Du hast Deck... Dann hast du... Ja... Dann hast du Unterdeck... Da ist halt einmal... Küche und... Schlafzimmergedönse... Und darunter ist Frachtraum... Dann würde ich... Äh... Mal auf die... Etage von den Schlafzimmern gehen... Und... Am Boden horchen... Ob ich da irgendwas höre... Ich hab schon am Boden gehorcht... Du hörst mich... Ja... Auf der untere Etage... Deswegen... Du hörst mich... Weil vielleicht ist das Ding ja unter uns... Ich horche einfach nochmal generell... Oben am Deck... Wir hören nix... Wir hören nix... Ich will trotzdem horchen... Und ich hab's geschafft... Echt? Hast du so einen Hund, hä? Ich hab 60... Okay... Vorunterdeckt probiert zu horchen... Da weißt du natürlich weniger... Was? Ich da... Soll ich meinst du vorunterdeckt? Nein, nein... Ja... Du hast vorhin... Du hast vorhin den Kopf an Holz gehalten... Das meine ich nicht... Ich hab vorhin nochmal gezockt... Und... Na wobei... Ist ja... Auf jeden Fall... Rü... Wie beschreibt man das? Das ist... Das ist tatsächlich dumm zu beschreiben... Mach's mit Geräuschen... Kann ich nicht... Male mir ein Bild mit Worten... Male mir ein Bild mit Worten... Ich... Ich höre in der Ferne... Wie Leute... Enchanti singen... Oder sowas... Oder was... Joaah... Phil... Ich will dir ein Bild aus Worten... Äh... Ja... Du... Es ist halt wirklich... Dumms beschreiben... Pass so... Du kennst den Unterschied zwischen... Ähm... Normalem Wellengang... Und... Äh... Wenn du zum Beispiel... Kraulschwimmen machst... Ne... Ja... Ein anderes... Generell ein etwas anderes Geräusch... Und Wellengang macht ja... Ach so... Ein anderes Geräusch... Also du würdest sagen... Ich höre jemanden schwimmen... Ja... Schwer zu beschreiben... Okay... Ja... Es ist halt wirklich schwer zu beschreiben... Irgendwie... Weil... Das war... Klang jetzt irgendwie nicht so schwer... Also... Höre ich... Einen... Oder höre ich... Mehrere Leute die schwimmen... Du hörst... Mehr... Mehrere Sachen schwimmen... Ja... Ich höre mehrere Sachen schwimmen... Sachen... Also... Einmal... Einmal irgendein Ding... Und dann nochmal den Wolfgang... Naja... Ich höre auf jeden Fall wie irgendwas schwimmt... Also... Sag ich der Gruppe... Ey... Leute... Ich höre irgendwas schwimmen... Einen... Wer kann ich da? Ne... Ravin ist grad unter Deck... Die... Die die da sind... In der Zwischenzeit... Aber war ein Rettungsboot... Nein... Danke... Naja... In der Zwischenzeit... Äh... Hör... Es sind die anderen drei dann auch mal so auf den Trichter gekommen... Irgendwann... Irgendwas zu machen... Die ja immer noch Karten gespielt haben... Die ganze Zeit... Während die alle auf dem Schiffenraunt sind... Und alles... Und... Fragen euch... Was... Was ihr hier die ganze Zeit so am rumklamüsern seid... Zeig denen das Glas Wolfsbein... Das sich nicht von der Stelle bewegt... Also die gucken... Gucken da runter... Hast du das nicht vor einer halben Stunde da runter geworfen? Ja... Ist ein ganz schön fixes Glas Wolfsbein... Guck dich an... Warum hast du Wolfsbein dabei? Because of reasons... Lange Geschichte... Ja... Long story bro... Und ich höre noch Sachen schwimmen... Ja... Du meinst das Wolfsbein... Nein... Ich meine andere Sachen... Ich hab doch gesagt... Das ist ganz schön fix... Wie etwas oder wie jemand schwimmt... Ja... Etwas... Ich hab dich... Dann langsam... Es lebt... Etwas anderes... Jetzt das scheiß Glas Wolfsbein... Junge... Das ist... Das ist der ultimative Endforce... Hallo... Äh... Gefällt mir nicht... Gut... Äh... Dann... Dann will ich eigentlich noch zum Frachtraum... Du gehst einfach in den Frachtraum oder was? Nein... Nein... Ich will halt... Ich will halt sehen... Ob ich irgendwie Matrosen... Neh finde... Und fragen... Ob ich einen Frachtraum dürfte... Du findest einen... Dann sagst du ja... Nein... Ich würfel mal auf ihn... Dann... Da würde ich gerne fragen... Ähm... Ob ich da vielleicht mal in den Frachtraum reinschauen könnte... Ob da alles in Ordnung ist... Welcher... Welcher Wert ist zu ihm... Ach da... Das steht nicht... Die Intellenz ist das glaube ich... Die... Ja... Die Intelli-Klug-Wert... Äh... Wo ich grad mal 45 habe... Oh ich hab ne Idee... Also bin... Bin's doch... Robin hat sogar ne Idee... Robin hat ne Idee... Oh Gott... Er will das Voiceband wieder haben... Robin kommt... Wenn wir runter springen... Das Voiceband raus... Ne Robin... Du kommst auf die Idee... Er sagt ja nur die Idee... Keine gute... Ne ne... Pass auf... Ja ja... Aber Robin... Kommt auf die Idee... Dem Steuermann mal zu sagen... Äh... Sag mal gucken... Nein... Was passiert wenn er den Anker wirft... Ja demitsprechend mach ich das auch... Oh Gott... Unser Chef bekommt Streifen... Äh... Jetzt bekommt Karo... Was da... Pink... Pink Türkis bitte... Wehe dir... Du machst das... Ähm... Also soll ich den Matrose dann mit dabei fragen... Ob man mal in den Trachtraum schauen könnte... Ob doch alles auch in Ordnung ist... Ja... Matrose geht rein... Wir waren erst mal bei Anker... Ne... Aber er... Er ist doch ganz woanders... Oder ist das... Na ich bin ja... Ich bin ja schon... Bei Matrosen deswegen... Ja ja... Oder so... Die Matrose sagt... Von... Weiß zwar nicht was es bringen soll... Aber Matrose... Macht... Raum auf... Geht dann mit der Lampe einmal durch... Sind Kisten drin... Nice... Ja... Dann würf mal auf Verborgen... Er ist nicht im Raum... Loot... Ja... Kann ich dann so... In den Raum so reinloosen... Ja... Du kannst halt von oben durch die Duke gucken... Siehst halt nichts... Wirklich... Weil du keine Lampe hast... Hat der... Hat der Matrose mal auf Verborgen... Ja... Aber trotz... Du siehst halt... Von oben... Du siehst halt... Kleinen Lichtkegel... Du siehst nicht den kompletten Scheiß Raum... Dann würde ich ihn ja fragen... Wie ich runterkommen darf... Er sagt dir nein... Du glaubst... Ja... Mir... Ich... Dann... Dann will ich ihn da... Dann will ich ihn dazu überreden... Dass... Ich... In den Raum rein darf... Wir dürfen mal auch überreden... Ich weiß Robin... Du wirst wieder übergangen... Aber... Tatsache ist es gerade wirklich... Ich hab meine Brille gefasst... Achso... Tatsache ist es gerade... Wirklich auch das Ravits Erste... Aber... So... Er schafft es natürlich... Tatsache ist der... Äh... Matrose aber besser... Matrose... Matrose hat neun gewürfelt... Hahaha... Au... Matrose sagt nein... Der... 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 Man ist auch unentendet... Aber... Utter anderem... Weiß die Serie... Ich will es noch... Erstechen... Oder Bedrohen... Naja egal... Du kannst auch deine Ohre... verwenden... Super... Dann könnte er sich... Eine Minute... Dann könnte er sich... Eine Minute lang... In der Dinkelheit umgucken... Ja... Um sich da rein zu schmuggeln... Dann ist es dann trotzdem Dinkel. Ja, heißt nicht, dass er nicht die Lampe mitnehmen könnte. Von wem? Keine Ahnung. Ich hab ne Fackel. Der Fackel? Und? Ein Schiff rumeiern. Mit ner Fackel in den Frachtraum, ich würd das nicht machen. Ja, da ist Robin mit dem Störmann dran. Auf einmal ist da ein Pulverfass und wir fliegen alle in die Luft. Ja, wir springen jetzt wieder zurück zu Robin. Und was der in der Zwischenzeit gemacht hat mit dem Störmann ist halt... Anker hat er mit ihm gemacht. Ja, ja, also zusammen haben die halt den Anker geworfen und der Anker ist halt... Also der ist nicht Pock und man hat den Anker noch gesehen, dass er auch wirklich auf Grund gelaufen wird, auf irgendeine Sandbank oder sowas. Also der geht halt wirklich weit runter. Okay, also wir sind nicht auf Grund gelaufen. Das ist schlecht. Aber wir hängen fest. Das ist richtig. So, ich hab da mittlerweile bei der anderen reingekommen und sag denen, im Frachtraum scheint das okay zu sein, aber ich kann mich dort nicht genau umsehen. Wir hören Dinge auf uns zu... Der Anker fällt ganz normal ins Wasser. Wir sind offenbar nicht auf dem Grund, wir hängen aber fest. Was machen wir denn jetzt? eine Idee. Steuermann sagt dir, erst mal einen Anker wieder hochholen. Dann holen wir den Anker hoch. Anker lichten. Ihr lichtet halt den Anker und... Ich wollte schon mal sagen. Also alles geil. Ihr lichtet den Anker und guckt halt zwischendurch mal, ob das Glas Wolfsburg noch da ist und ihr seht das auch noch. Hallo, Wolfsburg. Wenn bei mir irgendwann Stabby ganz unten ist und ich so irgendwie Halluzinationen kriege, dann ist so mein kleines Wolfsburg-Glas mit Arm und Bein und kleinen Kulleraugen mein ständiger Begleiter. Mit Gugli-Eyes. Das Wolfsburg-Glas mit Gugli-Eyes. Ja. Er heißt Steve. Ja, hallo Steve. Nee, er heißt Wolfgang. Ohohohoho. Stimmt. Eigentlich ist der Wolfgang eigentlich. Äh, gib mir mal eine Sekunde. Curry hat mir grad eine Sprachnachricht gesendet. Okay. Der ist doch ganz schön lange einkaufen. Tja. Ja, vielleicht hat er wieder was im Auge. Sein Auto bewegt sich nicht mit von der Stille. So liegt es. Nein, nein, also Curry ist zu Hause, er muss aber noch den Kleinen ins Bett bringen. Von daher. Der ist gleich da. Okay. Okay, dann haben wir gleich noch so einen kotzele Typen in unserer Gruppe. Nice. Na ja, nach zehn Tagen wird auch irgendwann tipptopp tippt Naja, nach zehn Tagen wird auch nicht mehr viel drin, sondern in ihm. Der kommt nur noch Galle. Da kommt so ein Magen raus, Alter. Na gut, Alter, Mann. Was wollen wir jetzt tun? Ähm. Tja. Ich würd gern auch mal auf Idee würfeln. Nein, 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 nein. Okay. Nein, das würfelst du jetzt nicht. Ihr, ihr, äh. Ihr hört allesamt, da braucht ihr nicht mal drauf würfeln, wie, äh, also ihr hört wirklich Sachen auftauchen. Klar, äh, ich sag mal, also keine Wale, äh, kleinere Sachen hört ihr wirklich auftauchen in unmittelbarer Umgebung. Ab zur Reling und gucken. Ich nehm's, ich nehm's, Raterne mit. Angst, ich geh mit beiden Raterne an. Ihr seht, ihr, ihr guckt euch um. Ihr, ihr seid gezwungen, etwas zu hören. Oh. Was? Nochmal. Wenden gibt's. Ihr seid jetzt gehört, ihr seid jetzt gezwungen, das Lied Ice of Fire Keeper zu hören. Nein. Super Lied, by the way. Ähm. Kenn ich nicht. Dark Souls. Ah. Ja, gut, kenn ich dann. Äh, wie mir kommt grad, keep it knocking. Keep it knocking, bad, bad, bad. Gar, gar keine Musik laufen. Na, auf jeden Fall, äh. Ja. Ihr guckt nach unten und seht, wie irgendwas, was irgendwie menschlich und irgendwie fischlich aussieht, aus dem Wasser guckt. Oh, Gott. Oh, no. Sind das, sind das, sind das, kann man sich die vorstellen, so ein bisschen wie, wie die Piraten aus Pirates aus der Cabine? Nein. Zoras? Ich schätze mich eher so, Myrlox. Sowas eher in die Richtung. Myrlox? Ja, Myrlox? Ja, so Fischmensch im Prinzip. Nein, I am Myrlox. Oder wie Myrlox. Nee, keine Myrlox. Also, du meinst Myrlox, du meinst Myrlox König, okay. Myrlox ist ja, äh, ein Krebs. Ja. Der normale Myrlox. Äh, nee. Der Urdex. Sie hat halt wirklich, äh, du denkst, dich guckt ein Mensch an. Aber fischig. Ein fischiger Mensch. Ja. Ich ruf Hallo runter. Ich geh schnell zum Steuermann hin und sag ihm, er will ihm vorschlagen, dass sich die Matrosen gefechtsbereit machen. Er fragt sich zwar warum und warum man dem Menschen unten nicht hilft, aber... dann geh ich mit ihm zu Reling und schau... also, hilf ihm halt mit einer Laterne. Halt, mit dem Licht. Jo, what up, got the boost, man? What are you buying? Was erwiedert denn das Ding? Erstmal auf mein Hallo. Das erwiedert gar nichts. Guckt... Wie guckt es? Guckt es grimmig? Es guckt. Es guckt. Ich weiß, wie es guckt. Woodface. Was tut es? Es guckt. Es guckt. Es leuchtet blau. Erkennt jetzt der Steuermann, dass es jetzt nicht unbedingt ein Mensch ist? Er erkennt das, dass es nicht unbedingt ein Mensch ist. Das... Womel ist gerade super leise geworden bei mir. Ich bin super leise. Ja. Bei mir geht. Bei mir geht er auch hängen. Womel bin ich super leise. Er ist ein bisschen leiser geworden, auf jeden Fall, ja. Stell dich einfach lauter, wenn ich das hinbekomme. Nee, das würde ich lassen. Ich mache das selbst. Wobei, kann ich doch da, kann ich Ausgabe. Ich habe diese Sache ein bisschen lauter gemacht. Jetzt habe ich mich aber auch lauter gemacht. Crazy, ich habe dir ein Bild geschickt. So was nicht, ne? Nein. Das ist doch die Frage bei Pirates of the Caribbean. Hallo? Ich habe das Bild geschickt. Das sieht so aus. Das ist Ariel. Geht schon eher in die Richtung. Es sieht wahrscheinlich aus wie Harry Potter, der sich verwandelt hat bei Trimagischen Turnieren mit Kiemen und so. Aber es sieht immer noch aus wie... Ja. Bist du es, Harry? Liebe Harry, liebe. Kommt in sein Musical? Ja, was ist... Ihr seid jetzt in einem Bollywood-Film. Ihr seid aus wie nach Indien gereist. Ja, wir kriegen auf einmal das Bedürfnis zu singen und zu tanzen. Auf einmal kommt Charrocan. What the fuck? Hier ist eigentlich der Stolmer drauf, dass es der Serien ein Mensch ist. Nee. Was? Der bleibt ganz cool. Und dann frage ich jetzt nochmal nach. Wollt ihr wirklich den anderen Matrosen Bescheid geben? Er guckt dich an. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. und geht. Achso. Achso. Er hat nie wieder gesehen. Kann ich mir ein wenig Futter aus meiner warmen Kleidung rauszuppeln? Ohne alles kaputt zu machen? Ich glaube, du willst jetzt was zu futtern haben. Ich stelle mir gerade vor, weißt du, keine Ahnung, so Triton wirklich aus Ariel und du willst da Brotkrumm oder so entwerfen. Ich stelle mir gerade vor, wie dieser Hund so im Wasser schwimmt, da hochguckt und plötzlich kriegen so ein paar Brotkrumm mit dem Wasser mit dem Wasser zu tun. Oh Mann. Also wenn der Typ Triton's Dreizeck hat, dann sind wir im Arsch. Ja, ich wäre gerade angerufen, aber ist egal. Dominik? Also nochmal, kann ich mir ein bisschen Futter aus meiner Kleidung rauszuppeln? Ja, kannst du. Ich stecke mir das in die Ohren. Was? Ah, geile Idee. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Kannst du mir das abgeben, Philipp? Ich sag dem, ich sag meinem Kumpan, habt ihr schon mal was von Sirenen gehört? Ja, die spielen immer, wenn Feuer... Alter, Alter, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, du steckst dir die Bruttkrum nicht in die Ohren. Dafür müsstest du nämlich jetzt mal auf Orkutismus werfen, damit du weißt, was das ist. Hm. War nicht gerade die Rennung, wo das Ding eine Weibsch die gestaltet? Aber von sowas wie Sirenen hat man doch gehört. Ich würfel schon mal, kannst du dann nachher sagen, auf mich. Ja, okay, komm, wir würfelden alle auf Orkutismus und wenn wir drauf kommen, stecken uns das Zeug in die Ohren. Wenn nicht dumm gelaufen. Das heißt, irgendwer von uns muss kritten. Nein, das ist nicht dein scheiß Ernst. Crazy. Werte, Herr Dominik, Herr Game Master, ich würde mir ein bisschen Butter in meine Ohren schnäten. Du steckst dir ein Paket ins Ohr. So, ich würde mal sagen, ich mache mir meinen Haken. Ich würde trotzdem mal gerne fragen, kann ich erkennen, was die Weibschel gestaltet hat? Ja, hattest du, hattest. Okay, ich habe was zu essen. Ich sage meinen Leuten, Leute, das ist so eine Ohropax, das ist kein Ohropax, das ist jetzt so ein Verpackungschip. Dominik, ja, ich möchte bitte, dass das hier gleich die Battlemusik wird. Ich würde auch gerne mal auf Okkultismus würfeln, ob ich auch mal davon gehört habe. Das habe ich dir doch mal geschickt gehabt. Ja, ja, ich weiß. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, ne? Das Problem ist nur, das Lied ist zu wenig lang. Einfach auf, äh, 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 hier, ähm. Ich kann dir Ornstein und Smog anbieten. Also, 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 einfach auf Schleife setzen, das Lied. Oh, warte, das gibt es halt sogar auf Spotify, das habe ich mal gesucht gehabt, haha. Also, also wir stecken uns jetzt alle Baguettes in die Ohren. Ja, jetzt habt ihr alle so ein Stück Brot im Ohr. Jawohl. Ich will auch immer auf Okkultismus würfen, ob ich mal von Sirenen gehört habe. Na, mach das. Das Brot werde ich später aufheben und Rio unter das Essen schmuggeln. Naja, schade. Halt dich besser, Alter. Was habe ich dir getan, Junge? Aber du hast jetzt alle, dass ich hier, das Brot in die Ohren gesteckt. Wenn ich sowas bei einem Macher habe ich den auch bei dem auf ewig verkeilt. Und bei Philipp mache ich sowas nicht, weil Philipp ist nett zu mir. Ich muss gerade gucken, welche Sonate war das? Das war die 13. oder? So, wieder da. Was ist dir jetzt passiert? Ich stecke das lieber dem Pantologen zu. Was ist dir jetzt gerade passiert? Jetzt habt ihr alle Bucket im Ohr. Mehr ist nicht passiert. Nur der Pantologe, nicht? Ich würde gerne die anderen antippen, mein Jacket so ein bisschen aufmachen oder auf meinen Revolver zeigen. Zum Fragen im Gesicht. Ich deute das als Geste, dass er jetzt mit seinem Revolver rumspielen will. Ich glaube, er wird schießen. Dann fragst du halt, mit Kopfschütteln nein oder ja. Ich mache ein Aktelzucken. Bin mir da auch nicht so sicher. Smart. Oh man, der Crit, ey. Schön. Jo, okay. Ich würde gerne einfach mal eine Waffe anlegen und darauf zielen und gucken, was passiert. Du tust dies und als du auf das viel zielst, macht es den Mund ziemlich weit auf und jetzt würfelt ihr alle einmal auf Horchen. Mit einem Bohnen. Ich glaube, den Wurf würde ich erleichtern auf die Oropax. Das ist vollkommen korrekt, weil jetzt müsst ihr den verkacken und durch die Oropax habt ihr jetzt natürlich einen Bonus. Das finde ich scheiße. Wow, wir müssen verkacken. Ich habe 60 auf euch. Ich habe 42 auf euch. Ja, ihr müsst den verkacken, aber ihr bekommt halt alle nochmal 15. Ihr bekommt alle einen 15er Bonus, ja. Ich habe einen verkacken. Ich muss über 45 werden. Das ist richtig. Das ist also gut. Okay, dann. Okay. Das Zimmer machst du erst mal. Ja, erst mal. Robin, wir gehen beim Würfeln immer nach unserer Reihenfolge in der Discord-Lade. Egal, ich habe einfach gewonnen. Es ist einfach auch geil. Okay, du hast so oder so verkackt. Ja, Mann. Du hast es kritisch. Du hast es gar nicht. Du hast es einfach nicht. Philipp hat viele. Meine Oropax verschmelzt. Ich hätte es auch normal nicht geschafft. Ich sehe es jetzt. Ich sehe es, du kommst jetzt kritischer Folge. Du hast ja wirklich. Hier kommt der. Oh, nice. Oh, Gott, Alter. Simpel hat sich halt echt so ein komplettes Bucket in den Zorch hoch. Der hat sich jetzt gerade einfach das Trommelfelbe-Bucket zersteht. Bevor wir mal machen, wie kommt man auf das oberste Deck hoch? Ist eine Tür am Ende der Treppe? Ja. Da würde ich sie fragen, bevor die Matrossen hochkommen oder das kann ja nicht die Mathe hören, oder? Was? Also ich wollte jetzt einen Vorschlag bringen. Wir machen die Tür zu, damit die Matrossen nicht rauskommen. Vorschlag, ich schieße jetzt. Weil andere Leute kommen hoch, wenden sich gegen uns, ist eine bisschen schlechte Idee. Naja, aber Simpel war schon bei der Auktion, also Oh, wartet mal. Wartet mal. Ich habe gerade was vergessen. Ich habe zwei Sachen vergessen. Aber die eine ist nicht gerade. Ja, ich weiß auch schon eine. Wenn diese Leute, die Sachen essen. Sachen. Sachen. Okay. 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 Haben die andere Leute gehört? Natürlich. Vorschlag, ich habe keine Vorschläge. Dann probiere ich einen Nachschlag. Ja. Ich bin dann folgendes. Ich bin noch bei meinem Schuss, ne? Ja. Also. Darf ich? Du darfst. Okay. Wenn du schon so fragst. Mitten ins Gesicht, komm. Do it. 67. Ja, getroffen. Ich habe 70. Gut. Du schießt. Das Vieh hat aber einen Ausweichenwert. Gut. Das Vieh kriegt es aber nicht hin, auszuweichen. Nice. Okay. 6 Kamergewehr plus. Fernkampf. 1D12 plus 3 Schaden. Warte, was? Robin hat eine Kamera an? Robin hat ja eine Kamera an. So. Ey. Entschuldigung. 1D12 plus 3, ne? Ja gut, du hast also 5 Schaden gemacht. Ey, was? Nein, ich habe nicht gewürfelt. Das war... Du hast... Achso, wow. Weil ich gerade draufgeklickt habe. Egal. Dann habe ich halt nur 5 Schaden gemacht. Du hast 5 Schaden gemacht. Wie reagiert das? Yay. Das Vieh. Äh. Kannst du bitte aufhören damit? Auch immer das ist. Ich bin's nicht. Ähm. Ich vermisse dich. Das Vieh, äh, zuckt halt zusammen. Beziehungsweise, du hast es halt getroffen. Mhm. Okay. Gut. Genau. Robin, wolltest du nicht schon immer ein Pad haben? Da, go for it. Spring rein, kannst du tamen. Du musst dich nur hinten auf dem Rücken stellen und immer ho ho sagen. Ho ho. Ich will mal kurz zu unseren anderen... Nimm mal so eine Backpfeife geben. ...zu unseren anderen Kollegen darüber schauen, ob es mit denen alles in Ordnung ist. Nee, der eine von... Zwei von denen gucken halt. Auch auf das Vieh. Der andere, äh, hält sich den Kopf. Also der steht so da. Und hat voll weit aufgerissene Augen. Und schreit rum, mach, dass es aufhört! Okay. Der hört Dinge. Ich zieh mal einen Revolver. Schieß auf den Typen. Der ist hier zu laut. Der süste Typ auf den Kopf. Er wollte, dass es aufhört. Oh Mann. Ja, genau. Der, der es hört, ist Caleb. Und ich will es noch anschreien. Halt ihm die Ohren zu! Das macht er schon nicht. Das macht er doch gerade! Nein, nein, er hält sich am Kopf... Ja, ja, er hält sich die an der Stirn fest. Nicht am Ohr. Aber wenn ich an der Stirn verziehe, will ich die anschreien, ihr sollt eurem Freund die Ohren zuhalten. Ich bin eingefroren. Ja. Weil, er hat dann Lust. Dann Lust, ja. Auf was wolltest du jetzt schießen? Weil die alle haben zwischengeschrien. Auf die Sirene, oder als die Viecher so aus Wasser schaut. Und halt die Leute, die Typen anschreien, dass die ihm die Ohren umzuhalten sollen. Ja. Du schreist... Du, also, du... Wenn du, also, als du anfängst zu zielen, siehst du, wie noch sechs weitere von diesen Viechern auftauchen. Ich will schon noch das mit der Brunnen am Kopf ziehen. Okay. Und schreien auch die anderen an, es werden mehr. Also, ja, dann schieße ich halt auch das Ding. Wir hören nichts, wir haben Baguette gebraucht. Geschafft. Du schießt. Triffst. Dann roll ich den Schaden aus. Spezial Revolver. D10 plus 2. Nee, nee, dazu ist es kein Final Boss. Ja. Kenn ich die Zahl. Final Boss kommt noch. Dann Klick. Ich will doch mal schießen. Ja, stimmt. Du musst zweimal schießen. Also, hier will ich go again. Crit. Was war dein normaler Schaden, den du würfeln solltest? Ein D10 plus 2. Dann würfelst du jetzt ein D12. Ich mach mir schon mal ein Häkchen. Also, ein D12 plus 2 wäre das dann. Ja. Fuh. Jawohl. 13. 13 Schaden. Ich schieße den Vieh. Mitten zwischen die Augen. Und es fängt an abzugluckern. Nice. Blipp, blip, 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 blip. Ich schieße jetzt Batman-Typ aus. Die erste war die Wache. Die andere haben schlechte DVs. Jetzt muss ich mal kurz gucken, welche Revolver macht mehr Damage. Jawohl. Machen beide gleich, okay. Nicht schön zwischen die Augen. Ich nehme mal einen Revolver. Ziele und schieße. Schießt. Auf das nächste Vieh. Ja. Next Level. Ich glaube, du triffst, oder? Die Würfel. 64. Ich habe... Ey, warte mal, was habe ich? Danke. 70. Ja, passt, passt, passt. Da habe ich, ne. Uuuh. Und mache ein D... Ne, eigentlich ein Schaden. D12, ne? 1D10. 1D10 plus 2. Ja. Ja. Fuf. Geil. Das ist auch Fuf-Schaden. Und ich schieße noch einmal. Jetzt triffst du. Und mache noch einmal. 6. Wow. Ja gut. Zwei Schüsse haben aber gereicht, damit das Vieh anscheinend tot ist. Und auch abtaucht. Das sind einfach Aquatoiden, die halten nix aus. Sehr gut. Dann haben die nur 10 AP oder so. Da guck. Potentiell. Da. Leon ist noch dran. Ja, komm hier. Zack. Das sind mal 11 Leben haben die, ne? Das ist irgendwie so. Äh, warte. Das war ein D-Test gewesen. Hier. Wow. Streifschuss. Mal wieder. I love it. Na, da kann ich auch zweites Mal schießen. Alter, wir können alle treffen. Nice. Das wundert mich halt auch. Sechs Schaden. Sechs Schaden. Sechs plus vier sind insgesamt. Nein, insgesamt. Insgesamt sind sechs. Er hat einen anderen Revolver als ihr. Er hat nur einen D-10 Revolver. Was ist er? Warum? Weil er sich aufgerüstet hat. Ja. Aber er hat sie nicht. Aber er hat sie nicht. Okay. Hat das Vieh halt sechs Schaden bekommen? Ungefähr beim nächsten Schaden. So, jetzt sind... Ja, okay. Die Viecher schreien halt immer noch. Die schreien euch halt an. Ja. Die machen jetzt nicht so viel. Wir haben Baguette in den Ohren. Hallo. Ich schrei zurück. Wir haben Baguette. Ihr habt Baguette im Ohr. Hinter euch, Caleb. Hält sich halt immer noch im Kopf fest. Hält ihm seine Freunde jetzt mittlerweile... Naja, der eine hält ihm die Ordens zu. Also hält ihm so die Finger in die Orden und alles. Und der andere... Gibt den Bagpfeifen. Robin. Der Robin klopft wieder. Ja, es tut mir leid. Hol dir deinen Spinner. Kind, geh spielen. Ja, der andere... Ihr guckt den an. Und er hält einfach die Arme in den Himmel. Er holt seinen Stab raus. Wololo. Wololo. Eine große Vier steigt über seinem Kopf auf. Ja gut, also... Die Viecher machen nicht viel, oder was? Die Viecher machen nicht viel, nein. Sie schreien. Und wir haben Oropax. Wir können ein bisschen... Du meinst Protopax. Also ich glaube, ich habe Proaktion als letztes dran, wenn ich mich richtig erinnere. Was? Ich glaube, ich war der Langsamste von allen. Deswegen könnt ihr es mal machen. Äh... Ey, was? Es hatte doch jetzt jeder gemacht, oder nicht? Ja, also theoretisch... Ja, aber neue Runde. Und Anfang tut... Äh... Symbel. Ja, ich wieder... Okay. So, dann wieder 1d100. Plus 0. Ich treff nicht. Ein Schuss geht ins Wasser. Mhm. Naja, er hat aber auch ein Gewehr. Er darf nur einmal schießen. Ja. Es tut ein befriedigendes... Nächster. Die Zaunfass wert. Ich glaube, Robin und Rio waren, glaube ich, gleich schnell. Ja, ungefähr. Hau raus. Die waren auch gleich schnell. Du könntest sowieso wieder irgendein Shit... Stimmt, Rü... Rüger, das ist ein Kampf, du hast noch nichts gekrittet. Ja, ich weiß. Wenn Rio steht... Heiz. Strenge dich mal... Strenge dich mal an, ey. Okay. Also 6 Damage. Gut. Das nächste müsste untergehen. Ja, das eine Fee, was ja schon angeschossen war, geht jetzt auch unter. Jetzt habt ihr da noch 4 im Wasser. Komm, Cret. Das nächste Fee, Cret. Oh, daneben. Du könntest es onehitten. Ich habe aber daneben geschossen. Ja. Ja. Nix mit onehit. Ich würfel mal auf Glück. Nee, das ist nichts mit Würfeln. Abtrahler gibt es keine. In Wasser. Unter Wasser habe ich ihn viel getroffen. Ganz knapp daneben. Das kommt jetzt gar nicht mal in die Oberfläche. Okay. Und das nochmal? Trevor. Wie viel Scherben machst du? 7. Trevor versenkt. 7. So, bevor... Oder was denn? Ja. Bevor Ravel dran ist, habe ich aber gerade ver... Also ich habe nichts vergessen, sondern ich habe einen Fehler gemacht, was nicht so schlimm ist. Weil theoretisch ist einer von den NPCs vor dir dran. Und es ist der, der die Arme in den Himmel streckt. Wow. Der macht wirklich... Der macht wirklich eine Genki-Dama. Pass auf. Okay. Gut. Er streckt die Arme immer noch in den Himmel, aber auf einmal fängt es an zu regnen. Ich wusste. Ah, ich wusste. Er hat wirklich einen Scheiß-Regen-Tanz gemacht. Laaaaaa. Das ist ein Jaaaaaa. Aber das funktioniert so doch nicht. Jetzt werden die doch nur noch stärker. Wassertempo. Ja. Ja. Gut, dann schreien die Sirenen halt vor euch. Aber, ihr habt anscheinend die Intention dahinter nicht verstanden. Naja, ich merke schon. Es wird jetzt anfangen zu gewittern. Ne, jetzt, 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 jetzt sind die... Ne, es fing einfach nur an zu regnen, aber... Jetzt gluggert das, wenn die schreien. Ja, es können die Viecher rauskommen. Die gluggeln jetzt. Ich glaube, dadurch, dass jetzt Wasser in der Luft ist, können die Viecher hochkommen, oder? Ja. Das war überhaupt nicht die Intention. Das würde uns ja schaden. Ne, die Intention war, wenn ihr jetzt nach hinten guckt, Caleb hält sich nicht mal im Kopf fest. Warum? Weil der Regen zu laut ist? Vollkommen korrekt. Ah. Wie, der Regen ist zu laut? Ja, starker Regen. Regen ist lauter als das, was sie da schreit, beziehungsweise es gibt ihm halt einen Boni. Beziehungsweise halt einen Moralus auf Horchen. Ja, sehr gut. Sehen die Viecher jetzt so aus, als würden sie Interesse haben, hochzukommen oder so? Moment mal, das heißt, die Baguettes in unseren Ohren werden weich. Nein! Unter meinen Baguettes ist das Futter aus meiner Kleidung. Aber okay. So, wer ist dran? Also ja, nein. Ging noch genauso dort. Sie hängen da immer noch rum und schreien. Okay. Wer ist denn jetzt dran, denn? Nein, ich bin jetzt dran. Jetzt ist er, ich bin jetzt dran dran. Ich glaube, wir missverstehen die einfach. Die wollen uns gar nichts Blödes. Die wollen uns eigentlich nur was modifizieren, dass wir das nicht abkönnen. Das wissen die gar nicht. Also. Die wollen jetzt bestimmt was verkaufen oder sowas. Dann lade ich die nächste Kammer und will auf die Kasse schießen. Dann kommt wieder da Damage rein. Selbst wenn du da eins würfelst, ist das Vieh tot. Den müsst ihr nicht würfeln, du kannst doch mal ein Spiel hier schießen sofort. Okay. Das hat schon sieben Schaden bekommen, wenn du da eins würfelst, 1 plus 2 sind 3, das sind 10. Ich habe schon herausgefunden, dass die Viecher 10 AP haben. Das war gut. Das war halt wichtig für den Spaß. Gut, overkill ich das Vieh halt nicht. Von mir aus hast du noch overkill. There is no kill, but overkill. Dann. Schieß hier das zweite von rechts. Das ist scheißegal, okay, du schießt. Stimmt. Was ist, wenn wir uns wirklich nur was verkaufen wollen oder sowas? Ja, so taucherns Züge, so. Ja, schau, taucherns Züge. Haben sie ja immer mit für uns, um mit uns über Gott zu reden? Nein. Ich glaube eher, die wollen über Neptun reden. Also dann, ja, das nächste Blubber und das ist eins angeschossen. Okay, wir machen also Kombo, ja. Ja, okay, hinter euch. Ja, hinter euch. Kehle pelt sich ja jetzt nicht mehr im Kopf, der kommt jetzt auch an die Reling. Und streckt seinen Arm aus. Nach vorne. Oh Gott, nein. Jetzt macht er auch irgendwas, Alter. Guck, guck, gib mir deine Rande. Ein rechtsorientierter. Gib mir deine Rande. Er steht einfach, er steht einfach so an der Rede. Er steht da da so. Was für ein wunderschöner Tag. Grüße euch. Mit den Menschen. Er macht's da. Er winkt einfach so. Hallo, Papst. Er hält seine Hand nach vorne und konzentriert sich. Und der andere, ja, der steht halt da hinten immer noch rum. Du musst dich vor dem drehen und so vor ihm. 3, 15, 27, 110, 15, 53, 87. Caleb, gib dir eine Wackpfeife. Ja. 1, D4 Schaden, komm. Okay, die Viecher sind wieder dran. Der C, der hat einfach den Bären hinten. Nein, die und ich haben doch noch gar nicht. Hä? Nee, nee, doch, doch, doch. Ravva hat doch die letzte Aktion gemacht. Ich bin ja der letzte. Ravva ist der letzte Aktion. Das heißt, Zimbel ist dran, theoretisch. Aber jetzt erst mal die Viecher dran. Erst mal die Viecher, aber dann Zimbel. Die schreien rum. Nein, die hatten Wassertempo. Die waren nach dem Regen vor euch dran. Die haben rumgeschrien. Jetzt sind sie zuerst daran. Sie schreien rum. Nichts geschieht. Das eine hat Sturzbrach. Das hat Slow Life, das heißt, macht mehr Damage. Bin ich dran? Sturzbrach, Platscher. Wie viele sind die überhaupt noch am Leben, Alter? Drei. 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 Also, ich bin dran. Ja. Äh, sehe ich das Licht noch? Ja. Bewegt es sich? Nein. Ich schieße auf den Vieh. Ich schieße auf den Vieh. Äh, okay. Ich will hier vorschlagen, nicht aufs Angeschlossene zu schießen. Pass auf, das ist der Respawn. Okay, ich treffe. Mach ein D12 plus drei Schaden. Komm eine 7 und dann ist Go. Ah, schade, macht 6. Oh, wait, das war ja schon angeschossen von Rabbel, ne? Hm. Damit, Blubber zu. Rio. Blubba, blubba, blubba. Ja, das ist schade. Ich? Okay. Wow, ich schieße daneben. Okay, das nicht. Äh, Rio, ich will nur anmehren, wie du auch für kleine Schüsse mit deinem Revolver hast. Oh, scheiße, stimmt. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Oh, was ist denn an anderen? Ich lad nach. Wie, Reepa, schmeißt den ersten Revolver weg. Trifst so ein Vieh am Kopf. Ich lad nach. Und der Revolver fährt wieder zurück nach oben. Ich hätt eh nicht getroffen. Ich hab einfach mit einer leeren Kammer geschossen, also verbrauch ich lieber Schuss. Was? Oh, nicht super. Mann, du bist dran. Ja, einmal darf ich nur. Neun, trifft. Sieben. Wieder. Ne. Damit ist das nächste Vieh angeschossen, so. Scheiße. Los, Rave, kill es. Nee. Caleb ist dran. Äh, nee, nicht Caleb. Der, 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 der Regentänzer, der tanzt immer noch seinen Regentanz. Cool. Cap, cap, capa, capa, lores, capa, capa, lores. Ja, der hat inzwischen Marakas. Ja. Hallo, 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 hallo. Plötzlich kommt die Queen. Okay, bin ich dann jetzt wieder dran? Ja, jetzt bist du dran. Dann steck ich meinen starken Revolver weg und zieh meinen normalen Revolver. Ja. Und schieße. Du schießt. Kannst du dich auch dual wielden und dann viermal schießen? Das, da hat es der paar Accuracy. Äh, mach mal an. Ja. Egal. Wenn ich lieber weniger treffe, darf ich überhaupt was treffen. Ich finde das schön, wie einfach dieser Kampf ist, dank Zimbel. So, dann. Ja, das mit den Ohren. Einmal den Zehn, denke ich. Das ist ja schon eine Roller. Mit dem Okunzisten-Kriff, war das ziemlich geil. Ja, ich will mal liebst nicht was Angeschossener schießen. Zu spät. Zu spät. Hast du vorher nicht gesagt, ja. Oh, Wackel! Mir genau zwischen die Augen. Der Kopf zerplatzt einfach. Der Kopf zerplatzt einfach. Und die anderen kriegen Sicht marflos, die sehen es nicht. Die schreien trotzdem rum. Den anderen fliegen so beim Freien das Blumen in den Mund. Ja, genau. Die Schmatze. Die Glasflasche mit Wolfsburg schubbt da immer noch. Ich bin auch mit Gehirnresten jetzt dran. Ich möchte später nochmal runterspringen und das wieder mit ihm. So, und dann nächster Schuss. Das so vielleicht nicht tun. Ja. Meinst du? Ja. Warum? Ist das auch eine Mär, man weiß nie. Es ist ja noch zwei übrig, oder? Ja. Siebzehn. Acht. Okay, der nächste stirbt. Einer ist noch über. Treffer versenkt. Das hat also so acht Leben oder wenige. Nein. Du hast noch acht plus zwei. Er hat doch so einen anderen Revolver gezogen. Der hat doch nur einen neuen Damage, oder? Okay. Stimmt. Oh ja. Das sind acht. Dann nehmt das Fino. Treffer fasst vor Ringen. Gut, jetzt ist ja eh der Siegheiltyp dran. Das ist der Siegheiltyp. Siegheil. Ja. Na komm, was macht ihr jetzt? Feuerregen. Nee, das wäre nicht gut. Das wäre nicht gut. Nee. Feuerregen funktioniert nicht. Ja, auf einmal brennt das Schiff, ihr sterbt alle. Ja. Heißt der Titel, Camino ist lit? Nein. Heißt du, aber doch Caleb. Oder Caleb. Der ist legit. Heißt du, Camino ist Caleb lit? Ja. Zufällig Calepso? Oder Calips Camino, äh, Camino ist es lit? Calepso. Mir ist Calepso. Calipso, wenn schon. Oi, oi, Calipso. Meine Revolver kriegen bei jedem Kinn ne Kerbe? Naja. Irgendwann hat er kein Revolver mehr. Ja. Ja. So ein Riffelgewehr, weißt du, schießt damit, dass du... Ja gut. Ach, du siegst Revolver, Alter. Der steht da halt immer noch und konzentriert sich. Gut, der konzentriert sich mal. Wenn er sich noch länger konzentriert, dann ist der Kampf schon vorbei, bevor er irgendwas machen kann. Okay, die Viecher schreien immer noch. Oder das Viech. Ja, nee, zwei. Zwei sind es nur. Das eine hat halt nur zwei AP. Ja. Ja, stimmt. Ich schieß mal auf das... Das eine Viech schreit nicht, das jammert eher. Ja. Ich schieß auf das Nicht-Angeschossene. Oh, nee. Du schießt auf das Nicht-Angeschossene. Ja. Schieß. Ja. Komm, do it. Grit, weg. Jawohl. Du triffst. Aber du brauchst keinen Schaden zu würfeln. Okay. Ängster K. Nein. Er hat vielleicht jetzt nachzuladen. Ah. Ah. Ich hatte das gerade zunächst um zwei vor. Ich darf aber trotzdem hart verzogen. Zeitlupe fängt an. Drückt ab. Pum. Passiert nichts. Klick, 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 klick. Oh, Mann. Das ist so bitter. Kriegt er trotzdem den Bonus? Den Bonus kriegt er. Er hätte kritisch getroffen. Ja, okay. Aber es passiert halt nichts. Ja, gut. Dann... Doch, es macht Klick. Ja. Es macht Klick. Es hat Klick gemacht. Ein ganz melodisches Klick. Klick, klick, klick. Klick, klick. Ach Gott, nein. Klick, 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 klick. No. Klick, 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 klick. No, please, no. Okay. Ähm. Ich hier, oder what? Du. Gut, ich habe ihn auch geladen. Das heißt... Come on! Crit! Oh, K. Klaus. 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 Klaus, griffen, bitte. 9 Damage. 9 Damage. Damit stirbt das eine, 4 auch. Und jetzt ist nur noch eins da. Ich werde nach. Klipp nach. Rios noch dran. Ja, abwechselnd, aber egal. Ältere. Ich wollte nur einmal. Scheiß, Maus. Das erste einfach, oder? Ja, ja, ja. Ist sowieso getroffen. Los, Tio, mach das Ding weg. Aber ich meine halt nur generell für den Fall halt. Ja, ja, für den Fall ist es immer das erste. Nix, schätze mal fast, dass es wieder auftaucht. So, mein Maus ist echt kacke. So, er hat 6 Damage kassiert. Klett nach. Du nimmst nach und dann darfst du trotzdem noch einmal schießen. Ja. Brauchte nur einen. Wolltest du hoch und hoch nachschlagen? Eigentlich nicht, oder? Doch. Er hat auch 6 Schuss. Doch, muss er. Ja, muss er ja trotzdem. Ja? Ja, er hat schon 6 Mal geschossen. Er hat schon 6 Mal geschossen. Okay, gut. Dann schieße ich mir beim normalen Revolver. Auf. Ja. Treffer. Und ich muss minimal 4 Damage machen. 7. Overkill. Treffer versenkt. Gut, damit sind da jetzt keine Viecher mehr. Äh, gut. Deine Schubchanz da immer noch so ein Regenschanz. Ich lasse mal die Pause und lade meine Waffen nach. Ich lade denen auch nach. Wieso denn Pause? Es ist doch noch der Caleb jetzt dran. Richtig. Ja. Keine Pause. Der konzentriert sich aber weiter. Dach. Okay, das heißt, ich bin jetzt dran. Ja. Ich schieße auf das Licht. Ein Ziel. Ein der 100. Äh. Nein. Habe ich jetzt nachgeladen oder nicht? In der letzten Runde. Du hast jetzt nachgeladen. Schießt. Ja, meine Presse. Okay, gut. So, ich treffe. Klick. So, ich treffe. Ja, du treffst. Mach ich Schaden? Nein. Okay, was passiert? Gar nichts. Hast du Nebel geschossen? Ich habe das... Okay, ich habe genau auf das Licht geschossen und es ist nichts passiert. Das ist vollkommen korrekt. Ich gebe das der Gruppe weiter. Das haben wir gesehen. Ich habe gesehen, dass es geschossen ist, aber die Kuh habe ich nicht mehr gesehen im Nebel. Okay. Ja, gut. Ja, gut, ne? Ja, gut. Das ist ja der Typ immer noch. Die Hände am Kopf. Ne, ne. Das ist doch der Typ, der jetzt mittlerweile schon die drei Runden lang so neben dir steht. Ich lade noch währenddessen nach. Ja, ich lade auch nach. Ich lade auch noch mal die eine Kugel nach. Gut. Ja, alle noch. Du bräuchtest ein Zweikammergewehr oder so, dass du nicht nachladen musst. Ein Zweikammergewehr? Jetzt hat er ein Fünfkammergewehr. Du möchtest mal gucken, was bei uns so ein Doppelläufiges. Das ist so ein Doppelläufiger Travel. Das Kalibers dann so groß, Panzer brechend. Warte mal, hat Kammern? Dann muss er doch nicht so oft nachladen. Da ist dann noch ein Schuss. Ja, aber er wollte nachladen. Pro Kammer ein Schuss. Er wollte aber nachladen. Ich wollte gerade einfach nachladen, weil ich nur noch fünf drin hatte. Jetzt habe ich wieder sechste. Nevermind. Hast du nicht ein Fünfkammergewehr? Ich? Ja. Nee, Sechskammer. Hattest du dir nicht ein neues gekauft? Ja, das war Sechskammergewehr. Sechskammergewehr plus, habe ich hier stehen. Okay. So, was macht denn der Hände-Typ? Der Hände-Typ streckt immer noch die Hand vor und fängt jetzt an zu schreien. Hattest du, Kammergewehr? Das sind ja drei Typen. Moment. Der eine streckt seine Hand vor, der andere macht die Hand in die Hände hoch und der letzte... Der steht rum. Hallo. What the fuck? Holy shit. Holy shit. Bist du laut, Alter. Holy shit. Alter Schwede. Na Daniel, waren die Regler auf dem Mikrofon voll aufgedreht? Alter, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Holy. Curry ist ja nie geworden. Wie ist das? Was ist das, man? Ja. Okay. Na gut, während er anfängt zu schreien, nehme ich mal so ein bisschen Futter raus und schreit seine Freunde an. Was zur Hölle macht er da? Sich konzentrieren! Und schreit! Ich rufe auch, worauf? Was schreit er denn? Schreit er einfach nur so oder schreit er irgendwas? Es gibt's hier alles. Er schreit einfach. Will mit schreien. Wäre der sein können, dass er jetzt sein muss. Robin stellt sich neben Caleb und schreit. Worauf konzentriert er sich, habe ich gehoben. Robin macht den Tidus. Das war schon eine Sache, Alter. Raaaaaa. 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 Es tut mir leid, ich bin sehr laut, aber ich weiß, die Haare nicht. Ohohohoho. Alter. Was machst du? Holy shit. Alter. Junge. Ah, herrlich. Du musst nur schreiten machen. Alter! So hört sich das also an, wenn die Dinger schreien. Wir brauchen gleich auf euch ein Würfel. Alter! Meine Ohrstöpsel rein. Ich kann mal erst die Sirene. Keine Ahnung, Daniel. Sind vielleicht die Regler an deinem Mikrofon voll aufgedreht? Dreh mal alle komplett runter, bitte. Nein, nein. Daniel hatte dasselbe Mikro wie ich. Wir haben hier vorne, hier hinten sind zwei Regler. Der eine bestimmt, wo am Mikrofon aufgenommen wird. Der andere bestimmt, wie stark aufgenommen wird. Und hier vorne ist noch einer, der bestimmt die Lautstärke. Wenn die alle drei voll aufgedreht sind, dann übersteuert man des Todes. Mach nicht den Spaten. Er macht doch immer den Spaten. Ist eventuell irgendwie ein Kabel nicht richtig drinne? Ja, probier das mal. Probier mal, die Kabel rauszuziehen, wieder reinzustecken. Mein Ohren explodiert jetzt, glaube ich, hoffentlich zumindest nicht mehr. Beschrift in ein Mikro. Okay, Bugfixen bei PNP, das kommt mir gut. Alter Scheiße, holy shit, Alter, ich nutze die Zeitung, gehe auf Toilette. Mach das. In der Zwischenzeit können wir hier nichts machen. Der Typ hat jetzt wirklich geschrien. Was? Der arme Typ. Ja. Er hat ganz schön laut geschrien. Oh ja. Oh Gott. Oh. Oh. What? Oh Gott, ey. Der war nicht so gut. Raviv. Ja? Geh. Bald ist der Elf der Elfte. Ich will, dass du nach Kölle fährst und zu denen in Kastballe fährst. Nein. Nein. Büttenrede. Nee, nee. Danke. Danke. Wo ist mein Würfel hin abgehauen? Ach, schön. Gefindet. Daniel, sag mal was. Ich habe Angst. Warte mal. Wir probieren. Wir probieren. Wir probieren. Wir fällen Selbstzerstörung hin. Wir probieren jetzt. Nein. Live Bugfixing. Nein. Und das Stöhnen des Publikums ist das. Ist ein Sponsum. Das ist ein Applaus. Du. Angry Duting. Genau, er spielt einfach so mit. Du hältst das Telefon an deinem Mikro. Unsere Technik. Der Liedtitel beschreibt es. Ich weiß nicht, was für ein Lied bei dir läuft. Ich habe nur ein Twitch-Shit von Lied. Abandoned. Abandoned by God. So, geht er da. Geh doch mal dein scheiß Handy, Alter. Abandoned by Curry. Ich will, Ador, ich habe mein Rechner eben ausgemacht. Wie ist ja alles gerade. So, startest gerade ein Rechner neu oder was? Ja, da bin ich mich totgefahren. Ich muss noch alles erfinden. Ich hoffe, mein Mikro irgendwie, aber ich habe alles, ich habe ja nichts verändert. Ja, wie gesagt, ansonsten probier mal, das Kabel rauszuziehen und wieder reinzustecken. Ich habe ja gemacht und dabei ist mein Rechner... Achso, deine Grafikkarte war wieder oder was? Nee, man. Ging mal aus, aus. Achso, ging aus. Ich hatte verstanden, rastet der aus. Rastet der aus. Ich, 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 ich verleule, ich bin jetzt. So. Oh Gott, nein, nein. Das hat immer noch extrem laut. Bei mir ist es okay. Ich habe mal auf 10% gestellt. Ich habe auf 7% gestellt. Oh, Alter. Das ist so ein bisschen was in die Konform. Oh, ich weiß es nicht. Ja, ich hau doch nicht, jeder darf. Stellt ihn doch runter mit der Lautstärke. Ja, ich bin gerade dabei. Aber Emma steuert halt immer noch wie so ein weiß-nicht-was. Ja, ich verstehe halt trotzdem nichts. Nee, verstehen tut man nichts. Ich auch nicht. Aber weniger Hörsturzgefahr. Das stimmt. Daniel, du bist dir sicher, dass alles, alle Regler komplett unten sind? Das war ein Ja. Eventuell mal hochstellen. Hattest du das Kabel raus und wieder rein gezogen? Das hört sich dann so an. Das hört sich halt echt an, wie so eine Meme-Compilation. Ja. Ja. Wieso ist eigentlich mein Stream Deck aus? Weiß ich nicht. Auch nicht. Ich starte es gerade mal manuell. Daniel? Sollen wir wieder Live-Bugfixing per Team-Viewer beschreiben? Das ist nicht das erste Mal, dass ich das on-stream mache. Nice. Ich mache auf meiner Pfeife derweil wieder einen auf Hidget Spinne. Keine Ahnung, woher das kommt. Jetzt übersteuert er zumindest schon mal nicht. Oh, das sieht schon mal gut aus. Ja. Ja. Okay. Okay, aber steuert doch noch. Scheiße. Man. Und jetzt? Immer noch. Und jetzt? Immer noch. Äh. Immer noch. Ja. Geh mal bitte in die Windows-Einstellung und guck mal, ob da dein Mikrofon auf volles Rohr gedreht ist Das wäre 100 Stell dir mal bitte runter Ich bin jetzt bei 50 Noch ein Stück Noch ein Stück Null 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 klingt gut Was? Null klingt gut Willst du mich verarschen, ich muss mit dem Mikrofon 0 stehen, damit ich mich hören Naja, du übersteuerst aber immer noch Das ist doch scheiße Warte mal Ist mir so krass wie vorher Ist dein Cynapse aktuell? Kein was? Achso, ja stimmt Ich weiß nicht Guck das mal bitte nach Ist der, will ich jetzt leiser? Ja Okay, und jetzt? Lauter Lauter Lass jetzt einfach sein Abtastrad auf, keine Ahnung Jetzt bist du mega leise Waren bitte mal vor, wenn du dich wieder lauter stellst Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Wo hast du jetzt was umgestellt? Schreib das mal bitte im Chat Irgendwo Ganz, 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 ganz leise hört man dich, ja Und jetzt? Oh, das klingt gut Du übersteuerst schon mal nicht mehr Ich hab dich jetzt aber auf 200% Du bist mega leise Ja, ich auch Ja, ich auch Ja, warte mal Ich aktualisier mal den Razor-Quartier Ja, mal Aktualisier mal bitte Cynapse Der müsste ja nicht holen Die Raza-Synapse Raza-Synapse Ja Dann bin ich gleich wieder da Ja Okay, bevor Bevor er gleich wieder hier reinkommt Übersteuert des Todes Ich hab ihn wieder auf 100 gestellt Solange der neu startet, können wir ja weitermachen Ja Finde ich gut So Also, ich hatte gerade eben einmal gerufen Und gefragt, worauf er sich konzentriert Auf das Licht Okay, auf das Licht Was können wir machen? Okay Was ist mit dem Licht? Frag nicht so dumm und lass ihn sich konzentrieren Na gut Na gut Dann riss ich mich wieder auf den Stuhl Setz mich wieder auf den Stuhl Setz mich wieder auf den Stuhl Setz mich wieder auf den Stuhl Ach, ich habe nicht gestürzt Egal Ähm Okay, LeCreative kann auch gegen das Licht Ja, war so Ihr Seht wie es auf einmal wirklich Tag hell wird Okay Aber nicht vom Licht aus Sondern wirklich wie eine Halbkugel um mich herum wie, als wenn ihr in der Schneeglocke seid. Oha. Jetzt würfelt ihr bitte alle mal auf Stubby. Beziehungsweise, nein, ihr würfelt nicht auf Stubby, sondern ihr würfelt alle einen D4. Okay. Oh, da hat jeder Damage. Vier. Einen. Okay, aber Ryo hat beides mal eine Eins gefüllt. Okay, Ryo bekommt also nur einen Stubby-Schaden. Rommel bekommt zwei Stubby-Schaden. Ich brauche noch zwei. Meine liebe Wolfsbund, vielleicht werden wir uns hier ziehen. 58 Stubby. Tragen wir selber ein, ne? Ja, tragt ihr selber ein, bitte. Gut. Okay. Faust Stubby. Ja. So. Ihr guckt euch halt ein bisschen um und seht halt, dass ihr halt in einem Leuchtener Halbkugel seid, die auf einmal anfängt, wie Glas zu zerspüren. Dann ist er wieder. Und auf euch runter zu regnen. Und hier unterbrechen wir nochmal ganz kurz. Daniel? Nein, sagt aber noch nichts. Hör auf zu klopfen. Dude. So ist er in dem Beschäftigung. Klopp auf deine Tischdecke oder klopp auf deine Decke. Hol dir deinen Fidget-Spinner. Ich hab hier halt auch die ganze Zeit das Handy, was ich im Kreis drehe. Ich hab meine Pfeife. Bäh. Okay. Okay. Gibt es eine Fahrrad? Warte. Oh! Oh, das klingt gut. Hört ihr mich? Ja. Hört ihr mich gut? Ja. Du steuerst nicht. Und jetzt? Jetzt aber steuerst du. Mann. Nee, steuert nicht. Ist halt nur laut. Ja, okay. Er ist gut. Du bist einfach nur mega laut, ja. Okay, warte. Ich hab's runtergepegel. Ja, nee. Du hast halt nur mega laut. Ja, so ist in Ordnung. Und bleib mal. Verstell nichts mehr. Wir stellen nicht lauter oder leiser. Nee, ich geh jetzt erstmal noch. Ich geh auf 90 und dann mach ich Ende. So. Jetzt bin ich auf 90. Ich glaube, jetzt kann ich auch ein bisschen weiter wechseln und labern. Gut. Ich hoffe, dass hat sich lange gedauert. Das war eine Geburt, das glaubt ihr nicht. Sowohl, dass wir uns brauchen, als auch das einstellen. So. Also, Glas trägt noch mal uns runter. Ja, also, was aussieht wie Glassplitter, trägt mich runter, ja. Spüren wir die? Nö. Okay. Und so schnell ist Tag hell wurde, so schnell ist es wieder stockduster. Also richtig duster, oder wie? Ich glaube, der Mond ist geplatzt. Hat ja nur zwei Stunden gedauert, bis Curry hier ist. Geht ja noch. Ich geh runter und hol meine Fackel. Äh, ich nehme meine Öllampe, die auf dem Tisch steht. Ja. Gut. Es regnet noch, ne? Es regnet noch. Ja, gut, ich bleib... Also, bleib... Also, geh ich nicht hoch, sondern bleib so in der Tür nach oben, halt. Stimmt, ich sollte mir so Regensounds da machen. Von den Märchen. Mein Bruder hatte mich halt gerade gefragt, wegen der Amazon-Nummer von den Tablet-Spitzen, die wir haben. Also, sonst würde ich unseren Kollegen fragen, was das gerade passiert. Naja, du hast gesehen, dass dieses Licht da hinten jetzt nicht mehr da ist, ja? Ja. Rat mal, was das Licht da hinten verursacht hat. SS-Schönes-Schiff. Okay, aber... Ah ja. Wieso? Ich sag, war das jetzt alles nur Illusionen, oder was? Er zeigt aufs Wasser. Siehst du da was? Du guckst ins Wasser und siehst eine Flasche Wolf-Bahn. Wir bewegen uns nicht. Ja. Hört ihr mal eine Glotze? Jetzt gerade nicht, nein. Auf jeden Fall, ja, wir bewegen uns nicht. Das hat uns hervorgerufen und wenn wir jetzt noch ein paar Minuten warten, vielleicht bewegen wir uns ja. Weil, du siehst, dass die Viecher da unten nicht mehr da sind und du siehst, dass das Licht nicht mehr da ist. Vielleicht bewegen wir uns wieder. Ja, hoffentlich. Dann gucken wir mal. Gut, Caleb geht jetzt zu dir, Robin. Äh, jetzt eher zu dir, Robin. Und du brauchst mir nicht ins Ohr zu schreien, wenn ich mich konzentriere. So. Die drei setzen sich wieder an den Tisch und spielen weiter Karten. Ja, gut. Ja, hab ich jetzt auch gesagt. Jetzt ist ein bisschen Orgfort. Ich setze mich dazu und möchte mitspielen. Ich setze mich auch dazu. Gut, ich spiele aber nicht mit und mache mir eine Pfeife an. Gut. Dann spiele ich auch mit. Ich hätte so, auch das wollte ich noch, die Hinterfragenzeit nicht mal weiter. Die setzen sich da jetzt einfach zu. Das ist so nach dem Motto, für die ist das normal, dann ist das für uns jetzt auch, äh, geht das, Taco. Ich wollte mich halt dazu setzen und hier mal ein bisschen ausfragen. Ja, das wäre dann halt so die Intention gewesen. Gut. Spielt ihr weiter Karten und, was könnt ihr machen? Ah, und sag mal, also, ich verstehe jetzt, dass das Licht jetzt diese Kugel ja vorgerufen hat. Aber, du hast nichts davon erklärt, was die Kugel zu tun hatte, was das Licht zu tun hatte, ein bisschen Infos wären nicht. Caleb schaut dich an. Okay, anscheinend, äh, pass auf. Ihr seid nicht zum Jagen hier und wir sind nicht auf Studienreise. So viel steht hier jetzt fest, ja? Das, was hier gerade abging, ihr habt die Viecher im Wasser gesehen, die Dinger nennt man, anscheinend, da wusste ja einer von euch, dass ihr, ihr habt euch da ja anscheinend irgendwas in die Ohren gestopft. Warum habt ihr das gemacht? Warum weißt du denn, was da vorgeht? Ich hab mal in einem Buch etwas über Sirenen gelesen. Das eine Mal, dass das auf, das ist, das ist auf hoher See, beziehungsweise auch in Flüssen, dass es Wesen gibt, die aussehen wie Menschen und halt einen verzaubern können. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, ey, Ohren zu stöpseln. Und sagen wir so, wir haben, das war nicht das erste Mal, dass wir irgendetwas komischem begegnet sind. Und deshalb bin ich auf komplette Nummer sicher gegangen. Ja, guck dich an. Was meinst du mit was komischem? Dass wir nicht auf reiner Durchreise sind, haben wir ja schon gesagt. In Wirklichkeit, ja, wir jagen quasi genau so etwas hinterher gerade. Warum? Also wir jagen ja eigentlich nicht wirklich sowas hinterher, wir wollen ja eigentlich rausfinden, Stuff. Ja, wir wollen etwas rausfinden. Über die ganze Stuff. Genau, wir wollen wissen, woher dieser ganze Kram auf einmal kommt. Wir wollen wissen, warum geschieht das. Deswegen sind wir auf dieser Reise. Monster Hunter, pen and paper. Ja. Oder die drei Sterne werden wieder von Trüffel irgendwas zensiert. Ja. Alles klar. Ihr jagt so'n Krams, wir jagen so'n Krams. Okay. Was sind eure Gründe? Was unsere Gründe sind? Richtig. Viecher sind scheiße, greifen uns an, kämpfen gegen. Das wäre ja genau das, was dein Freund gerade sagt. Hm. Das klingt gut. Das klingt tatsächlich nicht schlecht. So wie es bei uns war. Äh, wer hat's, äh, die Kumpel, das stört, Caleb? Ja. Das ist genau das, was du gemacht hast. Er hat sich konzentriert. Ich möchte dich daran erinnern, dass Caleb aussieht, ich hab ihn letztes Mal beschrieben, wie ein 80er Jahre Hippie. Also, er sieht halt aus wie Bambus. Bamsus. Nicht Bambus. Dann würde ich mich erst mal ihm bedanken. Für die Hilfe. Er meint, er sagt es schon gut, ihr habt ja auch am Anfang gegen die Viecher gekämpft. Ihr habt es dir vom Heiß gehalten, wir haben das kaputt gemacht. Passt schon. Darf ich sie mal etwas fragen, Caleb? Was los? Das, was sie da getan haben. Ja. War eindeutig Magie. So, das ist ja klar. Hey, hey, ich bin intelligent. Ähm, wir sind davon alle ziemlich fertig geworden. Passiert das jedes Mal, dass alle Leute ziemlich fertig davon werden, wenn das genutzt wird, diese Magie? Ja. Okay, gut. Mehr wollt ihr nicht wissen. Wenn er jetzt sagt, ja, das ist wichtig, dass man davon voll fertig ist, warum ist er dann gechillt da und kann auch alles machen, was er will? Du weißt nicht, wie viel Stubby er hat. Richtig. Okay, also er hat eine ziemlich krasse Magiefähigkeit, die Stubby kostet, und zwar einen. Das ist gut zu wissen. Eben. Du siehst, dass die Typen nicht bewaffnet sind und mit Magie um sich schmeißen, da werden die wahrscheinlich mehr als drei Stubby haben. Bullshit. Aber dazu jetzt eine Frage, habe ich demnach jetzt Abzug bei meinen Magie-Punkten oder bei meinen Stubby-Punkten bekommen? Stubby. Stubby. Das habe ich jetzt... Das ist bei Mana abgezogen oder was? Okay. Okay. Ne, vor allem hier. Die Lauf wieder. Da mir auch nirgendwo. Sonst soll ich irgendwelche fragen? Ja, jagt ihr was Bestünde hinterher? Nein, wir töten alles, was uns über den Weg läuft, was in die Richtung geht, was nach Monster aussieht Okay, denn wir haben einen Beweggrund, wir möchten etwas über einen Familienangehörigen, der eine Expedition hierher geführt hat, herausfinden Wer herführen wollte Ja, das heißt, wir werden auf unserer Reise garantiert Monster begegnen Das klingt schon mal nicht so geil Aber ihr habt da einen scheitenden Arsch voll Waffen dabei Wir sind sehr gut ausgestattet Wir haben unsere Waffen, ihr habt eure Magie Richtig Naja, Magie kann man lernen Waffen kann man kaufen Als ob du so viel Geld hast, sagt der Spöttisch Ich sag, stimmt Stimmt auch nur wieder, sorry Kann mir aber so ein leichtes Grinsen nicht verknallen Oh man, ja Das stimmt auch nur wieder Magie kann man lernen, das ist ja eine interessante Geschichte Jetzt hören Sie Herren mal Könnte man im Austausch gegen irgendetwas, etwas von Ihrer Magie lernen? Haben Sie an irgendetwas Interesse? Ja, pass auf, er erklärt dir jetzt so die Grundlagen von Magie Effektiv Lange Rede, kurzer Sinn Es ist nicht unbedingt, also so nach dem Motto Streck die Arme in den Himmel und Hey, ho, let's go Regen Sondern das funktioniert effektiv mit sowas wie Ich sag mal, Runen Oh, also effektiv, du, 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 du Hallo, hallo, Test, Test Hallo, 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 Ryo Machst du mal viel? Echo, Echo Hat man mich die ganze Zeit nicht gehört? Nein Ja Nee Also ja, also man hat die nicht gehört Na geil Schon so, ne? Weißt du, ich will ja da und versuchen so Ja, ihr scheint ja relativ erfahren zu sein Könnt ihr uns vielleicht ein bisschen was beibringen? Hey, ho, let's go Regen Crazy 2017 Ja, da crasht mir ein Swords Ich denk mir so, okay, hallo, hört ihr mich? Hallo, hallo, Test, Test Nein, das hatt ich nicht gehört Geil Ja gut Sagt euch, er hat jetzt zwar nur eine Rune dabei Aber die würde euch wahrscheinlich auch so geben Machst du eine Rune? Ja Hast du auch nicht zugehört gehabt? Nee, ich hab grad Discord neu gestartet Achso Achso Ich frag hier, um was für eine Rune es sich handelt Naja Effektiv Streck die Hände in Luft und lass es regnen Hm Ja gut Oh, okay, Brev ist soweit Ja Nee, die will ich nicht Ist echt so Ich frag in die Gruppe, darf ich? Oder möchte wer? Gönn dir Nee, die will ich nicht Ich glaube kein Interesse, danke Schlechte Erfahrung Ich würde noch hier fragen Kann ich erstmal die Rune annehmen Nimmst du, nimmst du, nimmst du die Rune an Ich glaube, das ist auch schön, deswegen Okay, ist die Rune jetzt in Form irgendwie, ist das ein Stein oder ist das auf dem Papier gekritzelte Rune, die ich irgendwo anders drauf malen kann? Nee, nee, das ist so ein Stein Also ein Rune Stein Okay Den musst du verwenden oder was? Äh, nee, soweit du Pass auf Die drei konnten das anscheinend Deswegen ist bei dem, die haben mal so mit der Rune rumgespielt, hat denen das erklärt, hat dem die Rune so gezeigt und alles Hab ich ein größeres Objekt hier Der war jetzt das Pellet Ja Sobald du, du packst dieses Pellet halt an Es fängt halt an, blau zu leuchten und Dieses Leuchten geht halt in deine Hand über Dann wird der Stein halt So ein Stein Oh krass Das ist ein Stein Was tut das? Es leuchtet blau Ja, okay, gut Das ist ein Dragon Ball Gut, dann kann ich den jetzt meinem Inventar hinzufügen Den Stein, ja Als Waffe oder als Gegenstand an sich? Nee, der Stein ist jetzt nur noch ein Stein Du hast den Zauber jetzt gelernt Der Stein ist jetzt ein Stein, du hast den Zauber jetzt gelernt Okay, ich hab den Zauber jetzt gelernt Also hab ich jetzt den Zauber Kannst du es Regen machen Du kannst es Regen machen Okay Der Stein ist jetzt noch ein gewöhnlicher Stein, das heißt man kann ihn wegwerfen Theorie Wenn wir was brauchen Also ist das jetzt ein magisches Artefakt So, magisches Artefakt Runenstein Der Stein ist nur noch ein Stein Du kannst jetzt die Magie Ach, ich kann jetzt die Magie Okay Diese Rune hat sich auf dich übertragen Der Stein ist nur noch ein Stein Das war im Prinzip ein Skillbuch Wow, okay Gut verstanden Wo trage ich das jetzt ein? Keine Ahnung Magie Oder von mir aus auch bei magische Artefakte Dann weißt du es wenigstens wiederzufinden Ja Also kann ich jetzt Regen Ich kann Regen Ich kann Regen Ich kann Regen Regen Ich kann, äh, Zau Ah Zauber Doppelpunkt Ach, guck mal, da steht Ja, da steht sogar Obskure Bücher Zauber und magische Artefakte Ja, Zauber Ja Okay, also Mich wundert es gerade das Ravid Den ich wollte Wieso? Ich könnte Wetten machen können Ich wette, ich kann es regnen lassen Das ist immer eine kurze Frage Würde ich genauso schnapp wie verlieren Was sprichst du in den Gegend auf die Taschnur zu benutzen? So, ich Okay, ich Ich frage ihn einmal Aber Regen machen Ist halt wenigstens Naja, braucht man nicht Jetzt unbedingt im Kampf Theoretisch Regen machen kannst du Aus dem Thema Pass auf Daniel Ja Kann man Regen im Kampf gebrauchen? Oh ja Siehste Siehste Ich bin gespannt Wie ist das Spiel? Hauke und Fauke Hauke und Fauke Hauke und Fauke Hauke und Fauke Da war Regen der Shit Du kannst mit Regen vor allem voll gut Stavesangriffe planen So, okay Also ich kann jetzt Regen hervorrufen Gut, dann frage ich ihn jetzt einmal aus wegen Stubby-Punkte und blablabla. Möchtest du? Pass auf, der Regenzauber ist halt nicht so der krasse Zauber, dafür verbrauchst du keine Stabby und Regenzauber braucht halt einen Magiepunkt. Weißt du, was mir jetzt grad nicht gefällt? Simbles Characters setzen Counter von Kaminis. Braucht er zaubert mehr Runden zum Wirken? Ja, also eine Runde Vorbereitungszeit. Also effektiv, du castest den und Molotov kommt jetzt los, scheiße. Der steht immer hinter der Ecke. Also ein MP und eine Runde Vorbereitung, Zauberregeln hervorrufen. Also Molotovs im Kampf werden jetzt scheiße. Wenn ich das möchte. Also wenn der Gegner welche nutzt, ist das super. Ja. Dann würde ich halt Kelle fragen, da wir beide Gruppen ähnliche Beweggründe haben, hätten sie denn kein Interesse sich an uns anzuschließen? oder zumindest uns weitere Tipps zu geben in Bekämpfung gegen Monster? Ja, mit mir selbst würde ich auch nicht gerne reisen wollen. Na, ich meine, wenn sie Monster töten gehen, können sie auch mit uns Monster töten gehen. Was? Das ist richtig. Ich wüsste halt gerne, ob die uns was noch weiteres beibringen können. Irgendwas im Kampf gegen Monster. Ich hab halt gerade, ich wollte ja gerade echt ein bisschen was Rave gesagt haben, weil ich hab's akustisch echt nicht verstanden. So, naja, wenn sie Monster töten gehen, können sie auch mit uns Monster töten gehen. Naja, aber je mehr umso dümmer. Achso. Achso. Ja gut. Das wäre ich genauso. Weil, ähm... Je mehr Leute du in einer Party hast, umso mehr können die sich gegenseitig behindern. Ja. Ja. Na gut, stehen dann voreinander rum und ich finde auch, dass wir Rio mal rauswerfen sollten. Super. Okay, mal überlegen. Wie viel hast du im Kampf schon gemacht? Sagt die Person, dass Eimach-Glas in den Ozean geworfen hat. Ja, daran haben wir dann rausgefunden, dass wir nicht vorankommen. Theoretisch hat er dafür gesorgt. Ja, theoretisch hat er dafür gesorgt. Das müssen wir ihm lassen. Das müssen wir ihm lassen. Aber ich weiß immer noch nicht, was der Kreis im Keller sollte, der im Kampf gezogen hat. Oder... Oder so... So Sachen halt. Naja, bei nem Golems hat er es probiert. Er hat nur daneben geschlagen. Hehe. Er war immer stets bemüht. Ja. So, okay. Ähm, ich möchte die Leute noch fragen, ob sie sich ein bisschen auskennen in der Gegend, wo wir gerade auf dem Weg hin sind. Oder ob das jetzt ein Ritt ins Blaue ist. Ich schüttel den Kopf. Okay. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen über okkulte Sachen allgemein? Irgendwas? Also... Theoretisch? Ja. Ja. Okay, wer... Er guckt also auf Ryo's Machete. Und auf eure Waffen. Mit was kämpft ihr da? Äh, äh... Alle möglichen. Alles zwischen Nah und äh... Fernkampf. Ja. Wir fragen nach dem Material. Alles was... Alles was funktioniert. Ah. Naja. So. Eisen. Alles Metall. Eisen. Stahl. Super. Stahl ist Metall. Metall ist kein Eisen. Womit benutzt... Womit schießt ihr da? Zeig mal ja. Nimmt sich einfach den Revolver und klappt den so aus und lässt ne Kugel rausfallen. Okay. Ist das... Ist das... Normaler Stahl? Das ist normaler Stahl. Das ist normaler Stahl. Normal. Cool. Okay. Funktioniert. Gibt besseres. Zum Beispiel? Silber. 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 Oh, Schmiedbesuch incoming. Notizbuch. Silber. Der hat noch nichts gesagt. Sind besser. Null. Okay. Also Silber. Also Silber. Also Silber gesagt. Ja, ja. So. Ähm. Silberkugeln werden teuer. Wir... Ja, ich mach das schon. Ähm. Gib's noch. Gib's noch. Gib's noch. Du hast keine Bank in Finnland. Vergiss das nicht. Ja, ich hab aber 200 Pfund mit. Ich hab Ravin nicht verstanden, weil er zum Teil Roboter, zum Teil wurde drüber geredet. Mhm. Geben wir jetzt auch andere Alternativen zu Silber? Ja, das was wir jetzt haben. Guck, er überlegt ein bisschen. Wenn du's schaffst aus dem Regentanz einen Weihwasser-Tanz zu machen. Ja. Weihwasser! Yes! Ah, Supernatural-Skills. Comments incoming. Okay. So, jetzt sag ich nochmal, wir haben hier nochmal ein Buch. Könnten sie da... Ja, das könnte ich nämlich auch vorzeigen. Was ist mit Salz? Ich würd noch... Ich würd noch gern fragen, was ist mit Salz? Funktioniert zur Abschreckung. Wie wäre Munition aus Salz? Oder gefüllt mit Salz? Er guckt sich an und sagt... Das wär so, als wenn ich dir jetzt diesen Stein und wieder diese Rune... ...und wirf dir den Stein an den Kopf. Aber leicht. Also der wirft dir den jetzt so... Hat das wehgetan? Was? Guck dich an, hat das wehgetan? Okay, warte. 1d12 damage. Warte, warte. Ja, das auch. Munition aus Salz. Schrotflinte. Die Rune geht aus seinen Kopf über. Er hört's doch jetzt in der Regen. Ja, genau. Was hättest du gesagt? Munition aus Salz. Merkst du selber, wa? Ey, Supernatural funktioniert das. Ja, die schießen aber auch mit Schrotflinten. Das ist... Ja, und dann hol ich mir noch die Schrotflinte. Genau darum frag ich ja Steinsalz. Das mein ich ja. Aber wie gesagt, die... Hast du das mal... Warte mal, warte mal ganz kurz off-topic. Hab ich da gerade irgendwas nicht mitbekommen? Oder... Soweit ich weiß, benutzen die Supernatural die Schrotflinte mit Steinsalz halt... Die machen halt keinen Schaden, also... Damit töten die nichts. Ja, die benutzen die meisten... Die machen das meistens bei Geistern, ja. Ja, aber die Menschen können die damit nicht umbringen. Ne, das ist halt... Das macht schon... Das würde schon Aua machen. Das würde definitiv... Das tut richtig weh, aber es tötet keinen. Ja. Genau. Das wäre nicht tödliches Geschoss, aber es würde schon Aua machen. By the way, Steinsalz werden dann halt auch Brocken aus Salz, also hochkondensiert. Mhm. Ich glaub, es würde mehr Sinn machen, diese Schrottern mit Glasschlüssen zu laden. Also im echten Leben gibt es das halt und... Die Steinsalz würde halt in die Haut schon eindringen, aber es würde halt nicht sehr tief... Tiefe Wunden geben. Wird halt vom Körper sogar reabsorbiert und... Dadurch fast namenlos. Ja, ja. Aber es tut halt scheiße weh. Ja, das... Das schon. Und du kriegst natürlich Frakturen, also ganz schön heftige Blutergüsse und blaue Flinken. Ja. Aber... So. Okay. Ist er auch... Gut. Dann ist Headwumpe. Tetsu... 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 Tetsu genau... Genau deswegen. Da könnt ihr ja auch einfach eine Schrotflinte vorne laden. Also einfach... Sich so ein Steinschloss holen. Und einfach so Salzsteine vorne reinstecken. Da hat er dann seine... So eine Lecksteine von... Ja. Ja. Was anderes könnte ich mir halt nicht vorstellen. Weil... 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 So wirklich so Steinkristalle gab's damals halt nicht. Da könntest du ja ein bisschen Kochsalz vorne rein. Tee. Dann hast du Rockrepierer. Weißt du erstmal so schön Schwarzpulver. Salz hinten rein. Ja, jawohl. Und nichts passiert. Kannst die Waffe direkt in den Müll hauen. So. Okay. Wir zeigen den Leuten das Buch. Genau. Schön mit der markierten Seite. Können sie uns was dazu sagen. Schönes Buch. Ne. Guckt sich die Seite an. Geschichte. Ist... Halbwegs akkurat. Aber... Das was da markiert ist... Ist... Humbug. Also der Tal... Wenn Sonne und Mond verschmelzen beginnt die Apokalypse. Ja. Das ist falsch übersetzt. Und eigentlich würde es heißen? Richtige Übersetzung? Wenn Sonne und Mond gefressen werden. Wenn Sonne und Mond gefressen werden. Dann kommen die Frostbeulen. So. Eine Idee was das bedeuten könnte. Dass jemand ziemlich großen Hunger hat. He he. Das ist ein Steinbeißer kommt. Der hat Hunger. Der hat Hunger. Der wird den Mond fressen. Ja. Ja. Also du fragst ja was das bedeuten könnte. Ja. Er zeigt halt auf die beiden äußeren Wölfe. Auf die kleineren. Wenn die beiden das schaffen Sonne und Mond zu fressen. Dann ist hier Land unter. Okay. Und die beiden sind anscheinend tatsächlich existierende Kreaturen. Das weiß man nicht so genau. Das weiß man nicht so genau. Okay. Gut. Ja gut. Sehr gut. Also sind wir tatsächlich auf der Suche nach den Wölfen. Klammer auf. Gefressen. Von den Wölfen. Okay. Boah. Simmel macht schon mal einen Zukunftseintrag für Ravel. Und wer sind die beiden? Boah. Gefressen von den Wölfen. Weißt du? Oh man. Was hatten wir nochmal mit den Wölfen? Was sagen sie doch? Ich kann nicht lesen. Was hatten wir nochmal alles mit Wölfen erlebt bis jetzt? Was war da nochmal? Äh gar nichts. Ja haben wir gar nichts erlebt oder? Kannten wir nicht sogar schon die Namen der Wölfe? Ja richtig. Da war doch was. Ja habt ihr euch die aufgeschrieben? Na ja. Kräuter wohl. Wolfer Fenrir. Ja. Fenrir. Ich hab's mir nicht aufgeschrieben. Dangit. Ich weiß die sogar auswendig. Warte. Das sind... Skull und Harti. Skull und Harti. Skull und Harti. Skull, nicht Skulli. Harti. Also in der Wiki steht Skulli. Skull und Harti. Der Fenrir. Der Fenrir ist nicht zu verwechseln mit den Wölfen Skulli und Harti. Er heißt aber Skull. S-K-O-L-L. Okay wenn die alle heißt H-T-I. H-T-I. H-A-T-I. Brake Champions? Anscheinend. Geil. Aber ich weiß nicht woher. Egal. Ist das bei Steam? Ja das kommt bei Steam. Dann spielen wir heute Abend nochmal ne Runde. Dann spielen wir später nochmal Brake Champions. Ist das bei Steam? Ja. Ich guck mal ob das überhaupt startet. Ups. Likes Likes. Ah du warst vielleicht... Hä? Das kann sein. Du fachst. Alpha Beta ist jetzt. Alpha Beta Gamma. Irgendwann hab ich's doch nicht. Wo waren wir? Bei Diskussions Skulli und Harti. Weil... Ihr habt irgendwas rumgeschrieben. Ich hab das grad alles aufgeschrieben. Ja. So okay. Gut. Wir sind auch noch auf... Hä? Was rauscht da? Wir sind grad dabei das ganze zu lokalisieren. Findet man hier irgendwo Einträge darüber... Wo das ganze sein könnte. Wir haben hier auch noch Aufzeichnungen. Archäologische Aufzeichnungen. Sorry. Ich hab hier grad einen Fügel gehabt. Schluß. Wasser. Man hört das Flugzeug immer noch. Ja. Das ist by the way kein Scherz. Wenn man bei Daniel ist, dann hört man wirklich die Flugzeuge die ganze Zeit. Nice. Nervig. Wow. Ja, äh... Rumgeschrieben, äh... Wenn der... Er guckt halt ein bisschen durchs Buch. Findet da keine Karte. Guckt sich diese Karte von... Die ihr da habt an. Guckt sich die sich ein bisschen genauer an. Zeig die den anderen beiden. Die gucken sich so ein bisschen an. Wir haben absolut keinen Scheiß an, wo das sein soll. Hm. Okay. Schade. Gut. War ein Versuch wert. Das werden wir noch rausfinden. Okay. Kann ich auf Psychologie würfeln? Kannst du. Weißt du, ob sie lügen? Ja, in dem Fall schon. Und du so. Ja. Ich hasse das, meine Maus. Na, du hast gewürfelt. Ja. Hab ich nur einmal? Gut, ich hab 40, hab ich geschafft. Du hast 18 bei dir. Ja, ich hab 40, äh, in Psychologie, mein ich. Ach so. Deswegen, ich hab's geschafft. Ja, hast du geschafft. Nö, nö. Anscheinend scheint er die Wahrheit zu sein. Na gut, dann. Mach ich das Buch wieder zu. Steck's ein. Und sag zu der Gruppe hinein. Wahrscheinlich wohl das Schlimmste auf der Fahrt geschafft zu haben. Ja, hoffentlich. Jupp. Und hol, äh, den Whisky, den ich weggenommen habe, raus. Okay. In der Zeit ist halt, äh, einer von den dreien aufgestanden. Schaut über die Reling. Okay. Irgendwie, irgendwie schwimmt das Glas uns hinterher. Bewegen wir uns immer noch nicht. Es schwimmt uns hinterher? Ich hab doch gesagt, das ist ein flötter Schwimmer. Das heißt, wir treiben. Und zwar in eine Richtung. Äh. Das ist nicht gut. Entweder das, oder wir stehen still. Ja, eben. Möchte mein Fuß ins Wasser? Ja, komm. Töööööö. Langen Fuß. Seh ich den Wellengang beim Schiff? Hat er sich bewegt? Nein. Ja, ja, das... Glaub schon. Das hatte ich ganz zu Anfang mal gefragt nach dem Kampf, weißt du, das ist... Wahrscheinlich war ich da schon gar nicht mehr zu hören, deswegen... Das kann sein, dass du einfach irgendwann aufgehört hast. Ich hatte jetzt wirklich gefragt, so, keine Ahnung, ich geh jetzt an die Reling, gucke runter, seh ich, ob das Schiff sich bewegt. Ich bekam einfach nie ne Antwort, deswegen, okay. Ich glaub nicht. Ich glaub, es kam nicht an. Ich kann mich erst nicht an. Ich kann mich erst nicht an, alles klar. Oh ja, da kommt. Dann muss ich Traitor sein. Oh, ich hab ein Spiel gefunden, das man denn da spielt. Den Anker hatten wir gelichtet, ne? Ja. Den Anker hatten wir gelichtet. Ja. Ja, gut, wir kommen also... Was macht denn die Crew? Wie sieht denn das... Die, 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 äh, guckt langsam raus. Die steuern so fröhlich vor sich hin, die denken, wir fahren noch. Ja, die, also der eine Steuermann guckt halt so raus. Und guckt, ob ihr noch alle lebt, weil er halt Schüsse gehört hat. Alles in Ordnung hier oben? Alles gut. Oh, hallo. Oh, hallo. Alles gut. Alles gut. Fast alles gut. Es ist allerdings sicher, sie können wieder rauskommen. Ach so, ja. Ähm, wie sieht denn das Segel aus? Aufge... also weht es, oder? Nee. Also windstill. Ja, genau so. Ja, gut. Das treiben wir eventuell nur rum, weil es windstill ist. Das kann sein. Ungewöhnlich auf dem Meer. Ja. Das auch. Nein. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, let's do it. Das ändert im... Das ändert im... Das ändert im Sharknado. Das will ich nicht. Ja, bitte keinen Tornado an. Wenn du seenkrank geworden bist. Okay. Du, du... Rave, der Glückswert bestimmt in dem Fall einfach, ob das ein schneller Tod ist. Nö, ich hab eigentlich noch irgendwas ausgedacht. Ja. Ich würde mal sagen, Rave hat, glaub ich, 40 Glück oder sowas. 50. Plus 10. Ja, 60. Ach so, schade. Ja, 65. Lull. Ich will trotzdem kein Tornado. Nein. Ich schon. Nein. Na dann, ruhig zum Stolmann rüber. Wir bewegen uns nicht. Haben wir's dafür irgendeinen Plan? Einmal an die Ruder. Stimmt. Haben wir Ruder. Er sagt... Wir haben uns schon vorher nicht bewegt. Wieso sollten wir uns jetzt bewegen? Naja, vorher war das Segel aufgeblasen, jetzt nicht. Dann ist wahrscheinlich Wind still. Also abbraten und Whisky trinken. Gibt... Gibt's ne Alternative? Haben wir vielleicht Ruder? Bei so einem großen Schild? Ich wollte gerade sagen, er guckt dich an. Sehen wir aus wie Wikinger? Also ganz paddeln. Na ja, wir wären mit den dreien... Wären wir schon mal acht mit den Matrosen. Keine Ahnung wie viele Leute. Neun. Kappa. Für einer. Ja okay. Hast du ne Mehrere an Bord? Ja ja. Ja gut dann. Wenn alle anpacken würden und rudern könnten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir brauchen sehr lange Ruder. Oder wir warten. Oder wir bräuchten mit den Rudern durch das Schiff durch. Das ist ne gute Idee. Vor allem bräuchte dir sehr viel Kraft. Ja. Ja. Ja gut. Wir können jetzt noch zwei Sachen machen. Warten oder noch einmal rumgehen und gucken ob wir noch irgendwas sehen. Also eigentlich drei Sachen dann. Warten, rumgehen oder Tornado. Ja. Stimmt. Oder Tornado. Ich würde auf meine Tasche nur schauen und sehen wie spät es ist. Warum guckst du immer auf die Uhr? Na es ist so... Nein. Zehn Uhr rum. Naja. Wo soll ich sonst denn gucken um die Zeit zu erfahren? Auf die Sonne? Wozu willst du die Zeit erfahren? Das ist die Frage. Warum nicht? Ich guck auch die ganze Zeit zwischendurch bei mir jetzt auf die Uhr. Eben. So. Guck halt gerade was. Äh. Ich hol mir jetzt was. Ich geh jetzt was. Äh. Also ich würde abwarten. Ich meine, wenn kein Winter ist, was soll man machen? Abwarten und essen, trinken. Ich würd gern einmal rumgehen und auf Verborgenes erkennen würfeln, um zu gucken ob ich noch was sehe. Tutis. Ich hab nen Strich gemalt. Frühstück ist eh um 6 Uhr. Ja nö, ich seh nix. Ja nö, ist riesen scheiß. Äh. Wie kann man denn jetzt eigentlich radieren? Einfach mal fahren mit dem Mauszeiger. Äh ne ne, du hast links in der Auswahlleiste hast du so einen Mauszeiger mit dem kannst du wie bei Windows so Auswahlkästen machen. Ja. Und dann wird alles von dir ausgewählt was eine Zeichnung erkannt wird. Ah, okay. Und dann kannst du einfach äh delete drücken. Okay, was? Boah. Delete ist da. Ja okay, gut. Ich würfe einfach mal auf Idee. Äh. Hat's Philipp jetzt geschafft? Nö. Ich hab nix geschafft. Nein. Und da hatten wir ja ne Idee. Schon wieder eine 18. Geil. Ich hab ne Idee. Hab ich ne Idee? Hab ich überhaupt ne Idee? Hab ich ne gute Idee? Nein. Du hast keine Idee. Du bekommst die Idee, dass Käse mit Schinken richtig lecker ist und veränderst die Welt. Du bekommst die Idee, dass Käse mit Schinken richtig lecker ist und veränderst die Welt. Du bekommst die Idee, dass du langsam schlafen willst. Ich krieg die Idee, dass ich ne Ananas auf ne Pizza tun möchte. Ja genau. Dann findest du die Kleebirne. Versteh mal nicht warum so viele Leute Ananas auf Pizza verschreien, das ist mega geil. Echt mal. Ich find's okay, sagen wir so. Also ich bestell's mir sehr selten, aber wenn's da steht, dann nehm ich's auch. Ich find's lecker. Mhm. Vor allem dann noch mit Schinken lecker und Käse. Egal. Ja. War so richtig schön auf Topic hier. Also, gibt's nicht. Ne, ist nicht. Das heißt, ich wünsch einen eine gute Nacht. Um 6 gibt's Frühstück. Ich will was essen. Und gehe meine Kredite. Ja gut. Dann gehen wir jetzt alle pennen. Ja. Mach meine Tür vorsichtig auf, wenn mein Streichholz nicht zerbricht und der krieg ich schlafen. Er denkt halt nicht an sein Streichholz, alter. Gut, du tust es. Der scheiß D4 fällt immer vom Tisch. Weißt du, wie kann diese Form ein D4 vom Tisch fallen, während der D20 daneben liegt? Und der nicht vom Tisch rollt. Und wieso verherdern sich Kopfe oder? Bei mir nie. Bei mir auch ganz selten. Das ist 6 runterfällt. Ne, die Form. Irgendwas muss ja schief gehen. Hm, Symbol, da bist du glaube ich alleine. Ja, das weiß ich. Aber es ist... Ich liebe es. Also, gehen wir alle schlafen? Ja. Gut. Gut, dann geht ihr alle pennen und... Vielleicht geht es den Pathologen auch mal besser. Ja. Welchen Tag haben wir denn jetzt eigentlich? Nach dem Schlaf? Nach dem Schlaf müsste es Tag... ...11 von 14 sein. Ja, klar. Ah, okay, das ist doch schon mal gut. Muss ja gerade auch, weil ich meine, ich hatte 10 Tage gespielt, um auf den 10. Tag gespielt zu haben. Eventuell wird es auch Tag 11 von 15 sein, wenn es immer noch Windschnell ist. Ja. Wo sind wir noch mal hin? Auf dem Weg nach Finnland, ne? Mhm. Äh, okay. Ja. Okay. Wo ist denn jetzt? Wollen wir jetzt einfach wieder skippen, oder? Kann es sich dann auch durchgehen? Skippen. Es ist schon kaum... Neuer Tag. Robin geht an die Railing. Guck erst mal, ob Wolfsburg noch da ist. Ja. Ja. Wolfgang ist noch da. Und Wolfgang ist noch da. Echt jetzt? Ja. Oh, scheiße. Ah, Eingriff Wolfgang, du bist jetzt da. Haben wir uns kein Stück bewegt? Nein. Wir haben uns kein Stück bewegt. Dann haben wir jetzt Tag 11 von 15. Ich hab die Idee, wie wir uns wieder bewegen können. Wir holen... Tag 11 von Unbekannt. Ja. Wir pusten. Ja. Ja. Ich dachte mir auch grad so, wir stellen uns alle mal hinter Sägel und pusten. Ja, aber das funktioniert doch so nicht. Ja, dann geh ich mal auf Deck und schau mir die Situation an. Aber du hättest jetzt einen Krogfächer dabei. Ja, ne? So stellt sich wohl? Oder schön Magnesis. Mit Magnesis kann man auch gut Sachen antreiben. Damit kann man ein richtiges Speedboot machen bei BOTW. So. What? Ja, wenn du ne Kiste unter das Floß klemmst. Ja, und wenn du es dann richtig machst, Alter, dann gehst du ab wie... Keine Ahnung. Also du flitzt übers Meer, das gibt's gar nicht. Hey, do you know? Das klingt gut. Hey. Oh Scheiße. Dann geh ich frühstücken und dann aufs Deck. Ja. Ja, ich bin Salz bestimmt. Ich bin mal mit so einem Floß. Es gibt ja diese Prüfungsinsel. Ja. Das ist das Jod-Gesalz. Können wir das irgendwann anders klären? Ja, bitte. Das ist jetzt richtig krass off-topic und... Ja. Ja, stimmt. Okay, gut. Also. Es ist wieder morgen. Wir schauen uns um. Der nächste Tag. Ja, genau. Morgen des... Wolfgang ist noch da. Morgen des... Morgen des elften Tages. Ja. Es verbleiben... Es verbleiben 72 Stunden. Wir haben es glaube ich sogar schon... Ähm... Ja. Wir treffen wieder auf Wolfgang. Oh, krass ist halt... Wolfgang... Wolfgang spricht mit uns. You have met with a terrible fate, haven't you? Ja. Wieder mit dir, Wolfgang. Wir haben sechs Uhr aufgestanden für Frühstück? Ja, sind's so. Ihr habt mit Frühstück seid an Deck gegangen. Irgendwann wurde's hell. Da habt ihr gesehen, dass das Wolfgang-Glas noch da ist. Wolfgang? Ja. Ist das mal der Steuermann? Steht am Steuer? Ja. Es ist... der... der so blind war... oder der das nicht gesehen hat. Es war der der blind war. Das sind diamesische Züge, ne? Ja. Da geh ich mal zu ihm hin, sag ihm guten Morgen. Wie sieht denn die Situation aus? Wir stehen. Erinnert sich das noch? Man weiß es nicht. Oder werden wir jetzt einfach... oder werden wir einfach so treiben? Man scheint treiben war jetzt noch ein bisschen. Solange bis wir Winter haben. Was? Achso. Also mach ich mal genauso wie das Schiff und treib mich mal auf dem Schiff rum. Oh Gott. Der Seemann guckt ein bisschen entnervt. Tu, was du nicht lassen kannst. Also muss ich da jetzt nicht eigentlich... auf Rudersprach wirfen, ob der Pan erfolgreich war? Spaß dir. Okay. Es war erfolgreich. Dann such schon wieder meine Spielkollegen vom ersten Tag. Ein Riesen-Spielzimmer da. Dann gehst du da wieder... Dass du dich daran erinnerst. Ich... Ich möchte Philipp darum bitten, dass er... dass er Regen macht. Mir ist ein bisschen... bisschen warm. Mir ist ein bisschen warm. Anfang November. Ist nichts. Jo. Spielstil. Wir sind doch irgendwie auf... Wir sind auf Finnland, weißt du. Da wird sowieso Cater. Sekunde. Willst du dich eventuell verpissen? Oder stehenbleiben, damit ich dich gleich töten kann? Da ist so eine Motte. Jawoll. Ich muss mal eben eine Motte. Irgendwie... Verscheuchen oder Töten. Äh... Entspiel oder harmlos. Also Ryo. Aktuell... Wir schauen gar nicht nach Finnland. Aktuell... Sekunde. Auch da steht, dass dein Bruder wäre reingekommen. Ja, ich auch. Ja. Naja. Theoretisch sind wir trotzdem auf dem Weg. Sekunde. Ich gebe eben. Was verscheuchen oder töten. Töten. Der Erfolg. Töten. Daumen runter hier. Wenn du einen Weg im Wald entlang gehst, stehst du ja immer noch auf dem Weg um, wenn du stehen bleibst. So bist du auf dem Weg. Dieb, yo. Das einzige, was wir tun können, ist halt trotzdem noch abwarten. Abwarten. Ne. Wir können ein Tornado rufen und ein Melech denke ich mir, why not? Naja, ich würde ja mal den Regen bevorzugen, weil mit Regen kommt doch Wind. Seit wann das denn? Ja, richtig. Und beim Tornado gibt es das polizielle Sperr. Ja. Ja. Und beim Regen gibt es einfach Wasser. Und beim Tornado nicht. Ja. Es gibt auch bei kalten von beiden Sachen Wasser. Nämlich unter uns. Ja. 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 Aber ich finde das Viech nicht. Dann lass es doch einfach. Das ist nur ne Motte. Das ist nur ne Motte. Motten tun ja nichts. Als nächstes kommt, kann der Ende das formulieren doch nicht. Was soll genau die Szenen? Doch. Motten fliegen ja im Schlaf bestimmt irgendwann mal in den Mund rein in eine Stückse an der Motte. Ja. Nice. Dann würdest du sie zerkauen und einfach runterschlucken. Ja. Im Schlaf. Du hast ja auch einen Rachenraum rein. Und du atmest hier ein. Gut. Sobald ich das Viech das nächste Mal sehe, muss ich zumindest die Fliegenklatsche nicht nochmal holen. Hm. Ganz kurz. Okay. Also, welche Option haben wir? So, ich hab derweilen erstmal unten eine Karte gemalt. Wenn ihr runter scrollt. Die Frage ist, wo befinden wir uns grad? Äh, jetzt muss ich erstmal deine Karte äh. Achso. Relativ inakurat, aber ja, funktioniert schon. Ja, so ein bisschen. Äh. So eine Seekarte meinst du da, hm? Irgendwo. Also, Stefan meinte, es wäre kein Land in der Nähe. Dann würdest du irgendwo da sein. Ja. Okay. Ja. Okay. Ist das nicht. Ja, gut. Optionen. Versteht ihr? was sagen denn die die drei Schaumann die drei anderen Spezialisten zu unserer Situation die anderen drei Spitzen ich gehe ja na also was sagen die anderen drei das wissen wir nicht ok wo sind sie denn wo sind sie denn die anderen drei welche gehe ich dazu nein die anderen drei sind die die letztes mal mit euch auf dem Schiff waren ja was ist eigentlich mit seinem Charakter kommt der mal aus der Kajuta irgendwann raus vielleicht ist er nicht mehr aber ich bin ja wieder tot ich vergang bin ja da langsam in mein Bett ne mittlerweile kommst du auch mal aus dem Schiff weil irgendwie wissen sie nicht mehr sehr krank warum auch immer wahrscheinlich weil wir stehen er hat mal ein Pupsquiz ja das könnte auch sein es wird auch sein weil wir stehen bleiben so als würde er gehen allah ja er bekommt einfach Emotion sickness Jung Zig Zig zwei Blöden so ok ich spiele Karten Mit wem? Mit den Matozen Spielzimmer Aber sind die jetzt die anderen 3 Dudes? Die hängen irgendwo auf dem Schiff rum, du weißt nicht genau wo Na gut, ich geh los und such sie Ich komm mit Findest sie in der Kombüse Ok Sind die grad am Essen? Nö. Oder chillen die grad nur? Wir chillen da gerade Ok Ich wünsch denn erstmal einen guten Morgen Na, du hast halt schon mit dir gegessen Achso, ja gut Demenz Ich geh hin und sag, wir bewegen uns immer noch nicht Das ist schlecht Vollkommen richtig Ich weiß nicht, sollten wir irgendwas unternehmen oder weiterhin warten Ich weiß nicht, wieviel Vorräte wir noch haben Ob wir die ganze Zeit hier auf dem Schiff noch verweilen können Einer von denen fragt den Koch Wie lange ist im Normalfall windstill? Keine Ahnung Ein paar Stunden maximal Wir bewegen uns anscheinend gestern Abend nicht Hm, das ist schlecht Ich frag, wieviel Verpflegung haben wir noch für wieviel Tage? Naja, für eine Woche wird es wahrscheinlich noch reichen, aber Ok Das ist also schon mal nichts, um was wir uns Sorgen machen müssen Das ist gut Das ist gut, beziehungsweise nicht schlecht Hm, ja Ok, ich frag mal den Bamsus Ähm Wie das ist, wenn er Regen macht Kommt dann auch Wind auf? In der Regel bei ihm? Eigentlich nicht Eigentlich nicht Und der Tornado ist zu heftig, oder? Nee, Mann, das wird dann genauso wie in Legend of Zelda Wind Waker Kann man ja nicht sagen Genau, nein Kann er sich nicht ein bisschen zurückhalten beim Zauber? So ein bisschen Kleines Tornötchen Konzentrier dich mal ein bisschen weniger, ey Vielleicht ein bisschen regulieren, dass halt kein ganzer Tornado kommt, aber vielleicht ein Keine Ahnung Versprich dich einfach mittendrin mal Verschrei dich Also was sagt, was antwortet er? Tornötchen Tornötchen Ne, so funktioniert das nicht So funktioniert das nicht Vielleicht eigentlich wäre das in die Option, meinen Glückswert zu steigern? Also ganz oder gar nicht Beim Zauber, ja? Ja, all or nothing Äh Ja, raffelnwürfel einmal Ich hab halt auch keinen Bock, dass du jetzt mit dem Schiff plötzlich in Wunderland landest Tja, nein, knapp daneben Und ein Os Na, aber sehen wie lange ihr dann auch braucht Für was? Beim Rumregen Ich würd gerne auch mal auf Idee würfeln Zudis Ich bin nicht AFK Weil da irgendwas im Buschel ist Im Wassermalz Okay Ist hier noch irgendetwas im Seetang? In der Brandung Ja, genau Was war überhaupt mit dem Licht? Wurde es mittlerweile mal aufgelöst? Ja, das Licht war weg Ja Aber was Was war es? Das weiß man nicht Egal Es war Das ist alles was zählt Der Wasserbusch Der Wasserbusch Der Wusch Der Wusch Der Wusch Der Wusch Der Helium Just Ja, äh, schwer zu erraten ist es nicht. Das schaut man deutlich. Ja, mein, mein hört sich nur so an. Jede Mikrowelle hört sich so an. Die, 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 die fast, ja fast jede Mikrowelle hört sich so an. So, so, so. Fass, fass, fass auf. Wir gehen jetzt wieder on topic. Weg von Mikrowellen. Da schützt eine Mikrowelle im Wasser. Finde ich gut. Weg von Mikrowellen hin zu, äh, Peilsendern von Magie. Hm. Ja, die sagen, wir können es mal probieren. Das teile ich überhaupt nicht. Ja, bitte. Na denn. Sie, die geht halt mit den dreien an Deck. Die gucken mal. Wenn wir, äh, die, probieren halt gerade so. Das haben wir eigentlich noch nie probiert, oder? Nö, eigentlich nicht. Äh. Sounds good to me. Ja, mach mal, mach mal Regen. Ist das jetzt ein Gruppenschrei? Anweisungen nicht an Simbel gegeben an, by the way. Ja. Mach mal Regen. Hören wir vor, deren verborgenes Erkennenwerte sind scheiße. Ich muss mal eben reconnecten, weil das Symbol abgeschmiert ist bei mir. Du! Jetzt funktionierst du wieder. Ich funktioniere immer. Außer wenn du gerade nicht funktionierst. Dann funktionierst du nicht. Dann nimmt mich auch den Funktionator. Ich bin ein voll funktionssüchtiger für Fahrt oder so. Egal. So, okay. Die Dudes spüren. Sie lassen es regnen. Ja, der eine schwenkert er mit seinen Armen rum, lässt es regnen. Einer steht da. Du musst dir das vorstellen, die stellen sich in so einem Dreieck auf. Ja? Jetzt wird Koppengeschrien. Nein. Ich muss doch wieder einen wackelarmigen Windhosen-Kameraden nennen. Der Mabel-Wackelarmige Windhosen-Kameraden. Ich frag einmal kurz zwischen, ob der eine Dude jetzt wieder seinen Zauber machen will, der alle fertig macht. Nein, nein. Der Stabi kostet. Okay. Der sagt nur Ruhe, ich guck's zu konzentrieren. Ja? Da gab es. Ihr müsst euch jetzt halt vorstellen, der eine steht so da, der eine steht ganz normal da, und der andere steht so da. Und guckt, will halt einen Vergleichswert haben, ob er von dem Regentänzer irgendwas spürt und von dem anderen nicht. Damit er einen Vergleichswert hat, ob man da irgendwas spüren kann. Ah, okay. Ja. Und tatsächlich merkt ihr einen Unterschied. Smart. Ist das gut. Ruhe gerade so voll unbeeindruckt. Hi. So, okay. Ja. Er ist also in der Lage. Er, äh, anscheinend scheint er in der Lage zu sein. Und, äh, packt den einen, äh, packt jetzt halt, äh, Brodi A an der Hand, schleift dem mit auf das Schiff und läuft dann halt mit der anderen Hand so, und dann geht er entlang. Äh, krieg ich mit, dass draußen auf einmal eingefangen hat zu regnen? Ja. Ja. Ja, sag ich mir. Alles klar, Leute, ich bin raus. Ich geh nach oben. Es regnet. Nice. Du gehst einfach. Okay, sag ich aber, ich bin raus. Und spürt der Typ jetzt irgendwas, wenn er jetzt gerade das Boot umkreist? Ja. Und während er das Boot umkreist, irgendwann kommt er halt an die Stelle, wo das Licht war. Oh. Also in die Richtung, wo das Licht war. Also, war da nicht gestern das Licht? Ja. Irgendwas ist da noch. Die haben einfach nur das Licht ausgemacht. Die stehen sich ja, die stehen sich da. Die wollen uns ausfugern. Der hat telekinesisch den Lichtschalter ausgemacht, genau. Das ist wie ein Halloween. Du machst einfach das Licht aus, damit die Kinder nicht klingeln. Die sind gerade mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Okay. Irgendwas ist da noch. Ja. Bei-Vote hatten wir nicht, ne? Nee, haben wir nicht. Nee. Aber er gibt dir noch die Info. Wenn ich Justice als Vergleichswertnehmer, was er hier für Magie ausstrahlt und was das da ist. Ähm. Au. Verstehe. Strong. Okay. Not gut. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Die andere Frage ist, wollen wir da hin? Naja. Und die andere, noch eine Frage ist, müssen wir da hin? Wenn wir es eben nicht tun, dann das die ganze Zeit so weitergeht. Noch einer schmeißt an, vielleicht kommt er es ja zu uns. Naja, das... Wir können ja einfach mal alle draufschießen. Na, so wird schon. Ja, wir haben bereits eine Nacht gewartet. Ich denke, wenn es zu uns kommen wollen würde, dann würde es schon gekommen sein, oder? Aus dem Philomastisch? Denke ich auch. Ich habe auf das Licht geballert, Siehe vor, das ist das Session. Und nicht zum Beispiel auf das Wasser, was da drunter ist. Dass wir dann irgendwann das Wasser getroffen haben. Oh Mann, genau da unter dem Licht. Du weißt ja nicht, wie weit das weg war. Ja. Ja. Es kann halt fünf Kilometer weit weg sein, es könnte aber auch 50 Meter weit weg sein. Ja, das ist das Problem. Wie kommen wir da überhaupt hin, falls wir da hin müssen? Ich bin da oben angekommen. Ja, ja. Sagt, Leute, was ist denn los? Habt ihr was Neues rausgefunden? Ja, von da vorne kann man magische Energie spüren. Irgendwas zaubert da vorne. Oder strahlt Magie aus. Ich schätze mal, es ist kein Nebel mehr da. Ich habe da wieder einen Kommentar auf, und ich mache, was ich gemacht habe. Ist es was? Sagt, es ist kein Nebel mehr da? Ne, es ist kein Nebel mehr da. Ruh ich mein Fernglas raus und schau in die Richtung. Ob ich da irgendwas erkenne? Nö. Doch, Wasser. Und Horizonte. Ich möchte nochmal meinen tollen Orientierungswurf von Freunden machen, ob ich von irgendwo Wellen erkenne oder so. Tudis. Ne. Nö. Ich fühle mich auch nochmal verborgen. Bis gleichzeit so. Oh ja, ein allgemeiner Gruppenwurf, Verborgenes erkennen. Bitte. Schau. Können wir machen. Ja, okay. Könnt ihr ruhig machen. So, dann rüber nach unten. Was ist denn eine andere Frage? Ne. I? Aber wenn es einer schafft, dann sagt vorher, dass es Pointless ist. Ich hätte es geschafft. Wenn man es schafft, ist es Pointless. Gut. Ja. Dann spannen uns auf die andere Kürzen. Naja. Vielleicht wäre ein Crit dabei gewesen. Okay. Dann wird es für mich auch noch um den Halt. Siehste. Er hat einen Crit. Nice. Kann ich mir auch was einfangen? Ja. Verborgenes erkennen. Alter, Alter. Holy shit. Oli. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe jetzt nichts zu mir. Okay, er hat gegrittet. Sieht er was? Da muss ein Haken rein, ne? Ne, er sieht genauso wenig. Oh Mann. Aber er ist ein Crit. Ich kann trotzdem einen Haken machen. Das ist zwar halt nur für Dettel. Er sieht genauso wenig, aber davon umso mehr. Ja. Ja, du darfst bei Verborgenes erkennen einen Haken machen. Sein FOV erweitert sich. Da spielt jetzt Quake. Ähm. Ich würfe mal auf Horchen. Blöds. Musst du mir mal vorstellen, der, der, der Verborgeneste kennt 5, hat der Würfel quasi zu ziehen. Also Horchen habe ich geschafft. Hör ich was? Moment. Das Rauschen, der will. Kann ich nur, was? Ich will mit dem Rainbow spielen. Ich will mit dem Rainbow. Was? Ob wir nachher ein bisschen Rainbow spielen. Gucken wir. Okay. Ähm. Du hörst tatsächlich etwas. Was höre ich denn? Du hörst, ähm. Trommeln. Wie beschreibt man das? Nein, das sind keine Trommeln. 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 Schwimmt da wieder jemand? Nein. Aber du hörst, ähm. Fliegt da jemand? Das kommt ganz nah dran. Boah. Jawohl. Ein Helikopter. Pum, 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 pum. Ja, nein. Nee, aber du hörst, wie etwas, wie etwas, was Flügel schlägt. So. Also du kennst ja das Geräusch, wenn ein Torben oder sowas so. Flügel schlägt. Flap, 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 flap. Ja, so Flap, flap, flap macht's. Ja, ja. Flügel schlägt. Ich höre Flügel schlagen. Ich guck mir den Himmel an. Ja, ich denk mir das auch so. Ich guck mal nach oben. Ihr seht nichts. Kannst du denn ausmachen, von welcher Richtung es kommt? Kann ich ausmachen, von welcher Richtung es kommt? Aus Richtung Licht. Aus Richtung Licht. Und aus Richtung Licht sahen wir ja nichts. Also, wow. Selbst wenn, im Fernglas. Nee. Hm. Ich würde mal gerne auf Idee würfen. Toodies. Nee, daneben. Kann man so, kann man so, 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 so Verzerrung in der Luft erkennen? Nö. Selbst wenn, das wäre Himmelblau auf Himmelblau. Da siehst du nicht viel. Ja, aber ich meine, ja, weißt du, ich denke mal. Ja, ich weiß, was du meinst. So wie ein Kamelios oder sowas. Ja, oder so wie ein... Ey, wobei, nee, hast du ja nicht gespielt. Wollen die anderen vielleicht auch auf Idee würfeln? Können wir machen. Ich fang an. Bop, bop, bop. Nö. Vielleicht sollte ich anfangen, ich hab die Nüften gehört. Ich hab schon. Anfängt, anfängt, tut der, der Discord oben ist. Wie schon seit der ersten Runde. Den Wurf hatte ich ja schon gemacht, also, kann der Nächste. Ryo. Ach, Ryo, pack den Würfel aus, Bob. Nope. Daniel? Er war 44, wie viel hab ich denn? Hab ich nicht. Ich hab 45. Echt, du hast 45? Ich hab 45. Ich hab 45. Ich hab da wenigstens fliegen. Ja, gut. Dann hast du's doch geschafft. Ich dachte, du hättest 40 gehabt. Ne. Na gut, du schaffst es und du kommst auf die Idee, ob die irgendwelche Unsichtbarkeitszauber kennen. Hm. Kennt ihr irgendwelche Unsichtbarkeitszauber? Sie hätten schon mal von sowas gehört, aber... Ich dachte, das wär dann wie so mit einem verbrauchten Erkennenszauber zusammen. Wo man diese Erkennbar machen kann? Wie gesagt, sie kennen von irgend sowas, aber sie wüssten nichts, was man da jetzt machen könnte. Wir könnten uns halt wirklich mal in einer Reihe aufstellen. Einfach da in die Richtung zielen und einfach mal abdrücken. Mal gucken, ob einer von uns was trifft. Ja, wir können ja auf Glück würfeln. Ich möchte das alles... Was ich hätte, es ist Dinge was fliegen. Es regnet gerade. Das heißt, selbst wenn das Ding unsichtbar ist, müsste ja über guter Regen ja irgendwo aufkommen. Ja, aber ich hab ja schon so in die Richtung übergeguckt, ob ich da irgendwas gleich nicht kenne. Wir haben alle schon in die Richtung übergeguckt. Nee, der Regen hat ja mittlerweile schon aufgehört, oder nicht? Er zaubert noch nicht die ganze Zeit. Nee, der haben wir dann nicht nur die ganze Zeit rum. Ja, hört der Regen natürlich auch genau dann auf, wenn er aufhört. Nee, hat halt so noch zwei, drei Minuten weitergeregnet, aber trotzdem. Ja gut. Das ist ja meine Idee gewesen, aber... Das mit dem Regen ist eine gute Idee. Weil wir können schlicht, dass wir etwas anders wieder machen. Ob die Leute eine Idee haben, vielleicht, ob man sowas sichtbar machen kann wieder. Ob man den Zauberfeld aufheben kann. Wenn es sowas ist. Naja, Zauber aufheben haben wir im Inventar. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Aber wenn ich nicht weiß, worauf ich mich konzentrieren muss... Soll ich das machen. Ich würde denen gerne mal wieder das mit dem Buch geben und mal fragen, ob sie... Also, weil die können den Staffel ja lesen, ob sie da im Inhaltsverzeichnis irgendwas dergleichen finden oder so, wenn es da überhaupt ein Inhaltsverzeichnis gibt. Ja, da gibt es kein Inhaltsverzeichnis. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht lesen. Ich fand die Idee mit dem Regen gut. Der muss ja abprallen von dem Ding. Also, wir wissen wollen es nicht, wie weit das Ding weg ist. Aber wenn wir die Fügel schlagen hören... So weit weg kann es dann nicht sein. Es ist sehr groß. Wollen wir dann den Kollegen bitten, dass er einen Regentanz macht? Oder willst du es mal ausprobieren? Ich möchte mal meinen Regentanz machen. Jawohl. Ich tanze jetzt meinen Namen. So. Ein Mana weg. Okay, es regnet. Was sehen wir? Ja, regnet. Ja, okay. Es regnet. Okay, und aus der Richtung, wo das Licht fragt, können wir mit Fernglas oder dergleichen irgendwie sowas erkennen? Wir können mal auch Verborgenes erkennen, Würfel. Ja, bitte. Können wir in die Schaffung so... Gibt es einen Bonus wegen Fernglas? Gibt es einen Bonus wegen Fernglas, ist das leichter? Nö. Nö. Ich nicht. Erst recht nicht. Für dich. Wunderbar. Ja, schaff's. Oh ja, 20. Hab ich. Wie viel hast du? 55. Okay. Ja, du siehst wirklich, dass da irgendwas an... Dass der Regen da auf irgendwo von irgendwas abgehalten wird. Geil. Also wird schon wirklich nicht mal würfelt? So kannst du würfeln. Ja, einfach, einfach würfeln, vielleicht. Gibt's ja... Ja, würfelt. Würfelt. Ich kann nicht würfeln. Naja, stimmt, ich würfel. Nö. Krit. Krit. Ich sehe, das ist nicht positiv oder negativ? Drei. Jawoll. Endlich mal. Ich setze dir den Haken, ne? Da kommt er dann auch mal würfeln. Er kann jetzt genau erkennen, die Umrisse des Vieches. Ja, ich kann euch jetzt genau beschreiben, wie das aussieht. Stimmt, er müsste jetzt besser gucken können. Robin sieht auf jeden Fall was. Also der sieht auf jeden Fall, dass es irgendwie... ...rund ist. Okay, Geist. Es ist groß oder klein. Fünf Meter Durchmesser. Entfernung, kann man die auch schätzen? 30 Meter oder sowas. Simpel, legt das Gewehr an. Aber sonst kann ich ja Flip nochmal... Ich würd sagen, dass erstmal unsere Herren versuchen, wenn wir denen das jetzt zeigen... Die Herren, die haben was entdeckt. Achso, genau. Können sie sich darauf konzentrieren? Das ist ein Overlord. Das kriegen wir hin. Oh, das ist mir völlig wieder stabil. Aber ich will nur was reinwerfen. Könnten auch was dem schießen. Weil Verletzung wird's ja wahrscheinlich davontragen. Da werden wir auch kein Stabit verlieren. Ja, aber es wär schon mal gut, wenn wir's sehen könnten. Ah ja. Wir können uns erstmal... Es wird mindestens bluten. Sein Ausversuch. Trotzdem können wir erstmal versuchen, schießen. Wir machen's so. Wir machen uns jetzt erstmal alle wieder schussbereit. Legen alle auf das Vieh an. Und dann können unsere Kollegen das aufdecken. Und dann schießen wir. Alle gleich. Ich würd vorher versuchen zu schießen. Ich würd vorher versuchen zu schießen. Wir gehen so lange das Verzuh... Verweckzaubern. Da würd ich keinen Abzug kriege. Deswegen. Wir können erstmal versuchen, erstmal... Zumindest ein, zwei Schüsse drauf zu schießen. Wenn wir treffen, dann ist es super. Wenn wir drauf schießen und es treffen, dann würde es sich bestimmt bewegen. So, und ich kann nicht die ganze Zeit Regen zaubern. Dann sehen wir es nicht mehr. Und dann haben wir keine Chance mehr, es aufzudecken. Dann kommen wir wieder. Dann machen wir es sichtbar. Wir sollten es sichtbar machen. Aber vorher würde ich sagen, jeder schnappt sich seine Waffe und legt an. Ja. Ja. Bei dem Daniels Charakter... Du weißt, der ist einfach selber dabei. Der... Ist egal, was da gerade abgeht. Er ist einfach dabei. Einfach so. Dabei. Ja. Wenn ihr was erzählt von einem Vieh, was unsichtbar ist, dann ist er nicht dabei. Wir hatten schon Sirenen angegriffen, alles. Ja, ja. Die wurden schon mal angegriffen. Du hast schon die Hälfte verpennt. Das ist mir ja. Dachte ich mir schon, da im Keller dabei schon diese Scheiße passiert ist, wird es jetzt wahrscheinlich nur mal das ähnliche sein. Dann drück ich da mal ordentlich mit rein. Wir treffen hier auf Mondschirchen und alles. Also wirst du einfach ins Wasser springen und verletzt werden. Alles klar. Was ist das? Warte, ganz kurz nochmal. Nein. Das war halt Bezweifung auf die Kellersituation. Da bist du einfach einfach durchgerannt. Alter, stimmt. Nee, das nicht. Das ist halt auch erstmal wieder gewusst. Bastian, wir haben erstmal einen Vorran. Das war echt... Das war echt vor Premium. Das war echt zu Premium. Das hat ja funktionieren können. Na gut, damit ist wahrscheinlich jeder bereit. Also schussbereit. Jo. Die Typen sind zauberbereit. Ich war jetzt schon mal bereit, Stubby zu werfen. Dann geben wir das Kommando, dass er die Zauber vorbereiten soll. Wird vorbereitet, wird aufgedeckt. Today, Swy, Eins. So, jetzt wird erstmal Stubby geworfen. Alle Mann, ein W4. NW4. So, erstmal... Zwei. Zwei. NW4. NW4. Ryo wieder ein. Oh, ich hab gelögt gerade. Das bisschen Stammelwasser hat das Behälter, aber... Ja, richtig. Ich hab ja nur 40, Max. Jetzt hab ich noch 34, by the way. Ich hab schon so... so... 15%... Den lasten, Digga, auch. Muss ich mir jetzt Stubby abziehen? Ich bin dann jetzt auch mal ganz kurz... so komplett weg. Gut, dann spiel ich in der Zeit weiter für dich einfach. Ja, danke. Äh, muss ich jetzt Stubby abziehen? Äh, Craig? Sieh, hast du schon für Robin gewürfelt? Nein. Dann bin ich jetzt bei... Aber Daniel ist auch vor, äh, eben dran. Das bleibt, äh, dauerhaft dann, oder? Also den vorderen Wert abziehen, ne? Nicht den hinteren. Na, Stubby halt, ne? Ja, ja. Ja, ist der St. Ja. Naja, aber da steht ja einmal linksen Wert, rechtsen Wert und ganz rechtsen Wert. Den ganz links davon. Ja. Achso, da unten? Nee, warte... Nicht bei Stärke, nicht bei St. Bei Stabilitätspunkte, da unten. Die ganz... Übermaugie-Punkte. Die ganz linken. Und Daniel wird schwach. Okay, er hat da sitzen so... Er bekommt weiße Knie. Du musst jetzt mal würfeln, ne? Hab ich das schon. Er hat ja schon. Ja, zwei. Er hat ne zwei gewürfelt. Ein D4 hat er. Achso, bei mir wird das gar nicht angezeigt. Du musst runter scrollen. Jaja, aber bei mir liegt da halt noch Rios Würfel auf dem Feld, deswegen. Achso, nee, bei uns nicht. Also bei mir nicht. Also bei mir steht es zwei. Bei mir liegt auch... Bei mir liegt ja kein Würfel drauf. Ey, meine Zeichnung ist weg. Robert bekommt auch zwei Stabi. Abgezogen. Er bekommt sie nicht. Er bekommt sie abgezogen. Ja, das ist schon okay. So. So, wie sieht das Vieh jetzt eigentlich aus? Es ist ein Angry Bird. Stimmt. Es ist rund. Es hat Flügel. Oder zumindest es fluttert. Es ist ein Angry Bird. Es ist ein fliegendes Bärmteres Brot. In rund. Und so. Wort sehen wir. Meinst du also ein fliegendes Fladenbrot, ja? Ja. Ihr seht. Weiter runterhalten. Ja, weiter rechts. Ja. Was ist das denn? Was denn? Wir sehen... Wir sehen Hentai. I don't like where this is going. Ich hab die Nächste offen. Den Streamer. Ist egal. Daniel, es ist sehr effektiv. Es ist ein Auge mit Tentakeln. Ah. Okay. Sieh mir straight forward. Ich glaube, der nächste Zug ist klar. Schuss. Ich glaube, ja. Nein. Stabbywürfel. Nochmal. Ein W6, die Herren. Einmal mussten wir halt den Schaden von Wing im Zauber wirfen. Jetzt muss man Stabilität aufgrund des Monsters. Oh, wow. Aber erstmal... Ein W6, bitte. Sechs. Müssen wir nicht generell Stabilität. Kann ich erst mal auf vier... Ja, ja. Drei. Nein, nein. Also, das ist ein Boss. Der zieht das Safe ab. Und ein D6, ja? Ja. Gott, Alter. Wett. Okay, das war nicht mein Würfel. Filz mich aber auch hart. So, wer ist jetzt... Wer ist dran? Der Ryo ist jetzt drin. Oh, doch, doch. Fünf... Boah. Drei. Das ist... Das ist schlecht. Oh, wow. Playlist. Playlist, please. Bei mir geht jetzt die Walküre los. Das ist... Das ist Flight of the Bomb Baby. Was? Das Lied heißt Flight of the Bomb Baby. Okay. 31, Alter. Alter, ich habe halt 25% meiner Stabilität verloren. Uff. Der Ravell hat ja schon ganz schön hart kassiert davon. Warte mal, wo muss ich mir jetzt was abziehen? Fünf, dass mir die sechs ist nicht wirklich. Stabi, da, wo du gerade auch abziehen hast. Ja, ja. Ja gut, dann ziehen wir nochmal zwei. Ich muss nochmal zum Zieh Charter. Ah, ne, Quatsch. Ja. So. Ich finde es... Ich finde es krass, dass der eine Zauber uns allen Stabilität abzieht. Ja, weil er halt alle betrifft. Warte mal. Können wir jetzt schießen? Wenn du vorher unter Deck gegangen wärst, dann hätte ich das nicht gekostet. Aber wenn er hochgekommen wäre. Aber wegen des Zaubers. Ja. Ne, aber dann hätte mich der Zauber auch gar nicht getroffen, ne. Das heißt... Wie, oder was? Naja, du hättest das Vieh dann trotzdem gesehen, aber du wärst halt nicht in unmittelbarer Nähe gewesen. Ja, gut. Aber wir haben ja jetzt auch alle Angelegten und haben dadurch Erstschlag. Japp. Das heißt, wir können. Schießen, Jungs. Schießen, Jungs. Feuer! Samel. Ich treff. 63. Ich mach... Hä? Wer würfelt denn jetzt? Ich hab gewürfelt. Warum? Warum nicht? Daniel. Daniel. Ja. Das geht erstens nach Geschwindigkeit, zweitens Würfel bitte Damm, wenn du dran bist. Auch wenn zum Beispiel alle würfeln, du würfelst immer, wann du willst. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir würfeln in der Discord-Reihenfolge. Also, Symbol. Ja, okay. Symbol, Gold. Symbol, Gold, Berge. Nach dir ist dann Robin dran, aber Robin ist gerade komplett abgab. Okay, gut. Also, ein D12 plus 3 Schaden mach ich. Ja. Jep. Oh. Neun. 12 Schaden. Nein, neun. Plus 3. Ja. 6 plus 3. Ja, 6 plus 3. Ach, das sind 6 und keine neun. Oh, wow, das steht da. Wow. Das ist ein Strich. Ja, wow, mein Brain ist gerade gestorben. Also, es kriegt neun Damage. Ja, neun Damage, okay. Wow. Ich hab' schon plus 3 da eingegeben. Okay. So. Nächste. Denny? Ja, nee. Nee, es ist ne. Äh, Daniel ist schneller als... Daniel? Ja. Okay. Also, die Zug-Reihenfolge ist im Kampf. Symbol, Daniel. Ja, ich wusste nicht, dass Daniel schneller ist. Ich dachte, ey. Nee, nee, Daniel ist schneller. Ich dachte, das ist okay. Go, go. Was willst du machen? Jetzt start. Willst du werfen, willst du mit dem Stiletto werfen oder willst du mit dem Revolver schießen? Mit dem Revolver, ich hab ja den Revolver angelegt. Mit dem Stiletto werfen auf 30er Entfernung? Das wird interessant. Nee, weil der ist interessant. Ich kann nicht die 20 nehmen, die ich gerade gewürfelt hatte, oder? Nee. Nee, okay. Ich will nochmal würfen. Und du hast keinen guten Schießens-Gay, ne? Nee. Schieß daneben. Du darfst aber nochmal. Ja. Ja. Ich hab nochmal Revolver? Ja, Revolver darfst immer zweimal. Okay. Schießt auch daneben. Ähm, jetzt bin ich dran, ne? Jetzt bist du dran, ja. Ich schieß daneben. Wow, really? Ich schieß daneben. Weißt du, ich hab 70. Weißt du, ich hab 70. Du triffst. Damage. 1-D10 plus 2 war das, ne? Ja. Oh. 12. Ja, 12. Damage. Und ich... Ich hab ne Idee gerade. Hat das Schiff Kanonen? Ich schätze mal weniger. Rio? Ja? Ich möchte sagen, es gibt eine Harpune. Oh ja? Eine große oder so ne... Also so ne... Also so ne... Highfang-Harpune. Also so ne... Also so ne... Also so ne... So ne... Wie bei Feine Fantasy 10, wo man's hin... Wo es dann angreift. Wo die da die Harpune schießen. Ja. So ne Art. Also keine gemountete, sondern so eine... Alleine zum Halten, sag ich mal. Du musst jetzt zwar mit zwei Mann halten, aber... Ja gut, ne? Also so... Würde ich holen wollen. For the Lloyds. Kannst du wahrscheinlich allein nicht tragen. Müsst du das zwei Mann machen. Und schießt das Ding so weit? Jaja. Na, wir können ja... Äh... Können ja Rio und Simba. Die Harpune holen. Ich. Weißt du, was letztes Mal passiert ist, als ich den Hammer... Ich hab zwei. Wir haben beide zusammen. Wir haben beide zusammen. Ja, beide zusammen schaffen das schon. Robin ist halt auch noch da. Wobei, ihr habt jetzt die Züge gewastet. Nur ein Problem. Jaja, da halt beim nächsten. Das war halt jetzt nur so ne Idee. Ja klar. Die Kanone hätte ich immer auch stark gefeiert, muss ich sagen. Dann würde ich jetzt Robin angreifen. Ja, jetzt ist Robin dran. Lass ihn ein Glas werfen. Ich bin... Gehen siebzüchner an. Ich muss jetzt gerade gucken. Am Moment sind keine aktuellen Werte. Können wir euch so machen, dass er einmal schießt und dann schon die Harpune holen geht? Wie klingt das? Das können wir auch machen. Ja, jetzt hat er eh daneben geknallt. Weil da könnte ich auch einmal schießen und dann hole ich auch mit ihm die Harpune. Ja, das können wir so machen. Macht ihr bei das? Oder wäre das eigentlich so ne gute Idee? Dann würden wir halt keine Runde racen. Ah ja. Und ihr seid ja eh die beiden besten Schützen. Tja. Dann schieß ich jetzt noch einmal. Deswegen ist halt die Frage aber mit der Harpune von wegen, auf welchen Skammer da würfeln muss zum Schießen. Theoretisch hätte ich halt gesagt schweres Gerät. Und da hat niemand vor uns, glaube ich, was. Ich glaube tatsächlich, Robin hat was. Ja? Warte mal, hab ich... Eins, 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 eins. Scheiße, ich hab ja nichts. Wir sollten nicht diese Harpune benutzen. Also, selbst wenn wir die Harpune kriegen, wir werden sie nicht benutzen können. Dann sagen wir so, ihr könnt sie benutzen, wenn ihr auf Gewehr werbt. Aber dafür werden beide Leute die Runde wasten. Naja. Wenn... Aber dann müsste halt Zimbai ran. Ja, das sind drei Schüsse von uns dann komplett, ne? Macht das Ding überhaupt so viel Schaden? Das wissen wir ja nicht. Bei der Harpune würde ich sagen, ein D20 plus 10. So im schlimmsten Fall 11. Dann machen wir es dann machen wir es dann machen wir es dann machen wir es dann im schlimmsten Fall 11 im besten Fall 20 und das im besten Fall 30 im besten Fall 30 stimmt ja dann machen wir es ganz einfach so können wir auch machen wenn drei Leute das Ding holen dann ich jetzt noch einmal die mit ihm das Ding holen bringen das zu uns wenn wir nächste Runde schon schießen können. Ja gut, mach das. Ja gut, mach das. Gut, dann schieß ich jetzt. Treffe. Mache 1 D10 plus 2. Mache 2. No. Hättest du genau auf 10 liegen können? Mach 4 damage. Ok. Und hier da mit Robin Diapune holen. Hat Robin schon geschossen? Ja, ne? Ja, Robin hat schon geschossen. Ja, ja. Kalt einmal genauso wie ich. Gut, ihr seid... Ihr seid jetzt weg. Jetzt sind die anderen drei wieder dran. Ist... Ja, wir brauchen die dann eigentlich erst noch. Eine komplette Runde. Achso, die bereiten sich jetzt alle vor, oder wie? Nein. Die holen das Teil, wir schießen weiter. Ich dachte, die drei sind halt schon losgelaufen. Achso, die drei, ja. Achso, genau die drei, stimmt. Die drei bereiten sich vor. Sau, was denn? Weißt du ja nicht. Na? Okay, gut. Also wäre dann im Prinzip nächste Runde dann Schuss bereit? Nein, nächste Runde kommt ihr damit angerannt. Sind wir nicht schon seit der letzten Runde nicht schon losgelaufen? Ja, ihr seid losgelaufen. Ja, ja, pass auf. Runde eins, du schießt und rennst. Ja. Runde zwei, du rennst mit diesem Scheißding nach oben. Das heißt, du bist langsamer, du wastest dadurch beide Aktionen, die du hast. Okay. Im Endeffekt ist es generell nicht worth. Ja, ich find's auch nicht so worth. Wie viele Schüsse das gerade sind. Das sind jetzt schon vier Schüsse, die weg sind. Oder danach nochmal drei. Ja, aber du kannst... Aber ich glaube, das ist dann auch so Stun oder so. Naja, ist mir auch egal. Jetzt ist es ja passiert. Jetzt haben wir es ja so gemacht. Das wird bestimmt gut sein. Kausalität und so. Aber ihr könnt Style-Kills machen. Richtig. Erstens Style. Zweitens, da wird ein Seil dran sein. Da wird ein Seil dran sein. Wir haben das Vieh dann an der Leine. Er rennt sich schön ins Auge rein. Oh, er essert euch. Wir spielen ließens auf. So, okay, also wer ist jetzt dran? Das Vieh. Okay. Das Vieh würfelt... Am feiligen Malaisor. Das Vieh würfelt eine Sekunde. Ich hab... Der eine Würfel ist runtergefallen in meiner Hand. Okay. Ne, Moment. Hüpp ja. Okay. Und was macht das Ding für einen Schaden? Okay. Ich hab ein ungutes Gefühl. Es schießt einen Lasor. Ich wusste es! In Richtung Caleb ab. Und er macht fünf Schaden. Immer ein Kerner. Immer ein Kerner von uns. Ja, ich muss da halt auswürfeln, wer von euch das Ziel wird. Und dann so... Ach ja, wir haben ja sechs Leute. Ich kann einfach ein D6 nehmen. Ja, nice. Und Tarzan, hast du sie bekommen? Das war eine Mücke. Stimmt, Tarzan hat ja eine Fliege gefangen, ne? Ja, kann sein. Weil ich wusste, dass das fette Augenvieh in Laser schießt. Ich hab's nicht geahnt. Wir wissen ja, wie stark Caleb getroffen wird und wie stark Caleb getroffen wird. Was soll ich das sonst auch mal getroffen werden? Was? Ich muss einfach mal eine Späne verlieren oder was? Erfahren wir, ob Caleb getroffen wird und wie stark? Ja, ja. Ja, ja, hab ich ja gesagt. Fünf Schaden. Fünf Dammit. Also, fünf Schaden. Okay, hab ich nicht gehört. Ist okay. Wir hätten ja auch noch andere Attacken haben können. Keine Ahnung. Plötzlich Eiszapfen ja auf uns zugeflogen kommen. Keine Ahnung. So, ich bin dran, ne? Mhm. Gut, ich schieße. Tutis. Klick. Und treffe? Du triffst. Und wie viel Schaden machst du? Das ist die Frage. Ich mache... Starke zwölf. Alter. Oh, nee. 13. 13, 13, 13. Ich habe nur plus zwei gemacht und nicht plus drei. Gut, dann... Ja. 13 Damage. 13 Damage. Mhm. Darf ich, ja? Mhm. Du bist ja nicht. Übernehmen. Sind 37 Damage gewesen. Egal. Nur ein Beweis. Wir sind wieder daneben. Ist schon richtig. Mann. Ja? Okay. Du hast leider keinen guten Schießen-Skill. Ich weiß nicht, ob Werfen auf der Distanz gut ist. Kannst das ja versuchen, aber... Uh. Boah, alter. Kugelpreisat und fliegt mir selber ins Knie. Nee, nee. Knapp nee. Aber du schießt da nicht mehr wohl. Jetzt noch, Badern. Da hättest du zwei mehr gebraucht. Ich schieße noch in den Boden. Er schießt genau unter, wie geht das Wasser. Ja, genau. Durch eine Kugel. Wie geht unter. Wieso muss ich mir das so gerade so vorstellen, wie bei XCOM, weißt du, wenn die da so stehen genau vor dem Vieh? Brrrr. Bei Zwixx. Äh, okay. Dann schieße ich jetzt. Los, Werfel. Crit. Passt. Aber nicht getroffen. Nicht getroffen? Ich hab'n 70er-Wert. Alter! Nein! What the fuck? Pum, pum. So, ich und Robin kommen mit der Harpune an. Was, ich bin der Beste im Faustfeuerwaffen-Schießen, weißt du? What the fuck? Ryo, willst du das, äh, willst du beim nächsten Mal vielleicht doch, äh, den zweiten Revolver auspacken? Dann, du könntest die viermal versuchen. Alter, ich, 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 ich nimm gleich beide Revolver, weiß ich, ich lade den einen nach, nimm dann beide Revolver und mach' Akimbo-Style. Okay, voll Yono. Ja, gut, dann komm ich und Robin mit der Harpune an. Ja. Ja. Okay. Sollte das in der nächsten Runde ich und Mike Holmes machen, weil Mike Holmes kann leider gerade im Moment nicht viel machen, äh, nicht gut treffen kann, dann kann er die halten und ich schieße mit meinem 70er, äh, 70er Gewehrskill auf das Vieh. Das wäre ne Idee. Ach, bitte, Alter, bitte verfehle das nicht. Ja, funktioniert das so? Ja, funktioniert so. Sehr gut. Dann sind jetzt unsere NPCs dran. Das verfehle das nicht. Die NPCs, ähm, eine Sekunde, die, die konzentrieren sich. Nee, nee, die sind fertig mit Konzentrieren. Ah! Ich wundere mich gerade, ich wundere mich gerade, wie die überhaupt so lange überleben konnten. Nee, jetzt ohne Scheiß, Alter. Die müssen sich drei Runden lang erst mal konzentrieren, bevor die irgendwas raushauen können. Kelle, wo schaffst du mich denn? Im Kampf gegen die Statuen wären die schon tausendmal gestorben. Dafür machen sie aber, glaube ich, dementsprechend auch Schaden. Ja, wenn die überhaupt mal rankommen. Die Scheiße ist, bloß einer von denen trifft. Ah, nein. Und der macht 14 Schaden. Das ist doch gut. Das ist nicht wert. Wie lange musst du da kanalisieren? Drei Runden? Eine. Eine. Der trifft. Für 14 Schaden müssen... Echt? 52? Tatsache. So. Das Vieh ist dran. Das Vieh... Jetzt seid ihr da wieder zu acht. Haha, ich hab'n D8. Einmal firing my laser. Und Ryu ist mein Ziel. Ich krieg elf Schaden tot. Das Vieh zielt wieder auf Caleb. Trifft. Macht neun Schaden. Und Caleb ist tot. Caleb. Wow. Hallo, hallo. Unser erster Toter. Unser erster Toter. Ja, NPCs. Selbst schuld. Kein Mitleid. Bin ich ja genau richtig wieder da. Alter. Ich sag hier. Ich hab mich noch gefragt, wie die so lange überleben konnten. Die können gar nichts. Die können einen Scheißdreck, können die. Was, Kugel? Der eine kann Regentanz, der andere kann Sachen aufdecken und der andere kann Sterne. Keine Ahnung. Überstrom. Ja, ohne den müssten wir jetzt gegen ein unsichtbares Vieh kämpfen. Yo, welcome back, Tetsu. Irgendwas verpasst du? Caleb ist gestorben. Und wir kämpfen gegen ein Tentakelauge, das Laserschießen kann. Ja. Die besten Augen. Wir schießen gleich mit einer Harpune drauf. Ja, wir würden jetzt mein Fokus die Harpune vorbereiten. Oder am Schießen. Schießen wir oder bereiten wir vor? Wir schießen. Wir schießen, okay. Das ist ein Schiff, wir haben eine Harpune. Ihr habt einen Schuss. Don't fuck it up. Okay. Und ich muss würfeln. Du hast 70. Wir haben den gerade hergeholt. Du hast 70 auf die Wehr. Komm. Ich hab 70. Komm, bitte. Nur eine 30% Chance. Ja, Mann, Treffer. No, go for it. Jetzt der Damage. D20 plus 10. D20, alter. Go for it. Der Auge explodiert. Also, 1d20 plus 10. Ja. Da bleibt's irgendwo. Ja. Boah. Wow. zu bekommen aber wir haben jetzt jetzt am seil wir haben es am seil jetzt doch mal so und das macht bestimmt schaden wenn mike holmes einfach am seil zieht und ihm das raus ich hätte auch ich hätte die idee gehabt die geil gewesen wäre nicht die vorher gehabt hätte vielleicht wie reagiert das auge auf die harpune bleibt darin stecken und das vieh scheint nicht sonderlich geil darauf zu sein wo bleibt ihr in der fall stecken im auge stecken irgendwo im vieh aber nicht im auge sondern eher im tentakelbereich rio dann darfst du da warte mal ich will vorher wissen was hatte rio für eine idee gehabt ich hatte eine idee ich hätte eigentlich ein stück stoff an die an die harpune binden sollen das so mit alkohol durchtränken und das anzünden das wäre die idee gewesen das wäre die idee gewesen ja kam leider zu spät ja ja wo kriegen wir das tuch her auf einem schiff fragst du wo wir alkohol herbekommen ich habe sogar 99 prozentigen ich habe aber nicht bei dir gerade ja dann brennt er schnell seine kajüte und holt es da ist ja auch jetzt wieder anzug gewastet na und style bonus so elf schaden gemacht auch gut und wir haben jetzt ein pet ich möchte dich daran erinnern dass du vorhin mit deinem gewehr mehr gemacht hast details wir haben jetzt im bett hast du rio ich bin dran ne ja ich zieh meinen anderen revolver und schieß damit ok alter willst du mich verarschen daneben ein d10 ist fast eine harpune streif schuss moment ist das nicht ist der zweite revolver nicht auch ein d10 plus zwei ich glaube nicht oder ich glaube doch 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 dann sind die 66 ja es sind drei der match stimmt der andere revolver ja auch ein bump revolver ich habe immer in dem neuen revolver ja das ist ein bisschen arg leise ich knall einfach drauf Nein. Nee. Bist immer noch leise. Daneben. Und der zweite. Critical. Bist immer noch leise. Aber du hast grad gekrittet. Schusswaffe. Guck mal, wenn Robin nicht da ist, dann krittet er. Wenn Robin nicht da ist, dann krittet er. Wenn Robin nicht da ist, dann soll ich für dich ab jetzt... Wenn ich selbst nutze, so rum eher. Guck mal, wenn Robin nicht da ist, dann krittet er. Ja, ja. Und du bist immer noch leise. Aber du hast schon wieder eine Drei gekrittet. Ich weiß nicht. Was ist, wenn du im Kreis auf Salz zeichnest, um anstatt Schuze schießen? Ach ja, ich weiß nicht. Warum? Besser? Bisschen. Bisschen. Besser? Ja. Noch ein bisschen. Sie will noch ein bisschen. Besser? Ja. Jawohl. Na, so macht man Schaden. Jetzt ist noch 50. Na, wie ich? Danke, Game Master. Zehn, aber ja... Ich muss sagen, du müsstest noch lauter sein, aber ich weiß nicht. Ja, er hat halt nen Crit gemacht, ne? Mal 1,5. Oh, 15. Also 15. Ja. Ja, mein Interessantio, da mach ich für dich halt auf 60. Nice. Das passt auch schon besser. Go for it. Da, 60. Ja, ja, das ist gut. So macht man Schaden, ne? Der Archäologe stellt den Detektiv bloß am Schießen. So, ich hole meinen Revolver raus. Und schieße. Weißt du, dann Robin mal schießt, Alter. Wenn er mal schießt. Wenn er schießt. Wenn er mal trifft. Daneben. Wobei, das ist bei... Zweiter Schuss. Das ist bei dem, äh, Dings ja nicht anders. Achso. Dete. Ich hab noch gar nicht die Munition noch bezogen. Das muss ich auch mal machen. Sechs Schutze. Dann... D10 plus 2. Sieben. Du meinst, wenn der Revolver mehr Schaden macht als der Rampune? Ach, ums. Wir haben sie. Schnell. Ich find das voll irritierend, dass du das immer erst nachsichtig hinzuaddierst und nicht schon einfach mit einstellst. Ist so. Ist doch vollkommen egal. Ich bin ja immer vollkommen, hä, wie guckt ihr jetzt auf die Sieben? Also Sieben... Ja, weil man dann jedes Mal umstellen muss, wenn man irgendwas... Ja, ja, klar, aber ne? So, die Broodys bereiten wieder vor. Die anderen beiden. Jetzt sind sie nur zu zweit. Vor allem nicht, dass die irgendwie darauf reagieren, dass da einiges Dead ist. Ne, machen wir mal weiter, juckt die nicht. Ja, natürlich, die müssen da weiter kämpfen. Meines Auges pittet sich auf die Leute, die mit der Rampune draufgeschossen haben. Das war nach Rampune aus Salz. Ich bin fast der Meinung, dass sie erstmal einen Konzentrationsmalus kriegen sollten. Von wegen erst so... Oh, Robin! Damit die noch weniger bringen können, als die vorher so taten. Die müssen ja auch mal einen Stubbywurf machen müssen, weil... Ich glaube, das Monster ist jetzt dran. Ja, das Mon ist dran erstmal. Das mit dem Stubby, das können wir dann nachklären. Die dürfen auch mal einen Stubbywurf auslesen, ihr habt auch schon einen oder zwei rausgelassen. Ich bin übrigens dafür, dass wir das Auge August nennen. Das Mon ist das dran. Ich bin dafür, dass wir aus dem Auge eine Rüstung machen. Das Mon ist dran, so. Du darfst es am Ende als Helm tragen. Das ist gut. Ich trage das dritte Auge. Dieses Vality-Item aus Terraria. Ja, genau. Genau das. Genau das. Ihr habt so ein scheiß Glück, ne? He he. Haben wir das? Okay. Wenn wir Pech haben, schießt das Auge einfach auf das Schiff und wir sinken. Das Mon schießt, trifft wieder. Trifft wieder keinen von euch. Trifft Bamsus. Oh, wir haben eine Schutzschild-Gruppe, Alter! Geil! Fleischschild! Trifft Bamsus und Bamsus ist tot. Alter, wat? Okay, scheiß ernst. Wie viel Damage hat er gerade gemacht bei dem? Zwölf. Alter, wenn mich das Vieh trifft, bin ich tot. Also nicht einer von denen irgendwie die Möglichkeit einen Tornado zu beschwören? Der ist gerade gestorben. Alles klar. Alter, wenn mich das Vieh trifft, bin ich tot. Ja, Rio, dann sorg mal dafür, dass es sich nicht trifft. Nein, bester Ernst, gependelt von fünf bis zwölf. So, ich schieß jetzt. Jaja, aber zwölf bin ich tot. Bei elf bin ich auch tot. Wer weiß, ob es nicht sogar mehr machen kann. Die beiden noch mehr... Die beiden noch mehr... Die beiden noch mehr billig auf wen? Oh, warte! Oh, Kritt! Kritt! So, jetzt komm. 1d12 plus 3. Komm, Baby. Mach es. Mach es. Machen wir zwölf. Ist okay. Elf plus Hälfte... Drei plus Hälfte... Fünf oder sechs. Runden wir auch genau. Egal. Bei beidem ist das vier RIP. Yes! Nice! Also es hat vielleicht hundert Leben. Es hatte hundert Leben. Alles über zwölf hättest getötet. Nein! Zwölf oder mehr. Guys, perfect game. Übrigens. Keiner hat Schaden bekommen. Hey, du hast einen Schaden bekommen. Okay. Du nicht. Erstmal abklatschen. Wir haben das unwirklich geschafft. Zwei von uns sind gestorben. Oder dass jemand von uns gestorben ist. Rennst du zu... Wie ist der Baerlip? Herr Game Master. Wie... Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. So, ich renne zu Baerlip und äh... Baerlip. Ich greife mir seine Bälle. Das ist mir auch egal. Das ist tot. Ich greife mir seine Toilnaderode. Kannst du nicht. Hat er einen verleibt oder nicht? Hat er schon einen, genau. Außerdem... Was sagt der Dritte dazu? Das ist mir egal. Ich bockst dich weg. Echt so? Meine zwei Freunde sind gerade gestorben. Du gehst jetzt erstmal einen von unseren Mitstreitern looten. Hat das... Von dass das Auge jetzt eigentlich so einen richtig schönen Bauch klatschen ins Wasser gemacht? Ja. Das schwimmt da jetzt ein bisschen. Es hat keinen Bauch. Es hat einen... Es hat einen... Ich reiß die Harpune mit sich runter. Ja. Also es schwebt nicht mehr, ja? Ähm... Seilkappen, Seilkappen, Seilkappen! Die Harpune fliegt euch einfach aus der Hand. Ja, okay. Höppb. Tschüss. Tschüss Harpune. War schön mit dir. Ich hätte lieber ne Kanone gehabt. Verpiss dich! Wie gern hätte ich ne Kanone gehabt. Das wäre so geil gewesen. Einfach mit ner fetten... Einfach mit ner fetten Kanonenkugel ins Auge schießen. Tja. Tja sagt er da. So, und jetzt... Philipp, was wolltest du fragen? Ich wollte fragen, wie das sich so anfühlt, wenn man so zwei Kämpfe vorbereitet. Der erste wird mit Okkutismus weggekrittet und alles zerstört. Wir bekommen Null Schaden. Zweiter, wir werden nicht getroffen. Null Schaden. Schon scheiße. Ihr wisst aber nicht, was für Boss ich noch in petto habe. Jaaaa... Release the Cracken! Ja, ist echt sein nächster Boss in der Solo. Release the Cracker. Können wir eigentlich ein bisschen Stabi zurück, weil wir sowas Großes getötet haben? Was? Eigentlich ein bisschen Stabi zurück, weil wir sowas Großes getötet haben? Nein. Hä? Wir müssen jetzt erstmal ne Selbsthilfegruppe starten. Aber Rave, ihr könnt jetzt in die Fotobooth. Jawohl. Hat das beendet? Was? Oh Gott, wow. Beförderung! Was können wir jetzt? Achso! Wir können die... Kapitelspend, wir können die Skills aufleveln. Nein. Das war die XCOM-Anspielung. Das war die XCOM-Anspielung. Aber wir können bei Begegnung mit fremdartigen Wesen noch eintragen, was wir gesehen haben. Sirenen und Tentakel-Hentai-Monster. Wie heißt es? Tentakel-Hentai-Monster. Das könnt ihr von mir aus so nennen, aber... August! August! Ja, oder August. August... Sekunde... Wir müssen aber mittlerweile ein bisschen abgehärtet werden. Das denke ich mir halt auch immer, aber dann... Nö... Einen... Es war halt... Es war halt ein Boss, weißt du... Bei den Sirenen mussten wir immer einen nicht-wurf hin. Das stimmt. Das Vieh heißt Jäger. C-Y... C-Y... A-E-G-H-A. Jäger. C-Y... A-E-G-H-A. Was war das? Einfach draufschieben. Jäger. Also einmal Kopf auf die Tastatur klatscht. So heißt der Vieh. Ich hab's halt immer noch nicht komplett... Weil ich... C-Y-A-E... G-H-A. G-H-A. Ja. Kannst du doch Äch nennen oder Kaplach. Während die sich da auf den Handrücken schreiben, wie das Vieh heißt, möchte ich zu dem Einzigen überleben... Ich schreib's in den... Ich schreib's bei Begegnung mit fremdartigen Wesen in den... Keuchgefried. Ja, richtig. Ich auch. Ich glaub, da können wir alle hingehen jetzt. Wer von ihnen hat eigentlich getroffen? Hm? Wer von ihnen hat eigentlich ihren Angriff getroffen? Der, der gerade gestorben ist. Aber dass sogar der überliebt, der gar nichts gemacht hat. Ja, gut. Erst mal hingehen. Der hat am wenigstens was gemacht. Du... Du lebst doch. Ich würd mich ja schämen an deiner Stelle. Und by the way... Off toppy... Also... Außerhalb des Spiels... Ich hab diesen Boss extrem abgeschwächt für euch, ne? Oh. Im Normalfall hat dieses... Pass auf, im Normalfall hat dieses Vieh 5 Angriffe pro Runde. Ja gut. Und macht im Normalfall... Schaden 8W6 plus Schadensbonus 17W6. Was? Ja gut, nach zwei Runden wären wir alle tot gewesen. Wie und wer soll das überleben? Nach zwei Runden, nach einem Angriff. Naja... Naja... Ravel... Er kann... Es kann fünfmal angreifen. Wir waren aber zu... Acht? Acht. Von daher zwei Runden. Naja... 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 Zu viele. Zu viele. Alle. 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 Zweimal. New Game Plus 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 Plus. Ja genau, was daraus angeht, verstehe ich halt nicht ganz, wie das Balancing überhaupt funktioniert. Ich hab auch keine Ahnung. Das ist gut als Game Master. Vor allem... Ja... Es ist halt... Pass auf... Ich balance halt hier alles nach, weil... Ich weiß halt nicht, wie das funktionieren soll. Wir haben die Charakter halt nach Buch gemacht und nach Buch macht dieses Vieh einfach so viel Schaden. Wir hören halt eben, wie es denn sterben, das ist das Problem. Ist so. Deswegen bellen sich die Scheiße nach. Hm... Die Zeiten, Ronja hat gerade eine Minute gebraucht und Beine meint der Ansatz. Das ist schon schwierig. Er hat sich versucht mit den Füßen in die Ärmel reinzusteigen und dann von unten nach oben ziehen. Wir probieren mit den Füßen in die Ärmel reinzusteigen. Wenn wir schon... Point Zone 0 setzen könnten dann... By the way... Wir gehen jetzt mal wieder ins Spiel, ne? Ja. Ja, okay. Ähm... Ja, ihr guckt euch jetzt halt um. Leichen looten ist halt nicht, weil... Das sind so... Häufchen Asche geworden. Ja. Ja, aber ich hab dir auch gesagt, ich wollte eigentlich jetzt zu dem einen Überlebenden hingehen und den Highlights zollen. Ja. Same. Ja. Gehen wir hin. Gut, dann geht ihr jetzt zu dem Typen. Ich guck mal, welcher von denen... ...hatte das? Okay. Ihr lauft zu Averill, also. Der Typ... Averill. Averill, der Typ, der nur noch Augenbrauen hat. Und ansonsten voll kahl ist. Ja, Buddha. Was hab ich denn verpasst? Das... Deswegen wurde er nicht getroffen. Es hat... Seine Glatz hat geblendet. Ne, der ist strafreffektiert. Daniel, das hast du übrigens auch mitbekommen. Das war eine... Es ist immer noch... Die drei Dudes, die letztes Mal auf dem Schiff... Die drei Dudes zum Anfang, ja. Ja, ne, sorry. Hab ich grad ein bisschen verdrängt. Das war in dem Arm, wo mein Auge so mega weh getan hat. Ja. Ja, das kenn ich. Das Auge. Das Auge. Das war ne Vorwarnung. Die Prophezeiung. Sie ist eingetroffen. Das waren oben. So. Die... Aber noch ne wichtige Frage. Ich geh jetzt an die Reling, gucke nach unten und gucke, ob das Schiff sich bewegt. Du siehst die Wolf... äh... Wolfram, genau. Wie Wolfgang hat den Abgang gemacht? Du siehst, wie Wolfgang langsam nach hinten weg schwindet. Nein, Wolfgang. Tschüss, Wolfgang. Nein. Er wirft ein weißes Taschentuch hinterher. Wolfgang. Die anderen zwei sind gestorben, aber unser wichtigstes Mitglied schwimmt gar davon. Ja. Man muss halt sagen, Wolfgang ist ein sehr guter Indikator gewesen, damit er den Boss überhaupt findet. Also, so blöd war die Idee, den Wolfsband ins Wasser zu werfen, halt echt nicht. Wobei das im Grunde eigentlich... Im Grunde war es eine Müllentsorgung, aber egal. Ne, also ich wollte schon irgendwas da hinten hinschmeißen. Ja, ja. Ja, hab ich ja doch gesagt, ich wollte ja erstmal die Munition hinschmeißen. Und das ist halt Wolfgang geworden. Ja, die Munition wäre aber auch nicht am Schwimmen gewesen, aber wenn das heißt... Ja klar, aber im Sinne von was hinwerfen wollte ich halt schon. Ich meine, da halt immer mal irgendwas Doofes ausprobieren, irgendwann kann es ja auch mal was Gutes passieren. Mein Motto. Jetzt probiere ich ja so viel Shit auch aus. Vielleicht bringt es ja was. Mal zum Kampf Steinkreise auf dem Boden. Ja, das war aber auch Schlussfolgerung. Aus dem, was wir vorher wussten. Aber halt mitten im Kampf erstmal in Kreis ziehen. Ey, ist da schon wieder ein Wehr? Genau. Ryo, Ryo, dann sag mir mal, was die anderen beiden da gerade gemacht haben. Ist das besser gewesen? Sie haben es versucht. Sie haben sich stets bemüht. Sie haben nur nicht getroffen. Ich hab die Harpune getroffen. Und wurden deswegen pulverisiert. Du hast einen Scheiß an Schaden gemacht. Ich hab krassen Schaden gemacht. Ich hab halt Minimum-Roll gemacht. Ja, Minimum-Roll, ey. Pass auf, überleg mal, du hättest eine Max-Drawl gehabt mit einem Crit. Wär das Ding tot gewesen. Nee, das wären dann 45 Schaden. 45. Ja, gut. Dann wär das Ding zweimal tot gewesen. Halbtot. Ja. Wir hätten nach der Harpune, hätten wir schon statt 63 Schaden, hätten wir schon 72 haben können. Nevermind, 82. Hätt sie voll getroffen. Haben wir leider nicht. So, wie geht's denn unserem guten Everett? Till steht da, guckt sich diese Häufchen Asche an. Und bricht zu Boden. Pat, pat. Ich möchte ihn emotional unterstützen. Er ist angebrochen. Wenn wir ihn unterstützen. Free Hugs for Everett. Ich frag einmal, wo man diese Boden herbekommt für Magie. Oder er ist doch bewusstlos geworden. Ohnmächtig. Naja. Ich frag mich grade, kann der Typ eigentlich auch irgendwelche geilen Spells? Everett? Stell mir halt grade vor, wie unser Pathologe gleich im hohen Bogen vom Schiff liegt. Soll ich dir sagen, was Everett für Skills hat? Heilungenszauber. Ja. Ja. Er ist der Sunny. Ich wusste das. Oh, das ist so bitter. Das ist so bitter. Der Magic überlebt. Der Magic, alter. Er konnte nicht mal heilen, weil die einfach sofort tot waren. Der Support ist gestorben, der Damage-Dealer ist gestorben und der Sunny überlebt. Boah, der tut mir so leid, ey. Ja. Wird mal Rabbe für ihn gestorben, äh, für die beiden gestorben. Bist du der Sunny? Merkst du selber, wa? Oh, 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 oh. Oh, man. Wer jetzt richtig einen Zusammenbruch kriegt, weißt du ja, am besten noch mit so Pflaster auf die Asche-Sorte. Wird wieder gut. Ja. Medic! Oh, scheiße. Na gut, der Typ ist jetzt... Tja. Der Typ hat auch dadurch gerade, by the way... Ich würfel mal eben. Oh Gott, er wird wahnsinnig. Der Typ hat gerade 14 Stabby dadurch verloren. Und mittlerweile kommt Matrosa mit dem Beso und kehrt die Asche von Bord. Dann helfe ich ihm, hochzukommen. Und bringt's im Stuhl, damit er sich hinsetzen kann. Wie krass, ob der das will. Na, ich würd ihm das anbieten. Oh, das... das wär jetzt richtig geil, wenn der Sunny jetzt eigentlich praktisch so'n... so'n Resurrection-Spell hat. Plötzlich kommt die aus der Asche wieder. Phönix-Skill. Phönix-Skill. Heroes never die. Phönix aus der Asche. Ja, da kommen so zwei Föten raus. Heroes never die. Wait, ich bin Lucio. Shit, na dann... dann hat er sein Schutzschild aber auch viel zu spät gemacht. Jetzt ist Batman. So, also die beiden Leomons sind tot. Was jetzt? Die beiden Leomons. Circa. Also lässt er sich hochhelfen? Ja. Also er stellt halt absolut keine Gegenwärter. Du setzt ihn halt auf dem Stuhl und er ist dann immer noch vor sich umherheulen. Wie viel Stabi hatte der denn vorher? Vorher? Als er aufs Schiff kam, hatte er 40. Wie viel hat er jetzt noch? Sechs! Sechs? Der wird doch wahnsinnig, oder nicht? Ja. Wir können's ja mal so machen, wir können mal just for fun würfeln, was er für eine Phobie bekommen würde. Oder was er für eine Verhaltensstörung bekommt. Der müsste doch eigentlich Depressionen jetzt bekommen. Das auch. Wenn der jetzt Romane wird, dann werden wir am Arsch sein. Naja, wir haben eigentlich... Ich darf schon mal an die Verwundersen, da kann man direkt mal sehen. Wir haben Regentänzer, die werf ruhig nicht, Ravel. Okay. Na gut, wenn er den Frachtraum aber in Branden setzt, bringt uns der Regen an Deck auch nichts. Mhm. Auf jeden Fall wollen wir ihn jetzt nicht mehr rekrutieren. Aber ist schon schön. Ich wollte ihn aufmunzern, aber bei sowas... Vielleicht sollten wir ihn erst erst recht rekrutieren. Ich würd'n gern dabei halten, ne? Jetzt ist er... Wer ist ein Geistgestörten mitnehmen. Ja, ja, er ist ein Medic. Ich kann ihn nicht... Ja, er ist ein Medic, genau. Ihr habt doch schon einen Medic dabei. Ja, ist ja gar nicht. Ich kann dem Jungen noch zureden. Und vielleicht liegt er ein bisschen stubby, weißt du? Vielleicht hab ich ja so... Wir brauchen aber einen Medic, der unseren Medic heilt. Weil unser Medic kommt per much für die YOLO-Aktion. Ne, wir brauchen noch einen. Wir können ja überreden. Wir sagen ihm einfach, hey komm, kannst du mit uns willkommen. Vielleicht schaffst du's dann mal jemanden vom... So zu beschützen. Wir brauchen einfach noch einen Fleisch. Ja, das ist natürlich... Willst du ihn erst mal zwingen? Das ist natürlich richtig schöne, äh... Aufmunternde Worte. Tja. Rip Caleb. Wie er vergesst, wie der andere heißt. Weißt du, was für ein bitteres Gefühl ist? Ne, der andere Tote. Wenn du deine Züge hinfängst oder ein Medic überlebt. Jakob. Ah, Jakob. Äh, das wäre einmal... Dein... ... und so 100... ... krankhafter Drang, sich zu beklagen. Passt! Ich kann mal nehmen, ich kann mal leben. Warte mal. 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 Der ist jetzt schon wieder... Der ist ja schon wieder stehen geblieben. Ich hab schon wieder Schaden gekriegt. Warte mal. Amorite ist jetzt ein richtiger Deutscher. Und so wurde bei dem ersten Pferdekarren Weißt du, was passieren kann? Was? Ich brauche Heilung Ich habe einfach weniger getroffen Und mir kriegst du nichts Ich frage jetzt mal so, wie das geht Wollt ihr jetzt echt einen NPC in die Party Aufnehmen, den ich dann spielen muss? Nein Jawohl, Dominik wird zum richtigen Spieler Ich selbst dann, wie gesagt Ich werde mit dem in die erste Kreissäge rennen Der Typ hat sechs Stabby Hilft sich gleich von Bord Ja, lass ihn das doch machen, wenn er will Ich würde um den Streuermann rufen Es geht weiter An Steuer Sehen Sie, Wolfgang ist weg Aber falls du noch irgendwelche Ruhen hast Dann hast du die vorher gegeben Es wurde doch vorher gesagt, die haben nur keine Ruhe Die hatten die Regenruhne und mehr nicht Oh, scheiße Sie haben Geld Und sie haben Steine Das ganze Geld hatte Caleb Das ganze Geld hatte Caleb Everyone hat gar nichts Aber ihre beiden Kajüten Die ist er noch unbeschädigt Ja Stimmt, in die Kajüten könnten wir jetzt mal gucken Müsst du einbrechen Jetzt so, psst Moment, Chat gucken Ja, stimmt Ähm, naja Weiß nicht, kann ich versuchen, ihn aufzumontern, selbst in diesem Status? Ja, hab ich schon gesagt, dass ich ihn supporten möchte Und dann willst du da so Ja, nee, nee, also Das hattest du schon mal gefragt Das hattest du mich sogar Da erinnere ich mich dran, Rave Das hattest du gefragt Äh Äh Das hattest du mich per Discord mal als PM gefragt Okay Dann fahre ich von Rio Ja Aber ich will jetzt halt nicht, dass er Stagi zurückbekommt Sondern er jetzt Ich halt jetzt nicht meint Als er das Nebenhaltskenn sinnmärchgemäß von dem Schiff schmeißen Das könntest du probieren, aber da brauchst du nicht drauf würfeln Okay Dann würde ich ihm einfach einen Witz erzählen Ja, das war aber auch meine allgemeine Frage, die ich noch nicht beantwortet bekam Von wegen, ob jetzt sich Ob Tantien plötzlich jetzt sterben könnte Im Hintergrund Theoretisch ja Danke Also NPCs NPCs müssen nicht onscreen sterben Ja, und auch ohne, dass wir das tun können, richtig? Also das könnte jetzt einfach passieren Ja Ja Danke Also Montagchen auch Aber auch ohnehin klappt es nicht Äh, nee Da muss ich nicht, dass ich mit einer Sorge Oh Gott Pfeifen, nicht pfeifen Nicht pfeifen Sorry, dass du weinen Ja Tut weh Also mit einem Witz kriegst du ihn, kriegst du ihn nicht aufgemuntert, aber Mit schönen Worten Mit schönen Worten Aber mit nem Paten Und jetzt sag ich ihm zu und erzählen, wie, was für ein wichtiger Mann er ist Und wie schön er aussieht Könnt ihr euch so machen, ich wirfe auf Muttersprach und wenn ich kritze, dann munter ich ihn auf Was? Könnt ihr euch so machen, ich wirfe auf Muttersprach und wenn ich kritze, munter ich ihn auf Ja komm, Gott Warte Nee Nee No Fertz und mein Ziel ist es übrigens nicht die Gruppe äh Zu äh Umzubringen Mein Ziel ist es die Gruppe zu behindern Sie umzubringen ist das Sekundärziel Nee Das ist optional Das ist so ne Trophy, die man bekommen kann Da steuert man, dann mal langsam hochgerannt Aber In RPGs gibt's keine optionalen Ziele Das stimmt Was? Deshalb Trophys Wer ein RPG spielt Bei dem gibt's keine optionalen Ziele, find ich Der setzt sich nur sein eigenes Ziel immer wieder neu Nein, ich meine, wenn er zum Beispiel steht Da ist alles Alles ist Pflicht Ja, alles ist Pflicht Wenn er zum Beispiel bei Disornored oder sowas steht Optional, ich finde das und das Dann suche ich das so lange, bis ich's gefunden habe Okay Das ist absolut korrekt Daher kommen auch meine 600 Stunden bei Skyrim Deswegen spiele ich kein Mass Effect Andromeda mehr Ja So, in-game Damit er mehr RPG spielt, braucht er nur Raketen Und dann ne Harpune So, in-game Auf den Raketenwerfer bezogen Ja, ja Achso Oh, wow Das hab ich schon mit Das hab ich schon mit Oh, wir das sind auch verstanden Können wir jetzt wieder in-game gehen? Ja, bitte Muss ich nochmal wieder Dinge erledigen Ich bin nochmal weg Mach das Okay Ist der Steuermann mittlerweile zum Steuergarant? An dem ich ihn gerufen habe? Nee Er guckt sich jetzt halt ein bisschen um und fragt, warum da zwei Aschehaufen liegen Ja Ich sag ihm, das möchten sie nicht wissen Glauben sie es Mal so außer des Spiels Können wir dir was sagen? Wir sind ziemlich starke Raucher Ich rauche nicht Weiß er doch noch nicht Ich glaub, das wird er dir nicht abkaufen Wenn ihr jetzt die ganze Fahrt über Ich sag mal Im Normalverhältnis geraucht habt Und auf einmal raucht er Zunächst an einem Morgen So zwei so Haufen Asche zusammen Danach ist es aber definitiv so Außerdem hat er doch jetzt die Viecher davor schon gesehen Das heißt Ja, also gut Kurzfassung Fliegendes, großes Auge Was die ganze Umgebung windstill gemacht hat Wir bekämpften es Wir bekämpften es Es schoss zwei Laser Zwei Tote Tote sind Aschehaufen Wir können weiter segeln Ach ja, und die Harpune ist weg Und die Harpune ist weg Ja Jetzt gibt es den Stabi geworfen Ich hab doch gesagt Sie wollen es nicht wissen Merkst du selber, was? Oh Mann Hat sich aufgefasst Der Typ muss sich ja auch denken Was hab ich da für Vollidioten Auf mein Schiff gelassen Vollidioten? Der hätte auch schon die Serien gesehen Alter, ganz ehrlich Ja, die kamen da bestimmt nur wegen uns Ja, und? Trotzdem hat er es gesehen Ja, okay Wir lassen sich's halt ein bisschen verstreichen Ihr kommt halt irgendwann in Finnland an Hey Kriegen wir noch Skill-Möglichkeiten? Äh, was meinst du? Ach so, ja Kapitel beendet Nein, das war ein Timeskip Ach so Würfeln auf Bullshit Jeder wieder fünf? Jeder wieder fünf Okay Fünf Fünfhunderter Äh Hundert Null Fünf Stück Nehm ich Nehm ich Ey Auf was hast du gewürfelt? Auf Ausweichen Gut Ach, schon auf Ausweichen kann man ja auch ausgehen Bestimmt, da war ja was Dann der Nächste in der Reihe Ja, dann bin ich dran Fünf Nehmen wir Nahkampf Handgemenge Okay Ja, komm Das sind Viele Leider nicht Das sind fünf, Mann Ach, ich hab grad nur die untere Hälfte gesehen vom Bildschirm Und ich hab grad nur so Boah Viel Okay Ich bin dran, ne? Ja Ryo Auf was wirf Ausweichen Erstmal alle ausweichens Ich muss ausweichen Ich will leben Ich will leben Daniel? Äh, auf Schießen Also, was war das? Das war Du willst auf Schießen? Du willst echt schießen, der Zug Ja, Fankham, Faustfeuerwaffen Gut, dann ziehst du dir dafür aber auch nochmal fünf Munitionskugeln ab, ne? Ja, klar, kein Thema Ja, ja, klar Kein Thema Okay Oh, ja Kein Griffball Fünf bei den Himmel geschossen Fünf Schöße in die Luft Bang, 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 bang Du hast, du hast fünf Finnen getroffen Wir werden gleich gesucht Hahaha Ehehe 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 Einmal liegen fünf tot den Wingards auf dem Schiff Fünf Wingards, ne? Und lad meinen Vier, vier, vier Wingards und ein Pelipper, was dann nur den Bug runterreißt Boah Lecker, Frühstück Ich lad meinen Revolver nach Ja, mach das Und hab nur zwölf Schuss, äh, normal und sechs in der Kammer Gut, dann is noch Robin 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 Lass, lass crazy würfeln, der macht Crit Robin ist gerade full AFK Ja Ja, würfel einfach und er sucht sich dann aus nachher, ob was das gehen soll, wenn er Ja, das können wir genau, das können wir so machen Inwiefort, inwiefort Erster muss sein Crit werden So, fünf Crit Bringt auch nix, bringt auch nur einen Haken Hast du gehört? Ja, ja, du bist ne Viertelstunde AFK Alles klar Kein Crit Kein Crit Kein Crit Das war nix Adeee Schade, schade, schade Genau Kritischer Misserfolg wäre dann, dass er ein Quetzalcoatl in der Luft getroffen hat und dann ist die ganze Party zerstört Oh Gott, oh Gott, nein Oh Gott, oh Gott, nein Du durften nur das Quetzalcoatl in der falschen Richtung nicht Das ist ja eher in Richtung Südamerika So, tja Gut Wie Lothar Matthäus jetzt sagen würde Wäre, wäre, Fahrradkette Wäre, wäre, Fahrradkette? Ja Hätte, hätte, Fahrraddecke Oder wie Sepp sagen Ne, Decke, Decke Er sagte Decke, Decke, Fahrraddecke Ach ja, stimmt What the fuck? Stimmt, Decke, Decke, Mann I'm learning speaking English, ey Bester Typ Also, Sepp, Alter Sepp ist echt speziell Fliegende Autos, ne? Decke, Decke, Fahrraddecke Ok, ok Weiter Weiter im Text Ja So, ihr seid finland angekommen Welcome to finland Let's go leveling Nice Ey So Erstmal Alle bekommen Alle bekommen Einen halben d4 Lebenspunkte Halb Wie jetzt? So Also, entweder 1 oder 2 Ja Ok Dann fang ich mal an Achso, unsere Trefferpunkte erhöhen sich mal? Ja Wow Oh, bitte, lass es ne 2 sein Ok 1 1 Sehr gut, ich krieg einen mehr Auch ok Ich kann das rechts bei nicht Mach es mal Es wird Wohl 17 Äh Kann man seine Trefferpunkte Einen d2 auch Müsse genannt Ja, glaube ich Kann man den Hauptwert auch verändern? Ich glaube nicht, oder? Wie den Hauptwert? Achso, nein 2 Weil ich Ich würde jetzt praktisch 17 von 15 Ja, ja Ja, ja Ist schon richtig Ihr werdet jetzt einfach overloaded, sag ich mal Cool Ja gut Aber das Dann muss ich nur aufschreiben, dass ich auch so viel Leben habe Ja, ja Weil das würde sich 17 Ja, ja Weil es würde sich Der Lebenswert ergibt sich halt aus Stärke und Konstitution Achso, ja, ja Zusammengeteilt durch irgendwas Ah, ok Deswegen Also, ihr könnt jetzt einfach vorne reinschreiben zum Beispiel 17 von 17 Und dann der Fixwert wäre dann zum Beispiel von 15 Das ist ne ziemlich gute Idee 17 Uh Achso, das heißt rechts bleibt immer noch meine Originaltrefferpunkte Aber jetzt schreibe ich jetzt einfach bei den vorderen Ja, ja Dann 13 von 13 beispielsweise Ja, ja Genau Ok 11 Trefferpunkte Ich habe jetzt Ich habe jetzt 13, Alter 17 17 ist echt krass Mit 13 könntest du ja von dem Boss gerade schon einen Hit überleben Ja Ja, das stimmt Welchen hat der Marschaden eigentlich gemacht? Hä? Wahrscheinlich 12 Maximalschaden hat der Boss eigentlich gemacht 12 Ok Oh, da hat der eine den vollen Schaden rausgekommen Wir haben beide vollen Schaden rausbekommen Der eine war schon angerittet mit 5 Ja, aber trotzdem Der eine hat halt 5 12 Der andere hat 12 Hm Ja, gut Gut, dass wir Mutes jetzt hatten, ansonsten wären wir tot gewesen Also zumindest vielleicht einer von uns Zwei Ja Der hat überlebt Aber ich glaube Robin auch Echt nicht Also ich nicht Simmel nicht So Dann Daniel weiß ich nicht Der ist auf Daniel würfen Und Robin Der hätte das glaube ich überlebt Daniel Ne, Daniel wäre genau gestorben Der hat 12 Ok So, Daniel Warte mal Wer hat jetzt alles schon gewürfelt? Ihr drei habt gewürfelt Die beiden sind auf K Daniel und Robin Ja, das heißt ich würfe mal eben D4 Von oben nach unten Daniel bekommt ein Robin bekommt zwei Jawohl Oh, schön Die Tanks werden noch tankiger Ich wollte gerade sagen Die Tanks, die schon so viel Leben haben Die werden einfach tankier Und die, die fast kein Leib haben Die bekommen einfach nichts Ich würde einfach nochmal Ich würde einfach nochmal ein bisschen breiter Ich wurde auch tankiger Ich hatte 11 Und der hat jetzt 13 Ah ne, Daniel hatte 13 So rum Das ist doch schon mal ganz gut Jetzt hat er 14 Ja Ich wurde ihn ein Robin hatte Wie viel 13 Auch 13 Jetzt hat er 12 Äh, 15 Ja Das ist schick Das heißt wir leben wie ich vor uns Wir haben mehr Leib So Ist jetzt skill, ne? Ja Gut Also wie war das? Wir müssen den Wurf verkacken, ne? Wir müssen den Wurf verkacken Wir müssen den Wurf verkacken Ach ja, das war ja auch noch dabei Oh Gott Okay, also mein erster Skill ist Ausweichen Da habe ich 40 drauf Erstmal die niedrigen Sachen eigentlich zu leveln Ja okay Ja okay Okay Das hast du definitiv verschissen Okay Ein D6 Ein D6 Ein D6 Ein D6 Ein D6 Fernkampf Flinte wird bei dir ein bisschen schwer zu gewinnen Komm bitte Ja Melz, Melz 3, komm 2 Wow Schade Ja gut Besser als gar nichts Günder Besser als gar nichts 42 Haken raus Nächster Wert Fernkampf So, da habe ich 70 Ja Das wird schwierig Hm Komm, schaff es Verkacken Jawohl Ja Holy shit Alter, du wirst bald nur noch treffen Du wirst bald nur noch treffen wärst soweit Wieder 2 Ist aber Ist aber auch vollkommen in Ordnung Ich meine 2 Vor uns hast du ja da 71 geworfen Ja 2 72 ist schon sehr geil Der nächste Wort ist Okkultismus Ja Nee, der nächste Wort Stimmt ja Der nächste Wort Wenn ich jetzt Ich hab da 5 drauf Du könntest eine Elf Du könntest eine Elf draus machen 9 Wow, Alter, war das knapp, Alter Ich hätte gelacht, hättest du da gekrittet, ne? Ja, jetzt hast du 8 Das ist ja Siehst du, hättest sogar immer noch verkackt Ja Dann nochmal bitte einmal für Psychologie Jo, Psychologie hab ich 10 Ja Der hätt wirklich immer noch verkackt Yes Äh, 1 D6 Das ist 1 Auch gut Und dann nochmal einmal bitte Für Nahkampf Schwert Psychologie hab ich dann Elf So, Nahkampf Schwert Ein gewohlen Wie wird das hier wirklich schnell und durchleven heute? Ich habe ja nur 2 Sachen Klettern und werfen 13 Schade Na ja Sehr gut Ey, kann ja nicht alles werden Kann ja nicht alles werden Und hat mir Fernkampf Faustfeuerwaffe Fand ich 60 Ist aber auch so Ne, okay, du hast 2 Oh Ist auch schonmal nicht Und Schwertkampf Ja 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 Komm schon Ist auch so verkackt Ich kann einfach so ein 3 Abenteuer und Schwert nutzen Hehe Uh, 25 Viertel Chance zu treffen Nicht schlecht Das ist 25% Ist halt schon fast so viel wie ein Rookie in XCOM Ryo Ich bin ran? Ja Klettern 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 und werfen Nur über 20 kommen Pfff Okay Ryo Ryo bekommt ein B6 Plus die Hälfte vom Wert Kritischer Misserfolg Ist das nicht gut in dem Sinne Ich muss doch verkacken Ja, 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 ja Deshalb gibt's ja mehr Achso Du kommst jetzt maximal auf 9 Punkte Alter Come on 6 6 Max Sprawl in diesem Falle 26 auf Klettern Äh, ich mach schnell so Ich hab dir den Haken schon rausgenommen, ne So, und dann nochmal für werfen Werfen Auch über 20? Komm 92 Alter Was ist das? Wow Okay Ich bin so nah an den Crits dran Jetzt beim Leveln, weißt du Und vorher verkackt 25 Das ist auch ein Viertel noch werfen So, gut Dann ist der dann Daniel Hat er überhaupt was im Skill? Muss ich nerven? Ja, hat er sogar Äh, wir würfeln dann einmal für Daniel Daniel Für die Borgine ist ihr Kienen 45 Aber On Point Ja Okay, das krieg ich da schon mal nicht Und werfen 40 Das ist ne 41, oder? Ja Das ist ne 41, ja Ey Das ist ne Warte mal Warte mal, er hat wirklich genau 40 Punkte in Werfen Er hat genau 40 in Werfen Das sind auch 45 Das hat auch 45 Das hat auch 45 So, und Robin Gucken wir dann nochmal Aber er ist ja auch unser Medic Der muss ja nicht so gut Schießen? Ja, Robin hat einen Ich hab noch was Schätzen und äh Fernkampf, Forst, Feuer, Waffen, Wertes Verborgenes, Haken Ja El Birginis, Haken El Birginis, Haken Verborgenes, Haken, Haken 21 Okay Verborgenes, Haken, Haken, Haken Verborgenes, Haken, Haken, Haken Fernkampf hast du schon mal nicht geskillt Wow Lächerlich Ist doch lächerlich, so Verborgenes, Haken auch nicht Das war zu erwarten Das Ding ist nämlich sowieso schon hoch Wie sonst Werte schätzen Hast du ne 99 Alter Weißt du, bei Werte schätzen kriegt er einen kritischen Misserfolg Okay, das sind äh 5 Ja Hast du jetzt ne 60 auf Werte schätzen Das ist nicht schlecht Gut Na immerhin Ich find's gut, dass ich für ein Kampfgewehr noch leveln konnte grad Und du hast 2 Leben dazu bekommen Ja und du hast 2 Lebenspunkte bekommen Ja ich weiß, ich hab das alles gehört, ich bin jetzt auch gleich wieder weg Wow Ja ich hab nur kurz ne Wie machst du denn? Robin lässt spielen Robin lässt spielen Robin lässt spielen Super, das heißt ich hab jetzt wieder 2 NPCs Und während, während ihr da den Kram gemacht habt, ich hab halt 10 Minuten geprüßt, da hab ich mich halt aufhört Das ist natürlich wichtig Ich hab nur zugehört Ja ich geh jetzt halt gleich ins Bett Okay Willst du nicht später noch mit den anderen taten? Willst du nicht später noch mit den anderen taten? Das könnte wie Gino sein Nee, zwischen nicht mehr, es wird Jetzt ist ja schon nicht später Na ja gut, ihr habt das Kapitel Wir können auch so machen, das Kapitel zu Ende und wir machen Sense Das können wir natürlich auch machen Können wir auch machen Also ich hätt auch Für ihn als 20, 30 hätt ich jetzt so gesund Müsst ihr jetzt sagen, wollt ihr noch was machen, oder? Nee, wenn Robert E. nicht mehr da ist, dann Mach feier Seh ich auch so Ich mein, dann hätten wir eben mal einen roten Abschluss, oder? Ja, dann habt ihr wenigstens, ihr hättet abgeschlossen mit nem Boss Ihr habt das Kapitel beendet Hab gescaled und seid jetzt in Finland angekommen Das ist ne Basis, auf der wir aufbauen können Ja Super Wir brauchen aber neue Fleischschutzschäde Für den nächsten Boss Na eins haben wir ja, das können wir haben Eins hab ich ja Der macht zwar nix mehr, aber den können wir trotzdem vorne hinstellen Ich sag dazu nichts Ich auch nicht Du hast uns diese NPCs gegeben, wir benutzen sie nur Genau Benutzen ist in diesem Fall sehr weit gefasst Wär's bei X-Komm, wär's okay, aber so ne Ich weiß Ravel, erinnerst du dich an die Szene, als ich dem einen Rekotten ne Gnade in die Fresse geworfen hab, als er vernetzt war? Opfer müssen gebracht werden, Gnade in die Fresse Das geht aus dem Bonus, dass du so vom Widerstand so ein kostenlosen Soldaten bekommst Der hat wirklich so ein Fleischschild ist Hatte Curry irgendwas gemacht in diesem Stream? Er hat die Harpune gehalten, mehr nicht Ja Er war die ersten zwei Stunden AFK und jetzt ist er eh wieder AFK Okay War ne ganz schöne AFK-Runde Mhm Daniel hatte halt ne Nullrunde heute Die Nulpe Da konnte Crazy ein bisschen spielen Da durfte ich auch mal was machen Nebst dessen, dass ich euren Bullshit korrigiere Niesemals gab's gar nicht so viel Bullshit Das ist vollkommen korrekt, weil ich euch nicht gelassen habe Ja, ist ja ne Frage, was halt mir auch machen soll Ja gut Wir hätten wahrscheinlich einen der beiden noch retten können, hätten wir die Harpune nicht gehören und einfach das Vieh attackiert Jaa Wir hätten so viel Damage machen können Wir hätten so viel Damage in der Zeit machen können Es hätten ich und Robin nochmal schießen können Drei Mal insgesamt Ja Insgesamt, warte mal Ihr habt einmal geschossen beide, dann seid ihr Hohen gegangen Dann habt ihr eine Runde gewesen, dadurch sind vier Schuss nochmal draufgegangen, dann sind es schon sechs Schuss Ja Sechs potenzielle Schüsse Und dann noch halt, dann halt noch der Harpunangriff, aber da war es dann sowieso schon Feierabend Drei von mir, zwei von Robben, zwei von Rio und einen von Cymbal Mein Bullshit heute war Wolfgang Das war ja nicht nur Bullshit, der hat ja geholfen Ich weiß aber trotzdem habe ich dich mit dem ein bisschen rumgealbert, das meinte ich eigentlich Naja, so ist es Der gute Mäufer Habe ich viel Bullshit gemacht, denn ich habe ich natürlich nicht Der Schiffspann Das war eigentlich nicht viel Ich habe nur den Kellner mit dem Zorn geschickt Ja Und jetzt ist er tot Und jetzt ist er tot Weil er sich nichts konzentrieren konnte Ja Ich muss sagen, dieses Test schon war ich ziemlich gut die Das ist tatsächlich wahr Du hast mal kein Bullshit gemacht Du kamst mal nicht zum Schmied Der Schmied tut dir nicht gut Das ist aber Generell Generell Händler tun ihm nicht gut Ja Ich brauche auf jeden Fall bald wieder Munition Ja, und in Finnland kannst du dich mit keiner Sache verständigen Ach, das wird schon Ja, ich freu auf den Zettel auf Affen Weapons Put da irgendwo down No Kugeln Aber die Schrotwinter hatte keinen Einsatz Vor allen Dingen müssen Auf 30 Meter hätte ich dich damit eh nicht treffen lassen Ja eben Ich hatte darauf gewartet, dass so diese Sirena nach oben springt So, oh, was ist da? Ja Deswegen hatte ich noch einmal gefragt, ob es so aussehen würde Dass sie hoch springen Hätte ich einmal geschossen und schon die Schroflinte bereit gehalten Sobald er hoch springt, weg machen Ja Ne, war aber nicht Hätten die Sirenen eigentlich auch irgendwas machen können außer schreien? Nein Wow Die waren eigentlich dazu da, damit ihr euch gegenseitig umbringt Oh Oh Aber Zimitz Zimitz Okotistus Kritt hat einfach mal den ganzen Der hat einfach mal den ganzen Kampf gacarried Ja Ja Der Krit War ein ganz guter Einfall. Ein ganz guter Crit. Ich meine, wie viele von euch... Zwei Runden gegenseitig angegriffen. Zwei Runden? Na ja, bis der Regentanz kommt, oder? Wer weiß, ob er auf die Idee kam. Ja, es ging ja nur einem von dem recht schlecht, ne? Ja, es ging nur einem von dem echt scheiße. Das ist vollkommen korrekt. Aber der hätte auch... Wahrscheinlich, weil er es halt gehört hat. Die anderen sind schwerhörig. Ne, die anderen haben jetzt tatsächlich die Probe einfach auch nicht geschafft. Ich glaube, drei von euch hätten die Probe halt geschafft gehabt. Das heißt, es wäre am Ende ein 4 gegen 4 geworden. Oh, ich hätte es auch so nicht geschafft. Ich glaube, ich hätte es auch so nicht geschafft. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, ich hätte meinen Saukalt Hardtrack. Also bei mir war es auch so drüber. Ne, bei dir war es tatsächlich gerade so nicht drüber. What? Nein. Ich habe doch irgendwas mit 42. Du als Kerl. Musst du nur mal nachgucken. Aber ich meine nicht, wie es ist. Egal. Ja. An sich schon. Aber das heißt, wenn wir mit Regen, wegen der Unsichtbarkeit... Regen als Support kann ich mir nicht vorstellen. Wow. Weißt du, dann macht er halt einmal eine Situation. Ich habe mir schon zweimal gezählt. Das ganze, das ganze restliche Pen & Paper wird dieser Skill nutzlos sein. Ich werde sowas von Regen casten zwischendurch. Vielleicht gibt es einen Brand, weißt du? Das ist einfach... Außer mal, außer mal, es brennt etwas, dann wäre das auch noch nützlich. Es könnte richtig viel brennen. Es könnte auch noch Feuer entgegen oder sowas. Ja, zum Beispiel. Das könnte sein, zum Debuffen oder... Ihr habt nie nachgefragt, womit Caleb angegriffen hat. Mit Blitzen. Pfützen und Strom. Aber nein. Aber wir haben keinen Blitzzauber. Das ist euer Problem. Noch nicht. Aber das ist das, worauf ich mit Daniel hinaus wollte. Das ist nämlich das, was du in... Was ich meinte mit Regen, ist mega nützlich in Campen. Du castest einfach Regen. Der Boden wird nass. Du hoffst das unter den Füßen deines Gegners. Ja, aber das heißt doch auch, dass bei uns... Unser Boden wird nass. Und das heißt, wir sind auch beim Blitzen gefährdet. Je nachdem, wie weit die Gegner weg sind. Dann kriegen wir uns doch selbst. Ja, wenn die Gegner in uns drinstehen, wäre das dummer. Wenn sie weiter wegstehen, alles. Oder ihr kämpft auf einer Böschung. Oder die Gegner sind auf einer Böschung. Ihr nicht. Regen, Carsten. Boden wird nassig. Regen-Gegner rutschen runter. Oder Weg abschneiden. Oder die Gegner bleiben oben. Schießen von oben auf uns runter. Wir müssen aber nach rankommen. Kommen nicht hoch, weil die nassig ist. Das wäre dumm, dann Regen zu casten. Ja. Weißt du, Rio, man kann auch alles schlecht reden. Echt so? Hätte ich dir einen Feuerball gegeben, hättest du das Schiff vielleicht angezündet. Kann ich bei meinem Regenspell so ein Feld erzeugen, wo kein Regen ist. Und genau das kommt bei Rio einmal rum. Crazy. Ganz ehrlich. Hättest du mir einen Feuerball gegeben, dann hätte nicht nur vielleicht das Schiff gebrannt. Ganz sicher hätte es gebrannt. Zumindest wenn es ein Zweitcharakter gewesen wäre. Vielleicht haben wir mal kein Wasser. Regen. Eher wüsste es regnen lassen. Also ist mein M-Punkt eigentlich wieder aufgefüllt jetzt? Wir haben geschlafen, ja, ne? Ja. Ich hätte ja gesagt, pro Nacht ein Maler-Punkt. Eingaben, ja. Okay. Ich könnte dann auch gleich meine Taschen nur benutzen. Wenn ich mal. Das hättest du tatsächlich tun können. Dann hättest du viermal in der Runde schießen können. Oder nachladen. Oder nachladen. Bei dem Boss wäre es halt wirklich gut gewesen. Hm. Naja. Nicht dran gedacht. Weißt du, bei einem Händler, wenn er sich was kaufen will, dann benutzt er die Taschen nur. Aber Boss, nö, nö. Aber dann hätte ich halt auch noch mehr Stubby verloren. Ich hatte schon so ziemlich viel Stubby kassiert. Das ist auch das Problem. Hast du nicht ziemlich viel Stubby? Du hättest einen Stubby-Punkt verloren. Insgesamt hab ich schon zwölf verloren. Die Uhr macht Stubby? Ja, die Uhr macht einen Stubby. Ja, mittlerweile jetzt ja. Oh. Weil sie soll halt auch einen Haken haben. Ja. Unter anderem, weil das nächste Item, was ihr bekommt, das kostet halt auch Stubby. Und damit das halt ausgeglichen ist. Das ist so, weil ich seh die Uhr schon als relativ mächtig an. Ja. Oh ja. Die Uhr ist durchaus mächtig. Ist wie der Reh. Das ist cool, aber nicht mächtig. Ja, eben, weil er keinen Schaden macht. Aber die Uhr, die kann halt Schaden des Todes verursachen, wenn man es richtig macht. Ja. Ich sag ja nur, dein ursprünglicher Plan, ne? Mit der Schrotflinte hinter ihn gehen und einfach aus nächster Nähe abdrücken. Was haben wir bei der Schrotflinte gesagt macht die an Schaden? 2W12. 2W12. 24 Damage. Mhm. Beziehungsweise 36, wenn es ein Crit ist. Ja. Und ich kann halt praktisch nicht verfehlen. 2W12. Könnten auch genauso 2 sein. Ja gut. Genau so wie der Apune, wa? Ja. Genau so. Weißt du, benutzt du die Uhr, schlägst dich von hinten an, schießt mir der Shotgun, bumm. 2 Damage. Ich mein, wir hatten beim Kampf ja ziemlich viele Mid-Rolls. Also, Minimum. Und ich kann schießt trotzdem nur nehmen. Mhm. Oder setzt einen Streifschuss für einen Schaden. Ja. Vielleicht wollen ja auch die Patronen nicht in Ordnung. Es wird zu wenig Schießpulver oder sonst irgendwas. Hm. Na, bei der Schrotflinte. Ja. Gummigeschosse. Kommt plötzlich die Kugeln nur rausgekullert, weißt du? Ja, vielleicht sind ja die Kugeln, aber eine der Kugeln ist irgendwie defekt oder so oder nicht richtig hergestellt, keine Ahnung. Das hättest du, theoretisch kannst du schon machen, aber wenn du zum Beispiel, sagen wir so, wenn du in Finnland bist, wo es kalt ist und du einen Regenzauber wirkst, dann willst du natürlich eher schneiden oder hageln und nicht unbedingt pissen. Hm. Hm. Hagelkörny, Golfbälle. Ja. Das wäre dann auch wieder ein Eigentor. Ja. Ist doch schade. Außer du hast ja Deckung und nur die Gegner waren getroffen. Ja, oder halt das ganze Wetter in der ganzen Umgebung ist das Set betroffen und überall Hagelz, Golfbälle und bam. Robin wird am Kopf getroffen. Tot. Ja, aber du kannst, äh, guck mal, machen wir uns einmal ein Zorbon. Komm, ja, also theoretisch wäre, also alleine nicht, aber wenn zum Beispiel schon zwei Leute in den Dings da können, Zauber. Sagen wir, äh, Tornado und Feuer, so ein Feuersturm des Todes. Ja, aber mit einem kleinen Feuerball nicht, mit einem, ich sag mal, mit so einem Flammenwerfer-Spell schon. Damit würde das dann wahrscheinlich funktionieren. Also, Kombination ist möglich, zum Beispiel, du könntest zum Beispiel auch, äh, äh, sagen wir, der eine kann mit Wasserbällen werfen, der andere kann mit Feuerbällen werfen, wenn ihr beide auf dasselbe Ziel aimt, oder sowas, dann könnt ihr damit auch zum Beispiel wie eine, ich sag mal, eine Rauchgranate erzeugen, dass ihr da so eine riesen Kondenswolke macht. Hm, dann negativ Kritten und der Zauber löst sich von beiden einfach auf. Ein Saunaspell. Ein Saunaspell. Das war der beste Spell. Ich wollte eigentlich, äh, nach dem Sirenenkampf bei den Typen ordentlich vorstellen, aber als dann gemeint wurde, ne, wir bewegen uns nicht, dann so, äh, vielleicht muss ich das ja gar nicht. Hä? Du sagst, das ist ja auch bewahrheitet. Hä, was? Ich wollte seinen echten Namen sein. Ich wollte mich nach dem Sirenenkampf mit meinem richtigen Namen vorstellen, bei den Kollegen. Aber als dann gemeint wurde, wir stehen immer noch, ähm, äh, vielleicht muss ich das ja gar nicht. Zwar ist der Tod eines Geistes gestört. Ja. Und du bist halt Gregory. Ja. Was ich auch ziemlich geil fand, äh, da hat, äh, da hat Simmel nicht drauf geachtet. Äh, die drei, äh, die drei haben halt irgendwo gesessen. Raffel kommt in den Raum. Morgen Jack. Da hab ich schon insgeheim gewürfelt, ob sie das hören. Mhm. Hat er morgen Jack gesagt? Das hat er ganz sicher gesagt. Da hab ich drauf geachtet. Mhm. Weißt du, das, das würde ich halt eigentlich auch mal machen. Ich würde das dann nicht auch aufmachen, äh, eigentlich auch verraten, aber... Mit Absicht, oder was? Ja, ja. Ich würde halt so extra, hey, Jack, wie geht's? Okay. Er wird's auch immer die bestimmte Situation haben. Hat er gesagt, hab ich auch gehört. Siehste, Tetsu bestätigt das sogar. Na gut. Dann hab ich dich einfach nie auf den Pass. Kommt vor. Richtig. Und... Ich wüsste, was passiert wäre dann. Ja, das werden wir wahrscheinlich rauslassen. Das werden wir nie erfahren. Na gut, spätestens bei den Sirenen haben die... Alles klar, bei denen stimmt eh was nicht. War ja noch so. Ja, spätestens als der eine Typ, äh, einen Regentanz aufgeführt hat. Da wussten wir, da stimmt irgendwas mit denen nicht. Aber wir sind teilempfillert angekommen. Auslösung, totalen Schaden. Ich bin nicht immer extra das Arschloch. Geboren. Um kacke zu sein. Ich hab bisher alles für Arschloch-Aktionen gemacht. Du wolltest die Leichen looten. Nein, nein, das wollte Daniel. Ach nein, stimmt. Daniel wollte die Leichen looten. Ich will jetzt ein Arschloch sein, aber nichts von abhalten, bei der Putze einzubrechen. Naja, du musst aber... Weil du keinen Grund dafür hattest. Punkt eins, Punkt zwei. Das ist nichts mit Arschloch sein. Das ist halt Punkt eins. Punkt zwei ist, Rühr ist immer noch Ordnungshüter. Richtig. Ja, ich bin auch Schlägerei in der Bar. Du bist auch nie in die Kruppe reingekommen, also. Da hätte ich dich festgenommen, wenn ich dabei gewesen wäre, wenn du den Typen geschlagen hast. Aber ich weiß ja davon nichts. Da war Daniel dabei. Richtig. Ja. Der Bierkrug. Daniel hat ja nicht gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich war ja bei Robin Wunders. Daniel hat ja mit dem Bierkrug geworfen. Robin und ich hab mir versucht, nach Informationen zu gathern. Ich war schauken. Mir auch. Im Prinzip, Rühr, hättest du mir sogar helfen müssen. Weil er mich zuerst angegriffen hat. Das stimmt. Weil du das Geld aus der Tasche ziehen wolltest mit unfairen Mitteln. Ist ja egal. Nein, das war ein Wett trinken. Das war ja wohl nicht unfair. Und dabei gab es ja keine unfairen Mittel. Tiefel besoffen. Naja, spätestens. Ich hätte dich dann festgenommen, als du dann draußen das Pop-Oni geklaut hast. Robin ist einfach gegangen. Der hat nicht mal Ciao gesagt. Ja. Ich glaub, der hat gesagt, er geht jetzt doch duschen. Ja. Das stimmt. Das Schiff kriegt jetzt immer noch Texturen hier. Wird los. Ey, auf der Rückfahrt bekommt ihr kein Minecraft-Schiff. Ja, schon eine Rückfahrt gibt's dann auch noch. Die Rückfahrt skippen wir aber. Vielleicht wollt ihr auch gar nicht zurück. Vielleicht geht ihr ja woanders hin. Oder wir sterben einfach. Danach gehen wir nach Ägypten. Jawohl. So eineinhalb Monate Fahrt. Oder wir hocken einfach alle zusammen gekauert in irgendeiner Ecke. Oder wir sind schon jetzt tot und uns das Zweck übernehmen. Fun Fact, was mir gerade auffällt, man sieht auf der Switch, welches Spiel von wo kommt. Auf der Seite, anhand dessen, wo die Schrift platziert ist. Okay. Europäisch, wenn ich das hier so reinhalte, europäisch ist es in der Mitte. Aha. Bei mir Standbild. in Amerika ist es linksbündig. Also oben. Die Seite hier ist oben. Und in Japan ist es auch linksbündig. Hm. Da weißt du uns schon mal, ob es aus dem Fall aus Europa kommt oder aus Amerika oder Japan. Warte, Daniel, guck dir die, schau dir die Videos von Albert nicht an. Weißt du, mit dem Vogel? Ja. Mann. Danke. Was? Für die frühe Warnung. Ich wusste ja nicht, was du da machst. Guck dir die anderen überhaupt nicht an. Die sind allesamt abartig. Und zweiter Fun Fact, dass diese drei Höhlen, Europa und Amerika, haben hier eine runde Kante. Fick mich ins Ohr. Also die Kante, die Kante. Okay. Was sind das für Sexpraktiken? Wie nennt sich denn diese Stelle los? Fick du Ohr. Der Lauschangriff oder was? Ohr. Oder Fick mich ins Ohr. Und außerdem den Namen verraten in dem Sinne halt aus Versehen. Mein Charakter ist halt gewohnt, theoretisch den halt Jack Jack zu nennen und nicht Gregory. Und dann neuer Tag und dann so ja, guten Morgen, Jack. Whatever. Da muss ich erst auf Forschenwürfel. Was heißt das, Privatdetektiv eigentlich es Köln-Geheimsitzung zu beformen? Nein. Muss nicht. Das war kein guter Privatdetektiv. Hab ich auch nie behauptet. Ich bin ein Ex-Kriminalbeamter. Möryu, eine Woche musst du da drauf noch warten. Möryu, Ich halte halt... Mein Ex-Kriminalbeamter. Mein Ex-Kriminalbeamter. Wenn ich's am Montag wegschicke, wird's vielleicht Donnerstag da sein. Ist schon geil. Ich würde meinem Charakter halt nie mehr vertrauen. Tja. Ach. Fun Fact, mein Router ist fünf Stunden lang stabil geblieben. Mhm. Fun Fact, mein Laptop ist seit drei Wochen nicht mehr abgestürzt. Oder zwei Wochen. Zwei oder drei Wochen. Ist er heute abgestürzt eigentlich? Nein! Nicht einmal! Nicht einmal! Nicht einmal! Vorabsturz. Ja. Okay. Alles super mit meinem Laptop momentan. Und das läuft. Baby. Wieder nicht etwa erwischt. Ja gut. Machen wir eigentlich wie immer? Oder machen wir heute etwas länger? Wir machen Sense. Weil Robin wollte ins Bett gehen. Und... Aber was heißt ins Bett gehen? Ich leg mich jetzt im Bett. Ich schau noch ein paar Videos. Dann ist Sense. Ja, aber... Wir machen jetzt hier halt Sense. Weil... Kapitelabschluss trifft sich gut. Du wolltest eh weg. Und... Na, weil... Wenn wir jetzt halt nicht Sense machen würden, sondern erst später Sense, dann würde ich mich halt erst später ins Bett legen. Und erst später erst Minus. Und dann würde es das halt weiter nachdenken. Naja, also... Naja, aber... Du sagtest, du wolltest jetzt Sense machen. So gegen Hype. Ja. Ja. Dann passt das für uns. Weil wir jetzt gerade eh schön am Kapitelende sind. Dann... Ja. Das passt. Habt ihr noch schon gequatscht, ja? Ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit totgeschlagen. Haben Rühe erklärt, was so gut ist an dem Regenskill. Okay. Hat es nicht eingesehen. Ich sehe auch Nachteile darin. Das ist alles. Ja, natürlich hat das Nachteile. Ja, natürlich hat das Nachteile. Es hat Nachteile. Das gebe ich ihm. Ja, das ist doch logisch. Alles hat Nachteile. Ja. Ja. Also ich gebe zu, er kann nützlich sein, aber es ist halt sehr situationsabhängig. Ja, klar. Nice to have. Das, den du hast. Ja, und solche unsichtbaren Monstern begegnet. Brand. Machstiges Gelände. Ganz ehrlich, das unsichtbare Monster haben wir auch nur deswegen erkannt, weil es so scheiße groß ist. Wäre das jetzt ein Wolf gewesen oder ein kleiner Vogel oder einfach nur ein Mensch, dann wäre es schon viel schwieriger gewesen. Ein Wolf fliegt nicht. Ach was, wirklich, denkst du? Ich meine jetzt, stell dir vor, wir wären einfach auf einer Wiese gewesen. Und wenn da ein Wolf rumrennt, der unsichtbar ist und dann Regen, das würden wir auch nicht unbedingt sofort sehen. Die Wölfe sind normalerweise auch nicht unsichtbar. Das kommt dazu. Das war ein unsichtbarer Schattenwolf, von dem ihr gerade gesprochen habt. Wenn der in Gras steht, kann man den uns beim Wolf durchlaufen. Boah, das schöne Schiff ist richtig schön geworden. Was? Ja, das Schiff ist gut geworden, ne? Das schöne Schiff ist richtig schön geworden. Ja. Schönes Schiff. Ist halt auch ein schönes Schiff. Schönes Schiff und so. Ja, mit Textur. Sehr gut. Da fehlen aber noch die zwei Aschehaufen auf dem Deck. Auf Deck. Es ist nicht drin, ey. Aber zum Schüss sagen ist er dann auch da. Ja. Ich finde, unsere Zeichnungen sind diesmal um einiges besser. Vielleicht meinst du deine Zeichnung? Ja, stimmt. Effektiv mal ist ja nur du. Ich zeichne nicht. Ey, das Schiff habe ich nicht gemacht. Ich hab's nur verbessert. Ja, das Schiff habe ich gemacht. Ich spiel die ganze Zeit entweder blätter ich in meinem Buch rum oder ich spiel mit Würfeln oder sowas. Nicht mal. Das ist gar nicht was du gegen meine Karte hast. Ich find meine Karte super. Ich merke grad die Karte. What the fuck? Großbritannien soll das da links sein? Ja. Ist ein bisschen groß, oder? Es ist ein bisschen groß und ein bisschen nah dran. Aber... Aber das ist vor allem, glaub ich, ein bisschen... Boah, jetzt sehe ich erst mal diese scheiß Karte. Ja. Das müsste auch süßlich jetzt sein. Da ist voll viel... viel Stuff bei mir. Aber man sieht, was das ist. Ja, schon. Ach, und da haben wir's... Aber, Alter, Großbritannien ist schon ganz schön groß. Ja, das stimmt. Aber es ist halt Großbritannien. Ja. Ja. Es ist halt nicht Kleinbritannien. Es ist halt nicht Little Britain. Es ist halt schon great. Genau. Matrose sagt nein und so. Kann ich das da ein bisschen kleiner machen? Aber außer sich, Schaden sind wir halt sau durchgekommen. Das stimmt. Sehr wohl. Schaden haben wir halt keinen bekommen. Ja. Glücklicherweise. Wir hören die. Und der eine wurde mit zwei Uhr vom Blitz getroffen. Ja. Einmal mit zwei. Das ist auch schon bitter. Aber echt so. Da stehen da keine Ahnung. Acht Leute. Und der Typ... Erst... Erst war's eine 1 zu 6 Chance. Und dann war's eine 1 zu 8 Chance. Das ist halt... Oh, heute gibt's wieder eine Folge Proven. Und der Typ wird halt... Der Typ wird halt original... Zweimal vom Blitz getroffen. Das ist halt echt bitter. Ja. Ich weiß, was ich jetzt gleich gucke. Aber ganz ehrlich, ich bin froh darüber. Wenn ich vom Blitz getroffen worden wäre... Tutentaten... Dann... Kann ich noch die URL-Satz formulieren, oder nicht? Ähm... Dann wäre ich halt One-Hit gewesen. Ich glaube nicht. Ich mein, das erste Mal hat der Kollege noch Glück gehabt. Mit 5 Schaden. Aber beim zweiten Mal hat er direkt 12 reingekommen. Generell die anderen beiden Male. Beide Treffer waren ja 12. Ja. Das war Max Roll. Vom Auge. Hm. Also wär's dann keiner von den... Also... Bei uns wären da, ne... Köpfe gerollt. Weil das Auge hat's eine Ausrutsche. Wir hatten unsere Ausrutscher. Oder wir hatten... Wir hatten... Was wäre... Die hatten aber ein paar krassere Ausrutscher als wir. Ich mein... Guck mal, die wurden sofort zur Asche verbrannt. Was wäre gewesen, wenn wir getroffen worden wären? Auf zur Asche. Asche zur Asche. Aber wenn wir's überlebt hätten... Staub zu Staub. Wenn wir's überlebt hätten... Wären wir da einfach ein Stück stehen. Keine Ahnung. Vielleicht ne Arm verloren. Arm verloren. Arm weggebrutzelt. Naja... Jetzt ist die Zeichnung ein bisschen besser. Oben steht ja auch was von... Was steht da? Schwere Verletzungen? Wo war denn das? Eine schwere Wunde. Beide Trefferpunkten. Genau. Ja, aber... Kann passieren, ne? Hier... Sonst hat Verletzungen und Narben. DK landet ja auch im Rollstuhl. Ja, das stimmt. Ja, aber der war doch... Ich kam im Rollstuhl, oder? Was wäre eigentlich passiert, wenn er das Auge nicht entdeckt? Dann wird der einfach irgendwann verhungert. Elendig. Vermutlich, ja. Achso, ist das Auge nicht zu uns gekommen? Nö. Das blieb so. Oh. Was war das eigentlich, was da geleuchtet hat? Was wir gesehen haben? Was ist das... Wahrscheinlich... Wahrscheinlich das Auge. Wahrscheinlich die Pupille des Auges, oder so. Irgend so was wird das gewesen sein. August, wenn ich bitten darf. Das ist August. Aber dann... Dann hättest du doch zumindest treffen müssen, oder nicht? Ja, aber das war... Sagen wir so, das war Teil des Spells, das ihr auf der Stelle geblieben seid. Das Auge hat euch mit einem Spell festgehalten, sagen wir so. Und das war... Ja, ich meine selbst dann. Du siehst halt das Licht, und der Treffer kann halt irgendwie auch drei Meter entfernt sein. Oder fünf Meter. Wenn du halt aufs Licht zielst, kannst du halt auch sonst wo hinschießen. Aber dann mal ist es mit Nebel. Naja. Regen-Idee. Zum Glück. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Ja. Die Frage ist jetzt noch, ob wir die Kajöten von den beiden anderen eigentlich durchsuchen könnten. Wir sind schon angekommen. Kapitel beendet. Kapitel ist ja schon beendet. Da gibt's nichts mehr zu looten. Ihr seid schon vom Schiff. Ich weiß noch, selbst da hatten ja keine Waffen bei sich. Ja, aber vielleicht doch. Vielleicht eine Kajöten. Und Geld haben wir wahrscheinlich auch bei sich gehabt. Aber ja. Ich meine, die redeten ja sogar von Silberwaffen. Ich hätte gehofft, vielleicht haben die da ein paar Silberkugeln rumliegen und eine Knarre oder so. Oder zumindest ein Silbermesser. Das hätten sie sogar tatsächlich gehabt. Hat die nur nicht viel gebracht. Die sind nämlich mit so Staub verwandelt worden. Ja. Ja. Das Messerwerfen. Ich meine aber in der Kajüte. Ich meine, die waren ja an Deck. Die hätten ja vielleicht damit gerechnet, dass halt kein Kampf kommt und dass die Waffen von denen halt noch in deren Kajüten sind. Und dann haben die halt, als der Kampf kam, halt nur mit seinen Speilsack gekämpft, anstatt jetzt nochmal zur Kajüte zu rennen und ihre Waffen zu holen. Hätten hättste. Hätten hättste. Alles möglich. Hätte ja sein können. Möglich, unmöglich, 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 möglich. Aber. Vollkommen. Ich würde sagen, wir haben jetzt irgendwie lange genug diskutiert. Ich würde behaupten. Oder ja, ich würde mich erstmal bedanken fürs zu sehen. Achso, das Team läuft. Oh. Das läuft alles noch. Das sind ein bisschen zu viele WWFs. Und, ähm, ja, also, ich würde mich fürs Zusehen bedanken und würde behaupten, wir hören oder sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö. Und ich muss sagen, Applaus an Tracy. Ich fand das Kabile sehr schön. Und die Bauer. Habt das? Ich fand zwar, ich fand zwar irgendwie schön, dass wir keinen Schaden bekommen haben. Oh, seelisch. Ja gut, Stabi haben wir verloren, das stimmt schon. Ich glaub, ich hab's gar am meisten verloren. Ich find's auch ziemlich gut, dass wir keinen Schaden verloren haben, weil Caleb und Jacob gestorben sind. Ich mein, wir kannten sie zwar nicht, aber halt direkt vor unseren Augen wurden halt zwei Menschen in Aschehaufen verwandelt. Ja, hinter uns. Ja gut. Ja. Vor uns, hinter uns, auf jeden Fall Aschehaufen. Wir haben's gesehen. Wir haben halt kurz den Laser gesehen und Asche. Ja gut, aber dennoch. Adrenalin. Schön, schön. Das sag ich beim nächsten Mal dann auch, wenn wir Stabi-Würfen machen sollen. Aber was ist denn mit dem Adrenalin? Ne, also ich glaub, das ist mir egal hier. Aber Meggie ist nicht willkommen einen vorbei. Allmählich müssen wir unser Stabi wieder aufhören. Das Problem ist jetzt ein Seenknämpnern finden, dann zu finden, wird ein bisschen lustiger. Wir haben wieder Sprachbarriere. Bis dahin. Bei dir nochmal da reden. Bye, bye.